So, wir spielen mal eine Runde Civ V Multiplayer mit ein paar Leuten und einem riesengroßen Modpack und machen mal den Discord an. Einfach mal so. Die Köpfe einknübbeln wollen. Mit dabei der Info. Hallo. Ja, wenn mal. Moin. RSGE. Moin. Ginyu. Hallo. Und Brandenburg. Kampf! Genau. Wir sind alle bereit, alle auf zufällig auf einer kleinen Map. Kleinen wir uns mal die Köpfe groß oder so ähnlich. Oh, kleine Map für sechs Leute? Ich bin ja gerade rechts, soll ich sein gewesen. Da hab ich ja gerade noch rechts durch den Aufnahmeknopf gedrückt. Ha! Hier wird gekuschelt. Und ich bin Luis der 14. in der Reiz. Was ist denn das für eine Civ? Hä? Okay, das hört sich nice an. Wer Venedig hat? Bitte sagt mir, dass er wer Venedig hat. Putin. Ich hab Yuka Kasami. Die ist ziemlich strong. Ja, mit diesen 100% mehr aus Trade Roots. Also ich weiß, wen ich anschließen will. Macht da wer mit? SGE, was hast du? Ich hab absolut keine Ahnung, was das ist. Kannst du mir nochmal das neue Babylon erklären? Boah, was ist das denn für eine Scheiße? Nein, ich kann das neue Babylon nicht erklären, sorry. Ey, soll ich euch mal was sagen? Ich bin in Indonesien und ich bin in der Flachwüste gespawnt. Mega. Aber hey, Ginyu, ich bin auch an der Wüste gespawnt. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Ich hab wieder so null Ressourcen, Alter. Ich mach das mal präventiv, falls ich aussehen auf Ike klicke, mal die Option von Ike. Ob es sich nicht aussehen, Sachen sehe, die ich nicht sehen sollte. So. Ich muss gerade auch nachgucken, was meine Civ kann. Entschuldigt gerade. Ich kann sagen, das würde mich auch mal interessieren. Was ist denn das überhaupt für eine Civ? Ja, ich muss nicht gucken. Ich auch nicht, Ginyu. Ich kann einfach gar nichts. Das ist gut. Wie heißen die denn überhaupt? Leute, ich hab übrigens eine Kalender und eine Trapping-Resource. Ich hab ein fucking Blumenpanzer, was? SGE, such einfach nach Security. Ja, hab ich auch getan. Haben wir nicht Turntimer drin? Ja, aber für die erste Runde gilt der nicht. Gut, dass ich die Security generft habe, aber die ist immer noch sehr strong. Was hast du da verändert? Was kann die denn überhaupt helfen? Also die haben nicht mehr 100% ein Friendly Land. Ich bin der Meinung, dass wir die Civ vielleicht noch weiter nerfen müssen und dass die jetzt gerade nicht mitspielen sollte. Also Restart. Könnt ihr halt entscheiden. Ich weiß nicht, wie viel das eigentlich ist. Also was meint ihr? Noch mal Vote jetzt, wo ich es alle gehört habe. Ich bin immer noch für ein Restart. Ich enthalte mich jetzt diesmal da. Ginyu nicht. Sag mal 3+. Warum Ginyu nicht? Das wundert mich jetzt. Ginyu hat wahrscheinlich einen guten Start. Nee, hab ich nicht, aber ich will endlich mal spielen. Ja, gut. Wenn wir die Civ haben, starten wir einfach gut. Gut, also Hauptmenü. Ich hab bloß keine Lust, dass RSG irgendwann so Einheiten hat, die du nicht totkriegst. Also wo du einfach Rügel ist, machst du weiter. Mich kotzt nur grad an, weil ich hatte 2 Salz und 10 Hügel in der Hauptstadt. Und ich hatte ein bisschen Schwärmland und Flachwüste. Ja, aber Salz und Hügel ist halt schön. Weißt du, was ich hatte? Ich hatte Zucker. Ja. Ich wollte mich einmal wie True fühlen. Ich hatte wenigstens einen Arsch voll Süßwasser. Ich wollte mich einmal wie True fühlen. Ja, ich hatte aber auch einen Arsch voll Süßwasser. True ist offen. Ach ja, Immortal. Ist offen, ja. Wir sind schon alle drin. Oh. Also, lass mich verarschen. Wisst ihr das? Die klicken halt alle die ganze Zeit, Genio. Ich sag's doch nicht. Entschuldigung. Genio, diesmal bin ich auch nur Vierter. Also komm. Ich wusste nicht mehr als letztes Spiele heute statt. Ich wusste es. Dann können wir ja. Dann haben wir's gut geschafft. Aber hey, Genio, du bist dann vor mir. Er sagt doch immer, dass offen ist. Leute, es waren vier Leute drin, bevor ich's gesagt hab. Ach so. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Hallöchen, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Civ-Multiplayer-Runde. Wir hauen uns heute gegenseitig die Köpfe ein mit Info, wenn mal RSGE, René und Ginyu, die alle mal Hallo sagen dürfen gleichzeitig. Hallo. Hallo. Let's go. Oh, so. Ginyu sogar auf Dating hat Bock. Ja, Random Leader. Random Leader. Ach, na gut, okay. Mal gucken, was ich jetzt... Ginyu möchte, dass seine Startposition noch 10% schlechter wird. Alter, ich wette, ich bekomme jetzt irgendein Scheißchen wieder, womit ich nichts anfangen würde. Jetzt ist die Frage, lass dich einfach aus Prinzip den Anfang trotzdem... Oh nein! Das ist doch scheiße! Ich sag noch Peter, und dann krieg ich wirklich Peter, ey. Ich bin Eri. Ich hatte eben sowas Schönes, und jetzt... Nahtanz echt groß. Oh Gott. Ich bin aber Peter nicht im Dschungel, damit kann ich leben. Was ist das denn? True? Äh, ich hasse dich. Ja, ich lieb dich auch. Eieieieieieiei. Was sagt der Siegfortschritt? Weiß nicht, aber warum bewegt sich meine Unit nicht? Meine auch nicht. Wäre rausgetappt. Nee. Aber ich hab ein cooles Zeichen. Ich feier meine Zeichen. Ginyu hat, glaube ich, die Civ, die im Dschungel bauen kann, ohne abzuholzen. Ja, genau. Inford, glaube ich, die Civ, die ein Unit-großen Händler generiert, ja nicht teurer ist, und dann direkt irgendwie eine Religion gründen kann. Äh, warte mal. René hat eine ziemlich geile Civ. Ja, die ist... Aber ich muss sie mir noch angucken, was sie kann. Äh, RSG ist fucking Polynesian. Weißt du? Ne? Sag noch mal, dass wir was neu starten wollen. Echt. Äh, True. Ja. Der Händler kann nur Barbaren konvertieren und Religion verbreiten. Nehmt mich mit dran, aber der generiert ja so viel Faith, wie er Geld macht an Handelsmissionen. Wenn du nicht weißt, dass eine Base-Game Civ kann, weil du sie nie gespielt hast. Aber ich... Aber ich hab halt, äh... Warte, was? Wie heißt deine Civ, Ginyu? Ich hab das Gefühl, weil... Ich hab die Base-Nahrung, aber ich krieg keine Nahrung auf die Restroßen in der Stadt. Aber ich weiß... Das war nie die Sachen im Wald und Dschungel verbessern, um nur das Weg zu holzen, ne? Ja, ich bin halt derjenige, wenn andere meine Religion haben, können die mir bis zum Industriezeitalter nicht Krieg erklären. Also ich bin sehr froh, dass ich PETA bin ohne Dschungel. Ich bin sehr dankbar, dass der Bias heute nicht zugeschlagen hat. Eben, das war so viel schöner. Eben, das war so viel schöner eben. Also ich hab das Gefühl, meine Civ baut sehr viel auf Glauben auf. Ach, deine auch. Dann krieg ich ne Civ, die das einzige ausleicht, was ich absolut nicht kann, nämlich Militärspiel. Und dann darf ich die nicht mal spielen. So von der Stärke von den Civs hier, die Stärkste hat Keruum, die Zweitstärkste hat Info. Die Drittstärkste ist fast schon Byzans, dann Ginyu. Was, Byzans ist scheiße? Byzans ist aber noch D-Tier. Die Sache ist, ich bin unter D-Tier, ich bin E-Tier mit PETA. Das stimmt nicht, Byzans ist C-Tier in deiner Liste. Stimmt C-Tier sogar, ja. Sogar hohes C-Tier. Ich meine, der Extraglaubenssatz kann halt ziemlich nice sein, ne? Ja, kann ja. Und Romonenrush sind dein Ding, glaubt mir das. Das geht theoretisch. Du lachst noch, aber das ist schon vorgekommen. Ich hab doch einen Dschungel neben meiner Hauptstadt, aber nicht drin. Immerhin. Mal sehen, wo bin ich denn? Polynesian ist ein mittleres D-Tier. Nett. Oh Gott. Weißt du eigentlich auf meinen Händler, den ich nachdem ich meinen Pantheon gegründet habe... Der ist wirklich gratis. Okay. Gut. Aber das ist doch echt ranzig. Weißt du, dann krieg ich eine Zift, die das auslässt, was ich nicht kann. Und dann darf ich die nicht spielen. Hast du wenigstens Pferde in der Hauptstadt angemacht? Nein. Nein? Natürlich nicht. Was erwartest du gehen, Ju? Fragt euch mal, warum es so oft einen besseren Stadtteil ist wie. Ich bin Peter und hab hier doch Dschungel, also nur nicht direkt neben der Hauptstadt. Oh. Oh, ich hab ne Kulturruhine. Nice. Nächste Runde. Oh, ich... Okay. Die Runde geht grad los und alle sind schon plötzlich auf True. Die geht immer gleich los. Das ist immer das Gleiche. True wird immer geblamed für irgendwas. Also ganz ehrlich, Ginyu. Eben vorher hatte ich ne bessere Sith. Ich bin jetzt Peter am Dschungel. Peter am Dschungel. Die Sache ist halt, Ginyu beschwert sich sogar, wenn ich Peter am Dschungel bin, dass ich so geilen Start hab. Das macht der auch immer. Das ist auch schon ne Meme, dass Ginyu sich einfach beschwert, dass ich mitspiele. Das ist ja auch berechtigt. Wenn du mitspielst, ist er nicht mehr der beste Spieler. Also nicht mehr unbedingt der beste Spieler. Ich hab hier ganz viel Kakao in meiner Hauptstadt, ja? Sei froh. Du hast wenigstens keine Tun drauf. Ich hab aber Kakao im Dschungel, Mann. Ich hab Schnee in der Hauptstadt. Ist doch schön. Auf Schnee. War das Schnee? Tun Trau oder Schnee? Schnee. Schnee, Schnee. Also das... Ich hab mich ein Feld näher hin bewegt, aber das wären trotzdem innerhalb von drei Reichweite. Der Info, hast du, ob ich das erinnert? An das, was der Osman-Liste-Runde gesettelt hat. Hallo Info. Die Frage ist, oh, ich bin von der Bergkette komplett umzingelt. Man kommt in meine Hauptstadt nicht ran, find ich gut. Ja, also meine Hauptstadt ist richtig geil angreifend. Greif mal. So Info, wer kriegt die Ruine, meine Damen und Herren? Hast du noch... Welche Siths waren, Venval und Ginyu? Sind die heftig Fregatten-Siths? Nee, ne? Byzant hat Galeassen. Ach stimmt, du warst in Byzant. Nee, das stimmt, das Drummond. Da hab ich gar keinen Bock drauf, dann geh ich nicht, Kostel. Meine Hauptstadt ist nicht, Kostel. Weil die Drummond ja auch richtig krank sind, so. Ach so, dann war der eine Punkt, den du verloren hast, irgendwie so ein See oder sowas, ja? Wie wenig Zalat am Anfang, bitte, da, fuck. Oh, ich find grad zwei Stadtstarten in einem Zoo. Äh, das Schwul, ich hatte gar kein Wasser in meiner Haustage. Das ist ein süßes Alter. Die Wanser ist bei mir, ich liebe es. Die Wanser. Und soll ich dir sagen, was das war? Was? Was ist das denn? Was? Digger, wie, welche Runde haben wir? Wir haben Runde 6. Warte mal, was ist... Was heißt ein Steinbruch hier auf Englisch? Quarries. Quarries. Ach ja, ich hab einen Stadtrat gefunden, oder was? Nee, ich hab ne Technologie erforscht. Ach so, ja stimmt, du bist Kanako. Du kriegst ja auch viel von jedem Berg, der in deinem Gebiet ist. Wir bringen mein Gehirn jetzt nicht gut. Ich hab jetzt zwei Einwohner und stagniere, weil ich nur ein Nahrungsfeld in Reichweiter hab. Ja, schade gehen, Juni. Ich hab drei Einwohner und stagniere auch. Nio, was zu mir ist... Nein! Nein! Ich stagniere quasi. Ich stagniere. Hallo? Ich hab ein Nahrungsfeld, weil ich... Ich auch. Warte mal, mir fällt keiner auf, dass ich doch Polynesien bin, ne? Ich glaub, ich kann meinen Bonus dieses Spiel sogar ausnutzen. Das ist... Das ist traurig. Pesa, ich glaub, ich hab da einen Dschungel gefunden. Also, ganz ehrlich, weißt du, was ich geiler finde als Polynesien? Die Hanar, die haben auch diesen Bonus, aber kriegen noch einen Fave von Schrein und Tempeln extra und haben einen Bonus aufgegattet. Polynesien sind auch wirklich nicht gut. Wenn ich wenigstens eine Ruine hätte, ne? Also, ich hatte schon drei. Ah, die Unique-Unique von Panzerwolder wissen, natürlich, ich guck schon. Die haben einen Zipahi. Was war das nochmal für... War das der von... Sillyvan? Ähm... Zwei... Eins... Peng. Ja. Das war der von Sillyvan. Jaja, genau, das war dann die Kamerlerie von Sillyvan. Sillyvan... Dumm... Info ich... Ah, da ist deine... Kakao-Fla... Du hast schon drei Einwohner, Digga, was ist da los mit dir? Oh, hallo Genio. Äh... Ich hab auch drei Einwohner. Alter, ich bin voll von Stadtstaaten und Zingel. Oh, Ternate! Oh, ne... Das ist true in meiner Richtung irgendwo. Weißt du, warum ich drei Einwohner? Oh, fuck. Du musst durch den Dschungel, durch eine Bergkette durch, um zu meiner Hauptstadt zu kommen. Versuch's nur. Die Ruine, die ich dir weggenommen hab, äh, war ne Popruine. Äh, schön für dich. Ternate. 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 Oh, der Uluru, möchte jemand zum Uluru? Ja, ich. Den hab ich hier. Oh, das geile ist, ne Stadtstaat hat den wahrscheinlich. Äh, nein, Ur ist weit... Weiner weg. Oh, da bist du, René. Hallihallo, tu... Geht's dir gut. Oh, da sind wir bald nicht mehr, wenn du neben mir bist. Also, ich hab noch keinen gefunden, wo seid ihr denn alle? Ich bin Peter, wenn ich mit meiner Unique-Infanterie komme, ne, dann hab ich Unique-Goldene-Zeit an der Punkte. Das ist richtig krass, Alter. Ja, egal, äh, Peter hier. Warte mal bis ab, bis wir hier einen Karneval feiern bei uns. Alter, ich muss... Ternate, sag ich nur. Ternate und Bratislava. Ternate und Bratislava. Oh, Gott. Ach, da ist deine Hauptstadt, du bist ziemlich nah an mir. Ach, Genio, komm schon. Ja, das ist schön. Das ist nur ne Barbaren, René. Okay, dann störst mich nicht. Ja, die bringt's nah an meiner Hauptstadt ein Barbarenlager. Hallo, Genio. Ja gut, dann störst mich nicht. Aber wenn ich wen anschließe, schließe ich René an. Ey, nein. Hör mal auf. Natürlich hat der Scout drei Movements von dir, natürlich. Der hat nur zwei. Das waren zwei Movements. Ne, hallo. Das waren nur zwei Movements. Ich hab ihn nach oben gelegt. Ich hab nach oben gelegt. Ich hab das... Hä, was? Ach, da bist du rechts von mir? Hä, wo bist du denn jetzt? Kann das sein, dass wir wirklich kuscheln, diese Runde? Ja, ist ja die volle Map, ne? Was erwartet ihr? Ja, äh... Ich hab keinen Bock auf True als Nachbar. Ich langgleich der Genio. Nicht nur wieder. Genio, bist du Schlussnachbar? Nein, René ist mein Nachbar. Ich hatte doch zwei Nachbarn im Regelfall. Und René hat Gold und Baumwolle. Eigentlich nicht schlecht. Ey, geh dir die Babarn am Ruck auf dich. Was ich nicht mal sehen kann. Ich will noch die zwei Steilbrüche erwähnen. Bruder hat der Old Faithful, Leute. Ternatee habt ihr hin. Da bläst der. Oh, gut zu wissen. Ternatee erstmal anschließen. Ternatee? Ternatee. Ich hab Trapping-Ressourcen. Ternatee. Ternatee. Ich hab zwar zwei Kalender-Ressourcen, aber davon sind natürlich die Hälfte unterm Dschungel. Da bläst er. Also Genio, ich kann dir sagen, wenn du meinen Hauptstadt schon siehst, da geht's nicht weiter. Siehst du ihn aufblasen? Ich seh ihn aufblasen. Ich seh auch deinen wunderschönen angehitteten Scout. Ja, der hat schon ordentlich was weggemielid. Ach, hier Genio. Was ist denn das? Er hat grad geblasen. Er hat grad geblasen. Ich weiß, das macht er regelmäßig. Oh, 80 Gold in der Ruine. Schade. Genio war schneller. Natürlich. Ich hab die Tag bekommen, die ich in diesem Zug fertig hatte, ne? Oh, du hättest sogar eine Tag gekriegt? Ach, Mann. Ne, ich hab keine. Ich hab die Tag bekommen, die ich grad fertig geforscht hab. Ja, trotzdem. Dann hätt ich ja vielleicht was Sinnfalles daraus gekriegt. Immer eigenes. Wir wissen, wie ich das. Ternatee. Oh, da oben war noch eine Ruine. Hättest du sie mir auch überlassen können. Hätt ich sie gerne genommen. Als wenn da keiner gelootet hat. Ternatee. Ich hab jetzt drei Einwohner in der Hauptstadt. Rio de Janeiro. Nero. Ich hab zwei, drei Nahrungsfelder mit Kakao. Kaka, Kakao. Das geht schon fit. Ich glaub, ich klau... Ja. Ich glaub, ich schließ Kero eben die Runde an. Geh weg, Alter. Du hättest halt nicht neben den Fru sporen dürfen. Echt, was machst du da? Du bist selbst schuld dran. Ja, Alter. Was machst du denn neben mir? Ach, scheiße. War war eine Ruine. Ah, dann deine Hauptstadt nennen mal. Schön, die schließe ich auch an. Das... Kannst du gern machen. War ein Joke. Ich schließ doch noch Kero eben an. Du weißt das doch. Ja, das ist schön. Da oben sind keine Ruinen mehr. Da war ich schon. Wie bei dir? Ja, da war ich auch schon. Hab schon Kabul gegangen. Info, deine Hauptstadt ist ja Bombe. Ja. Ich glaub, wir sind richtig weit von Ginyu weg. Das find ich toll. Oh. Der, äh... Uluru. Ah, Ginyu schaffst du's an den Kriegern vorbei? Da kannst du ja sagen, was da unten ist. Ternate ist da unten. Bestimmt. Ternate. Der Name, ey. Such dich, schreib grad ein Spiel, in dem True nicht in den ersten 10 Runden auf Ginyu trifft. Ist das denn noch zu glauben? Das... das ist traurig. Denn das Problem ist, dadurch, dass das nicht der Fall ist, könnt ihr beiden euch nicht gegenseitig kaputt hauen. Und was heißt, dass wir anderen Probleme kriegen? Hallo Info. Was sagst du... True, ist das deine Bergkette da rechts? Ja. Schön, oder? Fuck you. Ich bin dahinter. Scheiße. Was für ne Bergkette, ey? Ja, gib ruhig, wo du bist. Also, True ist hinter den Hamalaya. Ich seh deine Grenzen. Du musst komplett unten oder oben rumrennen. Und oben ist noch ein Stadtstaat. Und unten auch. Ja, Ternate auch. Also, ich hab irgendwie keinen Bock zu Info-Liege-Salz irgendwo rechts. Oh, RSG hat nen Salzstaat, da wird angeschlossen, Leute. Alle gegen RSG. True, wenn ich deinen Berg sehe. Ja. Stimm mal vor, ich wär die Sifte, die René ist. Dann würd ich von jedem dieser Berge ein Fave, ein Science kriegen. Das wär sehr gut für mich. Oh, hallo. Ich hab dich gefunden. Also, True hat schon einen geilen Start mal wieder. Ich hab grad nen gratis Bautrupp bekommen. Wovon? Ein Babar ist aus dem Lager in den Stadtstaat reingerannt, hat den eingenommen und ich stand mit dem Sperrkämpfer und Scout daneben. Reizend, hätt ich auch gern. Was hab ich denn? Ternate. Wir müssen echt dringend RSGE anschließen. Äh, ich hab irgendein Unique-Build... Hat der so viel Salz in der Haufe, oder? Ja. Ich hab ein Unique-Building, was nicht... was nicht... Wer bist du? Was ist das denn? Du hast nen, äh, Tempel, der keinen Fave gibt, aber ein Fave für alle zwei... Nee, ich hab irgendwie... ich hab irgendwie Safkiel. Achso, das hast du nicht. Das wird für alle angezeigt. Aber was ist das? Das Ding... Das kannst du nicht bauen. Das kannst du nicht bauen. Nee. Ich hab mal ne generelle Sifffrage an dich. Ja? Oh. Äh, würdest du Fluss dem Berg, also würdest du eher die Stadt an Fluss setzen oder an Berg generell? Komm, glaub ich, die relativen Ressourcen nebenan an. Wie lang der Fluss ist. Also wenn der Fluss nur so ein Teil lang ist und du davon praktisch nichts aus dem Kraftwerk rauskriegst, wahrscheinlich an dem Berg. True, du hast meine Hauptstadt gefunden. Aber da kommt ne ganze Menge aus dem Fluss raus. Was hast du? Ach, jetzt kriegst du die Ruine auch noch, oder? True, du kriegst die Ruine, oder? Ja. Kannst du mir gleich sagen, was da drin war? Ja. Na, na. Bestimmt was Gutes. Weil da waren eben noch ein paar Bahrenbogen schützen, das hin konnte ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Genio viel zu nah an mir dran ist. Wir sind alle sehr dicht da aufeinander. Ich hab vor, was soll ich ihnen sagen? Keine Sorge, meine Stadt wird noch ne Weile auf zwei Minuten bleiben. Also ich hab tatsächlich gut. Oh, ehrlich, hast mich geschlossen. Ich würde eigentlich sogar gerne weiter erkunden, aber ich glaube... René, gegeben meines Staates ist es sinnvoller, wenn ich meinen Klickrass stehen lasse, ne? Der bockt vorhin. Was? Dann kommt keiner in Versuchung. Netter Baut rum, ja. Netter Baut rum, ja. Ne, das ist Info, ne? Das ist Info. Ja. Ich bin... Ich bin... Das ist meine Hauptstadt. Ah, René rient grad bei mir rein mit seinem Bogenschützen. Hi. Äh... Achso, ja, hallo. Was ist das, Alter? Das ist meine Grenze, Mann. Gefällt dir? Fuh, das Grenze ist lächerlich. Das ist halt so praktische, unangreifbare Gefühl. Ja. Die ist unangreifbar, also eigentlich. Das Problem ist, ich muss halt von hier rauszetteln, um noch mehr Städte zu gründen. Ja, ich muss gucken, wo ich überhaupt zetteln muss. True, bleib rechts vom Hamalaya. Ich hab grad absolut keine Spots für irgendwas. Ah, hallo, Rio de Janeiro. Ein Ternaté? No, Rio de Janeiro. So. Natürlich hast du auch jetzt einen Pansion bekommen. Pansion? Na, was? Wie lang soll seid ihr denn? Ich hab halt noch keinen religiösen Stadtstart gefunden, leider. Ich auch nicht, aber ich hätte jetzt eins gegründet. Oh. Ich war nur zu lahm. Ist aber schade. Und ich dachte schon, ich wär' gerade noch zu langsam gewesen. Du kommst oben mal in meine Stadt nicht rum, dreh um, oder ich schieß deinen Bogenschützen ab, weil ich meinen Bautrip hier gleich in Ruhe bewegen will. Was Schimmer daneben hat immer kurz. Ich muss gucken, was ich erforschen will. Brauch ich denn? Hildscheiße hier. Okay. Ja, weil nicht. Rund ist gleich rum. Ah. Ah. Mann, ich komm' mit diesem Brandheimer nicht klar. Warte mal kurz. Ich hab' SGE gefunden. SGE ist der einzige, der mir noch fehlt. Der ist wahrscheinlich ganz rechts in der Mitte. Äh, rechts seit links. SGE fehlt mir auch noch. Der ist ganz links. Ganz, ganz links. Oh, Quebec. Hallo. Also hier oben komm' ich nicht weiter rum, oder wie? Was ist das denn? Ein Huka-Huka-Krieger gegen du? True, das ist so... Was ist denn das? True hat KKO in der Hauptstadt. Ja, geil, ne? Warum laufen wir jetzt hier alle rein, Leute? Können wir euch mal verpissen? Das ist bei uns hier... Das gehört doch echt nicht zu einem guten Ton, was ihr hier schreibt. Wollen wir da alle einen Scout hinstellen und gucken, bis da was rauskommt? Da kamen gleich ein paar Archer raus, wenn wir das machen, dann wird direkt Kanako angeschlossen, weil ich dann vier Archer hab. Der hat nämlich geflatlandzettelt, das ist ein ziemlich einfacher Anschluss bei René. Ja, ich war ja nix in der... Ja, also, wenn ihr jetzt hier weiter rumsteht und ich eh militär produzieren muss, wisst ihr, wie's läuft. Dann gehen die natürlich auch, wenn sie euch hier gekillt haben, woanders hin danach, wenn ich sie schon mal habe. Ich guck mich nur um. Mein Bautrupp wurde gefangen genommen von dem Papa, der auf einmal umgekommen ist. Ja, das wäre nicht passiert, wenn dein Bogenschützer an deiner Hauptstadt wäre und nicht an meiner. Entschuldigung, Kohl, ich schau mich nur um. Oh, da ist Guinness Hauptstadt. Du hast Steinen in der Hauptstadt, das ist okay. Ja, ja. Oh, das ist ein Lager, gut zu wissen. Könnt ihr euch jetzt bitte verpissen, Leute? Ich muss doch gerne in der Scouten, das sagst du uns auch immer. Wo hat eine Petra Hauptstadt übrigens? Mit drei Feldern. Ja, ist zu viel. Drei ist drei zu viel. Ja. Mein Gott, ey, ihr seid auch schon echt. Oh, da ist der Bautrupp, der gefangen genommen wurde. Den verhole ich mir, glaube ich, gleich mal. Was rennt der denn da so allein und Gott verlassen rum? Weiß ich auch nicht. Und Drew, du hast gesagt, dieser komische große Händler, da gibt mir Punkte. Ja, wenn du damit eine Handelsmission machst. Also, Glauben meinst du? Ja, ja, genau. Okay. Als wenn ihr alle Glaubensstifts habt. Ich kriege einen gratis großen Händler, wenn ich mein Pantheon gegründet habe. Ey, Guinness hat auch eine Petra Hauptstadt, ne? Nur mal so. Und die ist besser als meine. Von der Petra her, nicht von der Hauptstadt. Dann könnt ihr euch ja prügeln, wer die Bessere kriegt. Ich habe auch eine Petra Hauptstadt. Oh Gott, das wird ja spaßig. Ich hüpfe jetzt nicht, also. Ich habe auch nur, naja. Petra, hier zwischen uns da, unter Sansibar reinzustellen. Ich sehe Sansibar noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, wo du meinst. Ja, dazwischen uns. Ach, weder Pferde noch Eisen, ja klar. Ich habe ich auch meistens beides nicht in der Hauptstadt. Ich habe weder noch, und ich habe... Ich sage ich doch, habe ich beides meistens noch nicht. In meiner Stadt, inklusive meiner Luxus-Ressourcen. Ich habe nur Luxus-Ressourcen in meiner Stadt. Oh, hallo. Nicht der Ur-Bautrupp, den habe ich eben noch gesehen. Habe ich mir auch überlegt, ob ich mit dem mitnehme. Aber ich glaube, ich will mir den von Bratislava, das ist näher dran. Hm. Warum haben die denn bitte schon... Hä? Was? Okay. Ich habe gerade eine Stadt stattgefunden. Ich frage mich, warum die schon einen Bautrupp haben. Äh. Weil wir auf dem Model spielen? Und das gar nicht so früh ist? Meinst du Quebec City? Nee, die sehen sie gar nicht so. Ich glaube, den Stadt-Stadt-Stadt seht ihr gar nicht. Da kommt ihr gar nicht hin. Die Stadt-Stadt-Stadt haben nur so auf drei Einwohnern circa einen Bautrupp. Äh. Also bei mir hat einer auf zwei Einwohner einen verloren. Aua. Das ist schmerzhaft. Bei mir hat auch so einen Stadt-Stadt auf vier Einwohnern. Der heißt Moria-Schrein, den Bautrupp verloren. Hehehe. Hehehe. So, Silas draußen jetzt bei mir? Nächste Runde zumindest. Ja, ich brauche nur noch eine Einheit zum Eskortieren. Weil ich gerade einen großen Händler eskortieren muss. Ja, ich habe mir gerade einfach einen Bogenschützen gekauft. Ja, ich habe auch einen, aber... Meine Einheit ist noch nicht zurück und ich habe ein Barbarenlager. Ja. Ja, Barbaren haben heute richtig Bock. Oh, ganz toll. True, du hast bei Magic Marvariants nicht angemacht, oder? Nein, habe ich nicht. Das hättest du gesehen. Das wäre in den Einstellungen bestanden. Ja. Da achte ich ja nicht drauf. Und das wäre... Also auf sieben macht das sicher keinen Spaß. Nein, nein, die tun richtig weh. Die tun so schon gerade ziemlich weh. Ja. Wie viel Glauben gibt es dann eigentlich? Ja. So 200 knapp. Also du hast instanten Propheten, wenn du das machst. Geil. Runde 24 oder 25 Religionen? Ja, das ist halt, was diese sehr gut kann, ne? Ja. Und du hast den Effekt, wenn du jemand anderem deine Religion gibst... Ja, ich weiß. Du kannst den Krieg leider nicht den Krieg erklären. Und vor allem, ich kann halt meine Religion dann auch viel früher verbreiten. Du musst sie nicht mal verbreiten. Die verbreitet sich ja von selber. Ja, ja. Ah, da unten ist Salz. Geil. Das ist natürlich. Was? Das ist Kantian weg, bevor mein Zug startet. Ich habe auch direkt rausgeklickt, weil ich wusste, dass du eine Petra aufhört hast. Das ist so dumm. Ey. Ich hab... Das hat damit gar nichts zu tun. Doch. Das hat damit... Äh, du hast mich auch geförstmoved. Also... Ich wurde eben auch von mir geförstmoved. Äh, ab welchem... Ab 230 hat man eine 100% Chance auf einen, äh, Propheten, oder? Äh... Ja. Ah ja. Ja, gut. 208 sollte reichen. Oh, als ob das nicht mehr gereicht hat. Mein Zug wird jetzt stressig. Religion gründen. Höchstwahrscheinlich. Naja, gut. Es ist jetzt nicht so schwer, wenn du erster bist. Das stimmt nicht wegen Turntimer. Ja, das meine ich ja. Eben, aber trotzdem. Es ist jetzt nicht so schwer, wenn er allererster ist. Dann muss er nicht lange überlegen. Ja, gut. Aus dem Gesichtspunkt ist richtig. Oh, ich hab dreimal Baren lang an der Hauptstadt. Oh. Nett. Da hab ich doch glatt was gefunden, was Nettes. Die Barbara Baren haben richtig Bock. Sowas hat er dann gegründet. Ich glaub ich für dieses Spiel keine Religion, so wie's ausschaut. Pagoden und Zehens. Wer hätte es gedacht. Ja, halt. Die schlechten Sachen nehm ich auch immer. Meine Hauptstadt ist eigentlich ziemlich geil, was Ressourcen angeht. Aber ich hab so absolut keine Expanse. Genial, äh nicht Genial. Info links von mir. Und Stadtstaaten rechts links. Und unter mir ist Dundra. Also. Das ist wieder richtig geil. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Ja. Ternate. Ey, Schuas hat echt einen Einfeld-Zugang zu seiner Hauptstadt. Ja, halt, ey. Ja, halt, ey. Mir fehlt jetzt nur noch wenn mal, also die Hauptstadt. Die Hauptstadt? Ja, da kannst du suchen. Wenn mal. Wenn mal. Wenn mal. Äh, wenn mal hattest du. Ach egal. Ich hab eine Hauptstadt, die es nicht mehr gibt in der heutigen Welt. Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich gerade? Ne, mich wollen sie verarschen, nicht dich. Mich auch. Ich hab grad. Also, Baban haben grad die Welt von mir geplündert, was ich gerade eben erst verbessert hatte. Ja, bei mir wurde grad ein eskortierter Siedler abgezogen. Das ist fettisch. Ja. Dann war der aber nicht eskortiert. Er war eskortiert. Das könnte bei mir auch passieren, wenn ich da hingehe, wo ich hin bin. Die haben ja einen halt getötet. Wer hat mein Siedler jetzt erstmal woanders entwickelt. Ach so. Ja, das ist natürlich eine andere Idee. Ja. Bogenschütze gespawnt, drauf geschossen und dann Melee. Genü, ich hab grad nen Sack gelegt begangen. Hab nen Bautrupp bei einem Panzer geklaut. Ah, muss ich mir mal nen Bautrupp wiederholen. Ach Gott. Er ist ja mein Bautrupp, mein Siedler. Die Frage ist, wo der hingelaufen ist. Ich bin da grad in der Nähe mit nem Scout. Würde mich ja schon freuen, wenn ich den finde, ne. Den kriegt der mit nem Scout da nicht raus. Und ich weiß, wo er hingelaufen ist. Weil das bei Bahnlager 4 fällt auf meiner Hauptstadt weg ist. Ja, ich seh das Lager. Ich bin fast neben dem Lager mit meinem Scout. Gott, König war Genio, oder? Die Barbaren können nicht move'n und, äh, dings, äh, und schießen. Ja, ich hab immer noch keinen Pantheon, ich fick. Die können nicht move'n, aber die können spawnen und schießen. Ja, aber ich hab das bei Bahnlager zerstört. Ach, ich glaub' mein Krieger wird draufgehen. Naja, dann ist es halt so. Die Punkteliste schaut jetzt auch komplett verunstaltet aus. Äh, Info, Anschluss. Hat Info nicht einen Salzstart? Nein. RSGE hat Salzstart. RSGE. Das sind halt 61 Punkte durch, äh, Religion. Ja. 1, 2, 3, 4 Salz, 2 Weizen, Pferde, mindestens einmal Fische und Weihrauch. Ja, Anschluss. Wo ist das vierte Salz? Das sehe ich selber nicht. Ich hab übrigens einmal Weihrauch. Ich mein, das sind die Ressourcen meiner Stadt. Ja. Waiting for players. Äh. Weihrauch und Trüffe. Du darfst den Trüffe nicht vergessen. Äh, die hab ich noch nicht. Ja, ich hab auch erst 3 Salz. Äh, True, das hat mich grad... Ich war so kurz davor auf deinen Seater zu klicken grade. Ich weiß, weil du da stehst, hab ich ihn jetzt auch in die andere Richtung gezogen. Ich hab mir das überlegt und ich hab mich dagegen entschieden. Das hättest du auch nicht geschafft. Der hat dich instant bewegt. Aber hey, mein Bautrupp hat jetzt plus Kampfstärke in Wald und Dschungel. Was? Du brauchst das halt Bautrupp. Das ist die Fähigkeit. Ah, fuck. Nein, ich bin dumm. Ah. True, du weißt auch warum mein Scout da steht, oder? Ja, sicher. Der steht da nicht um dich zu heilen. Der wird da auch gleich sterben. Ich hab grad meinen dritten Archer anbauen und danach schieße ich den einfach mit allen dreien ab. Aha, ich bin so... Aber du hättest das genauso gespielt, oder? Ne, ich hab mich in die andere Öffnung gestellt. Ich kenn die andere nicht. Ja, siehst du. Das ist das Problem. By the way, hi. Wer jetzt... Komm, ich bin jetzt sozial, True, du kannst da raus. Danke. Oh, der Bautrupp. Ich finde, davon, dass ich Salzstadt hab, sieht das nochmal ganz schön interessant aus, so der Demographie. Ja, da bin ich ganz schön weit hinten. Ich bin halt auf 1, weil ich zwei Städte hab. Ja, ja. Ja, meine, da ist irgendwie der Bautrupp-Alefanten gekommen. Ahhhh. Der ist dieser. Halt die Fresse. Wir spielen auf Quick, ne? Ja. Ah, da ist die Hauptstadt. Okay, dann pack das. Los geht's. So. True's Research. Ernsthaft, True? Unter meiner Hauptstadt da im Schnee ist ein Barbarenlager gespawnt. Ah, da bin ich grad weggegangen. Ja, da kommt grad der Archer hoch. So. So. Darf ich ja nicht vergessen, die, die Schutze auf ihn zu machen. Und sag mal im Reload. Ja. Jetzt schon? Oh Gott. Kann auch passieren. Ja. Reload. Doch, kommt. Ja. Musik ist weg. Oder Zip stürzt ab. Das kann bei mir auch gut mal passieren. Was? Okay. Glück gehabt. Der Grafiker hatte viel Spaß mit meinem Typen hier. Ja. Vor allem mit diesen Ländenschurz, den er da unten trägt. Ist eigentlich nur so ein Schal, den er sich um die Hüften gebunden hat, damit es so aussieht, dass würde er was tragen. Ja. Ternat. Es ist ein neues Naturwunder. Danke, Ternat. Was haben wir denn noch? Ich finde meine Musik ist das schön. Aquarius ist halt auch schon weg, ne? Da ist er Belasto. Das war doch instant weg. Ja. Ist halt kaum noch was Gutes für mich da. Gibt es noch Kultur von Plantagen? Ja. Das habe ich gerade genommen. Wollte ich gerade sagen. Du hast gerade von Weiden genommen. Ja. Naja, Weiden meine ich ja. Ich dachte, du nimmst einfach Plantagen, weil du hast ja auch viele Plantagen in der Hauptstadt. Okay, ja. Plantagen habe ich mir überlegt, weil... Plantagen habe ich, das denkst du, habe ich, wenn ich den Kakao weghalze, den holze ich nicht weg, weil da Dschungel drüber ist. Habe ich ein Dreien-Nahrungs- und Wissenschaftsfeld. Stimmt. Ich habe es mir überlegt. Ja. Ein Kakao, ein Kakao machst du weg. Ja, einen mache ich weg. Der war unterm Wald. Und die Seide machst du auch weg. Ja, die Seide ist auch unterm Wald. Ja, die machst du ja weg. Dieses Barbarenlager bei mir an der Hauptstadt ist richtig nervig. Haben die deinen Siedler geklaut? Sieht das so aus, als wenn die meinen Siedler geklaut hätten. Ja, dann bitte bescheiden. Oh, schau Paolo, du hast nicht einen Nugberg, oder? Du brauchst mehr Berg, du, Alter. Auf jeden. Demografie sieht bei mir absolut mau aus. Ja. Same. Interessant. Ah, ich feiere auf eine Religion in die Runde. Ach, komm, Info. Was? Wer weiß das? Der Scout erkundet nur. Ja, wenn er am Bautrupp nebensteht. Tut mir leid, dass ich da durch ein Loch in der Bergkette hochgelaufen bin. Ja, muss durch ein anderes Loch gehen. Eben, durch Löcher gehen. Das, äh... Das, äh... Mein Berg ist halt löchrig, die Schweizer Käse. Ja. Das, was anderes... Das heißt, du hast die Alpen. Wenn, dann hat Truly Himalaya, ja. Also kann ein Scouter bitte weg. Ja, ja, der bewegt sich dann schon weiter. Ich finde den ziemlich unsympathisch. Äh... Das war die falsche Richtung. Schaut mir leid, dass... SGE ist Yields ein. Verseht ihr das? Das ist doch unmenschlich. Ja, das ist unmenschlich. Ich hab andere Probleme, Graz. Entschuldigung. Ach, jetzt bin ich... Jetzt bin ich da vorne. Oh. Eben war Info noch vorne. Ja. Du hast halt einen Seilstand, was erwartet. Info war nie vorne. Er hat nur eine Religion gegründet. Nein. Es geht nicht um Punkt. Es geht um die Demografie. In der Demografie, weil er zwei Städte hat. Info vorne. Ja, weil er zwei Städte hat. Wenn man hättest du denn jetzt geklaut, dann wärst du tot. Warum sollte ich? Es gibt so Leute, so Kandidaten, die das machen. Ich mach das auch, aber ich hab grad keinen Grund dazu. Info. Danke. Ich renne nur dahin, wo man unentdeckt ist. Ja, mein Land bleibt unentdeckt. Nö. Nö. Aber das find ich jetzt schon ein Angriff auf meine Demokratie. Nö. 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 Ich werde gerade das Labe einfach anschließen. Ich hängst zu, was ich hier mache. Ich habe vergessen, die Pflanzen zu gießen. Das ist ja jetzt lebensbedrohlich für die Pflanzen. Ja, das ist lebensbedrohlich. Weil die draußen sind. Dann muss es doch nur regnen. Ja, aber was, wenn es nicht regnet? Ja, dann ist das halt Natur, ist es wie es ist. Dann ist das Natur, Alter. Das ist auch wieder so eine Aussage. Dann haben die Pflanzen halt einfach Pech gehabt. Genau. Wenn ich dich ersteche, dann war das halt Natur. Ja, richtig, ist das so. Ja, so dass wir Menschen, dass wir Spezies auslöpfen, das ist halt Natur. So sind wir halt. Das ist halt Natur. Hallo, Keroem. Wir stehen neben deiner Aussage. Das ist Ironie an alle, die es nicht verstehen. Ich glaube dir nicht, dass das Ironie ist. Ich denke, dass du das vollständig ernst meinst. Okay, mach das. Natur. Ich schließe dich jetzt mit diesem Krieger an. Ja, tu das gerne. Willst du angeschlossen werden? Ternate hat eine Quest für mich, dass ich das mal Bahnlager entferne, in dem Konstantinopels Siedler festgehalten wird. Ach, das ist irgendwo da oben. Wer hat eigentlich so lila-weiße Border? Ist das wenn mal? Ja. Lila-Blau, aber ja. Das ist kein Blau für mich. Ternate ist Blau. Das ist lila-Blau. Ja gut, okay. Ich bin ein Fan von Ternate. Ich habe einen Observatoriums-Hauptschot, das finde ich halt ganz cool. Weißt du? Also ich finde René ist letzter bei Soldaten, den können wir ruhig mal angreifen. Ja, das ist doch genau das, was ich sage. Keine Sorge, ich schließe den für euch an, okay? Okay. Hallo, Moria-Schrein. Der nimmt schon auch eine echt leckere Hauptstadt. Ja, ich will die gerade. Geht mal weg, bitte. Wir wollen nur kuscheln. Also ich... Ja, wenn... Holt euch eine Freundin oder so. Wie war das doch mal, der tut nichts, der will nur abhören. Warum denn oder sowas? Das ist schon gut. Und wir wollen nur kuscheln, holt euch eine Freundin oder sowas. Ternate, hehehe. Ternate, Alter. Bisschen Homo geht immer. Aber ich bin jetzt auf 2 bei Wackbum, hinter RSGE. Ja, aber ganz knapp. Weil ich bin auf 3 mit 25, also... Vielleicht auf 26. Ja. Na, Wackbum bin ich erstmal ganz hinten. Ternate, Huchee. So. Verbessert das mal bitte. Moria schreien, ey. Es tut mir echt leid, dass ich so dicht auf dir draufhacke, ne? Ja, das... Es tut mir wirklich ein bisschen leid. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich sehe mein Ende vor meinen Augen. Keine Sorge, ich schließe doch niemanden an. Würde ich Nini tun. Nini stimmt, ich mach's Nini. Aber von 2 angeschlossen zu werden ist ein neues Erlebnis, sonst wurde ich immer nur von Ginyu angeschlossen. Ich glaube, dieses Schicksal blüht anderen Personen zum Spiel. Das ist schön. Irgendwie ist es auch von Leid in dieser Runde. Ja, weil er sich über seinen Start ärgert. Ja. Hab ich auch gerade sagen wollen. Wir können ja resetten, ne? Ja, können wir bitte resetten, ich will nicht neben 2 sein. Salvador steht und der nächste Anschluss wird dann bei Kanako. Das Problem war nicht, ich hab richtige Kack-Ansch... Kack-Expense, so. Kero, warum willst du denn nicht neben mir sein? Ich find das hier schön kuschelig. Find ich auch. Wer ist denn nicht gerne neben Schroo? Siehst du, Salvador? Die Stadt ist schön, die hat Marmor. Sonst eine... Immer. Ich bin wirklich nur die nächste. Überhaupt nicht. Aber ich bin tatsächlich erstaunt, ich konnte den Bonus, den wir Polynesian gibt, tatsächlich schon ein bisschen nutzen. Immerhin. Ja. Ich konnte meine Boni bisher noch nicht nutzen, so wie es in jedem Spiel ist. Ich hab meine Stund... Ich bin immer von, du wärst auf meinem Spawn, ey. Das ist so, das ist so, das ist so, das ist so, das, so, so Sif gibt mir ne gute Sif halt, aber sagt, sagt so, nö, du kannst die jetzt nicht richtig gut ausnutzen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde Spawns tauschen mit dir. Ich würde lieber da gespawnt, wo du willst. Mit Brasilien. Aber mit Brasilien spawns du halt da, wo ich bin. Ja, ich weiß. Mein Spawn ist echt nicht zu beschweren, also echt gut. Ist aber schön, dass du bei Soldaten auf dem letzten Platz bist. Das find ich sehr einladend. Ja. Nett von dir, danke. Das kommt noch. Ja, bei mir kommt da auch noch was, definitiv. Ja, das ist mir klar. Die Stadtstarten liegen für mich richtig scheiße. Ich hab gar keinen Bock auf die. Quick ist aber echt ungewohnt, wie schnell alles auf einmal geht. Spielst du sonst nicht Quick? Ich spiel sonst immer Standard. Ich spiel auch recht gern Standard, aber für Multiplayer ist Quick halt vernünftiger. Ewa, Info, was ist bitte das für ein Zeichen für deine Religion? Eins der Neuen. Wir haben neue Religion. Wir sind alle ziemlich hart missgelügt. Info, hilfst du mir eigentlich hier René anzuschließen, oder wie sieht das aus? Pris. Ach guck, man sieht das auch doppelte Kampfstärke auf Wald und Dschungel. Mega Typ. Also nicht doppelt, plus 50 Prozent, aber ja. Ich seh, wo deine Städte sind, Info, ja. Ich hab alles gescoutet. Da kommt wieder so ein Gindy-Späer. Also Info, ich find das jetzt schon ziemlich aggressiv, was du da machst. Beruhig dich, René. Du sagst nicht aggressiv, man. Wo soll ich denn jetzt, wenn du dritte Stadt hinklatschen, Alter? Digga. Ja, das ist auf einer 6er-Map, die eng ist, schon immer so, ne? Da muss man mit leben. Ja, das ist echt eklig. Ich hab noch nie 6 so gespielt, deswegen bin ich das einfach nicht gewohnt, dass wir irgendwie... Ach, ihr habt schon zwei Städte! Ich hab drei. Drei? Ein! Ah, Gott. Ich könnte mich diese Runde so aufregen. Stört dich doch nicht, wenn ich meinen Scout direkt neben deiner Hauptstadt stelle, oder, René? Nein, überhaupt nicht. Gut. Nett von dir. Na, wieder gern. Das sind ja immerhin Freunde. Sind wir? Ich dachte, ich schließe dich an die Runde. Wisst ihr, was schön ist? Ich hab grad meinen... Ah, mein... Mein Siedler wiedererobert. Wisst ihr, was dann passiert ist? Über Warnhammer haben wir sich zurückgeholt. Ich glaube, ich schließe WENN mal an. Ich glaube, das ist einfacher, die Runde. Ich glaube, der wehrt sich nicht. Die Baban haben von mir heute schon vier Einheiten getötet. Die Sache ist, wenn man halt auf einem Hügel gesettelt hat. Moria-Schrein ist ein Flatline-Settel. Das ist einfacher. Ich hab mich halt gemovt. Wenn du bei Moria-Schrein mit drei Kompos kommst, jetzt das Ding down. Vielleicht sogar mit einem Triebehock. Katapult- und Langschwertkämpfer. Ja, wenn schon. Die Sache ist, ich glaube, ich warte bis, wenn man eine Religion gründet. Dann nehme ich seine Hauptstadt ein und nehme mir seine Religion. Das passiert sogar bald mit der Religion wahrscheinlich. Na gut. Ich muss gerade... Ich hab gerade halt drei Einheiten, die diesem Barbaren mit meinem Liebner hinterherjagen. Ja, du schaust ja sonst nur ohne zu schreiben. Schön, dass du Hallo sagst. Freut mich. Ja, ich bin hier Peter und sehr eingeengt. Das ist nicht so ganz toll. Aber wir wollen ja Moria-Schrein anschließen und dann geht das schon. Nicht wahr, Moria? Genio, du weißt, was ich da hin wollte. Hm? Du weißt, was ich da hin wollte. Wohin? Da, wo gerade was aufgeploppt ist. Ach so, ja. Hättest du deinen Ziel halt nicht verlieren sollen. Also, da hab ich auch schon überlegt. Nee, das wäre mein drittspot gewesen, nicht mein zweitespot. Ja, das wäre mein viertespot gewesen. Ja, ich muss gerade echt gucken. Ah, innen kommt aber eine Cold-Sville-Stadt mit Salz, die in Flatland gesettelt ist. Das klingt nach Fregatten. Ich glaube, ich weiß auch, wo meine nächste Stadt hinkommt. Hat ein Banzer eigentlich eine Luxus-Ressource? Denn die haben die nicht. Die sagen, die haben Gems, aber das Feld gehört denen gar nicht. Jetzt gehört es ihnen. Jetzt gehört es ihnen. Nevermind. Begin hat ein Atemus-Tempel gebaut. Jupp. Habe ich ja schon gesagt. Wenn ich die bauere, das nehme ich an alle Beine gegeben. Es jagen gerade drei Einheiten einsperrbaren. Das ist so schön. Ich habe halt einfach das Problem, dass ich nicht genug Platz habe. Ich muss Stadtstaaten anschließen. Wolltest du nicht mich anschließen? Ja, du bist ein bisschen weit weg. Da muss ich wahrscheinlich erstmal Columbo anschließen, oder nicht? Columbo oder Ternate? Warum musst du nicht durch bei Ternate bei mir? Ja, natürlich kommst du halt durch. Das ist ein Fade. Ja, ich weiß. Und da schließe ich, wenn, dann brattest Lava an. Ja, und nach Brattest Lava gehst du wohl nach Ternate? Nee, dann gehe ich rüber zu Moria-Schrein. Ist das wieder schön, die Runde. Ich versinke innerlich in Trauer. Du hast geflatnt, Lamp-Settle direkt neben mir. Was erwartest du denn? Ja, ich wusste ja auch natürlich, dass du neben mir bist. Und Hügel war ja auch sofort ersichtlich. Ich werde diese Zone leider weder Religion noch Stadtstaaten-Game spielen können. Aber hey, dann spiele ich halt mal Kriegerin. Barbaren-Sauen, oder? Ja, sicher. Äh, Scouts-Sauen, Entschuldigung. Weil... Ach Gott, ich krieg grad schlechte Laune. Es sound alles. Ich krieg grad richtig schlechte Laune. Ja, hier hab ich nämlich jetzt das Problem, dass sie sich die Felder nicht gern teilen möchten, meine Städte. Genau deswegen werde ich Leute anschließen, dieses Spiel. Brasilien teilt leider nicht gerne, deswegen teilen wir unsere Freude mit dem Bansa-Kongo. Immerhin schlecht einzunehmen bei mir, ja immerhin. Und glücklich macht's mich nicht, wie du vielleicht merkst. Ich find's schön, wie Info die große Bib baut. Ach, die hab ich jetzt nächste Runde fertig, sorry Info. Ich weiß, der Bib ist immer nächste Runde fertig. Jupp. Wer weiß, vielleicht ist meine auch nächste Runde fertig. Ja, weil er weiß, vielleicht bin ich ja Host. Na, da kommt der Host-Bias. Ich glaub nicht, dass Info's nächste Runde fertig ist. Ich hab ja geguckt, wer die schon baut. Ich hab vorher eben angefangen und ich hab ja wenigstens ein bisschen Stein in meiner Hauptstadt und ein Schafsfeld, was schon verbessert ist. Und ein Pferdefeld, was schon verbessert ist. Ich glaub nicht, dass er mich da outpropost mit seiner Hauptstadt. Alter, Ginius Hauptstadt hat doch überhaupt kein Wachstum, kann das sein. Wisst ihr, was witzig ist? Die Barbaren eskortieren den Siedler gerade dahin, wo ich die Stadt auch gründen will. Na, das ist doch praktisch. Lässt du direkt von den Barbaren helfen? Ja, aber die halten mich ja auch auf, wenn die Verstärkung anrückt. Die gründen wahrscheinlich gleich die Stadt für sich selber. Was wär' ich geil, wenn man barbaren Städte gründen würde mit deinem... Das wär' richtig cool. Wie in Saphir, da gab's das. Da gab's Barbarenstädte. Das wär' richtig eklig. Ich find' das richtig gut. Aber in Saphir konnte auch ein Barbar aus einer alten Ruine spawnen, also... Geil. Also nicht Barbarenlager auftauchen, sondern das ist da wirklich gespawnt, die Einheit. Ja, ja, find' ich gut. Und du konntest irgendwie 20 Einheiten auf ein Feld packen. Dann hast du halt einfach mit einem Feld, weißt du, dann kamst du an... Genau, das weiß ich. Ne, neben einer, das ist... Das mit diesem Einheiten-Stacking, das hat ich mal Schalt bekommen gehabt. Ja, das ist das, das war einfach so ehelich. Ich hab' ja mal ne Runde Ziv 4 gespielt im Stream. Das war sehr spaßig. Dann kam so ein Feld an Einheiten von der Gegner-KI an, und auf einmal war meine Stadt platt. Eine Runde später. War nicht schön. Meine Wip wäre zwei Runden später fertig geworden. Ja, ja, das hab' ich mir schon gedacht, dass ich die kriege. Ja. Das war ziemlich safe, glaub' ich. Ja. Wie viel hat's bei dir gedauert? Ich glaub' insgesamt elf Runden. Ich hab' sieben, glaub' ich, gebraucht. Ja, ich hab' die auch recht früh angefangen, ne? Ja. Ich hab' mir halt gedacht, ja, kann man mal probieren. Ich hab' mir gedacht, kann man mal currency mit aufmachen, die Petra als erster bauen. Ja. Die hätt' ich ja nämlich sehr, sehr gerne. Also mich nimmt hier auch, glaub' ich, keiner ein. Ich komm' mal mit nem Scout zu dir rüber. Zu mir? Ich steh' gerade in Columbo. Ah, dann stehst du über mir, ja? Ja, ja. Da kommst du nicht ran, du läufst dann in einen Wald ran und mehr siehst du nicht. Du siehst vielleicht mein Schafsfeld noch. Ja. Gott, wie viele Stadtstaaten hier auch überall noch rumhängen, zwischendrin. Ja, die sind komplett um mich rum auch. Ich hab' vier Stadtstaaten direkt um mich rum als Zirkel so. Und ne Bergkette, also an mich kommt man gar nicht ran. Werde leider aus dem Spawn hier nicht so viel machen können, wie ich gerne wollen würde. Aber ich find's gut. Zumindest zwei Stadtstaaten haben schon jeweils zwei Follower von meiner Religion. Religion gegründet? Kirchengüter und Moscheen, oder? Fuck Barbarians. Peace Lobbing und Moscheen. Was? Wer war das? Zufriedenheit und religiöse Gemeinschaft und Moscheen, okay. Ja. Keine Kirchengüter? Nein. Ich hab' ein Stadtstaaten-Quest gemacht für Quebec Maritim, bin ich gut gerade am Anfang. Komm, da gibt mir mal ein paar Petra-Quests, Leute. Gebt ihr nicht, schade. Ich mein, ich könnte auch Stonehenge sparen, dann würde ich auch ne Religion kriegen, aber scheiß drauf, ich erober mir einfach eine. Das ist heute der Plan, Religion erobern. Kennt ihr? René hat ja eine oder nicht, die René hat keiner. Ja, der darf gern noch eine gründen. Welchen Fan? Nee, du grünstst doch bestimmt für mich ne Religion, oder? Kann ich gerne machen. Danke. So, mein Scout wird jetzt ein Kamikaze auf Barbaren machen. Oh, ne, die haben ihn gekamikazet. Tja, ne? Wie sehen wir uns im Leben? Ey, Ginyo! Kriegserklärung, das ist mir jetzt scheißegal. Und wenn ich das ganze Scheißspiel jetzt hinten liege, das ist mir egal, ich pisse dich jetzt nur noch an dafür. Geil, was habt ihr da gemacht? Das weißt du ganz genau. Das weißt du ganz genau. Aha. Äh, was? Ich seh hier nix, aber... Ja, Ginyo weiß, was ich meine. Weiter kannst du noch nicht reinlaufen, da gibt's erstmal zwei Linien im Wald. Geil! Wenn du was sehen willst, musst du von unten ranlaufen, dann siehst du deinen Dschungel. Also, was ich deswegen jetzt Zäuthi bin, kannst du, glaub ich, nachvollziehen, oder? Äh... Hast du den Siel aus dem Barbarenlager rausgeholt, Juni? Uff! Tja, Ginyo, du hast nen Freund gewonnen für die Runde, hab ich gehört. Ist das ein Reload? Nee. Ich kann meine Karte noch bewegen, das ist bloß ein langsamer Zug. Bei mir läuft ja noch irgendwie ein Timer ab, warum auch immer. Ja, der läuft, wenn er noch lädt. Also, wenn alle rausgedrückt haben und er noch lädt, dann läuft der halt weiter. Während das lädt. Genau. Du hättest gern hängende Garten, ja, ich auch, aber ich baue grad die Petra. Wow, okay. Nee, ich bin grad, ich bin jetzt maximal angepisst, tatsächlich. Ich wär's nicht verstehen, mich interessiert's auch nicht. Nee, du hast mal nen Siedler grad abgezogen und den zum Bautrupp gemacht, den ich das halbe spiel' jetzt jagen und ich grad ganz dringend gebraucht hätte. Und den ich nächste Runde oder nie übernächste Runde bekommen hätte wieder. Hättest ja auch neun bauen können. Ich hab schon längst neun gebaut, aber ich brauch jetzt regt auch direkt ne dreite Stadt. Ne dreite Stadt. Ey, Entschuldigung, ich bin grad ein bisschen Piss. Die bräuchte ich auch ne dreite Stadt. Ich hab demnächst, ähm, Kakao doppelt, wenn wer handeln will. Tatsächlich würd ich sogar mit dir handeln. Ja, also ganz ehrlich, guck dir meinen Spawn an. Nicht deswegen, äh, weil mir gerade ein bisschen mir das auf den Piss grad geht. Okay, dann verbessere ich gleich Kakao und dann geb ich dir einen, ja? Ja, ja, warte, ich verbessere gleich mein zweites Elfenbein, dann kann ich dir den Scheiß rüberschieben. Ja, ich muss hier noch einen Dschungel runterholzen, ne, so ist es nicht. Ja, ja. Ich hab noch einen für alle, also so wirklich. Also ne, meine Elfenbein müssen beide noch verbessert werden. Ich verbessere grad meinen Marmor in der Drittstadt. Hätte ich gerne eine Hauptstadt gehabt, aber was kann ich alles haben, ne? Ternaté hätte gerne eine Handelsgute. Wie wär's mit dem Anschluss stattdessen, Ternaté? Klingt das auch gut? Aber natürlich true. Danke, Ternaté. Sie sind ja nett. Ternaté sind meine Freunde. Wer von euch baut eigentlich gerade die hängenden Gärten alles? Ich nicht. Orakel? Ah, Moria schreien, sehr gut, die will ich ja anschließen. Ich würd jetzt ganz oft sagen, dass er Schiss kriegt und irgendwann mach ich's wirklich in der Rechnern nicht damit, weil ich's das ganze Spiel schon sage. Jehe, jehe, wir lieben Ternaté. Jehe, jehe, wir lieben Ternaté. Oh Mann, paar Sachen rausschicken hier. Wie ist, weißt du eigentlich, wie das bei mir ist? Muss die Hauptstadt meiner Religion folgen, oder? Sie ist meine Stadt eh schon, ja. Die Mehrheit der Städte ist, glaube ich, die Hauptstadt und die Hälfte der Städte beides. Ah. Willst du zum Ria-Schrank gerade mal rüberschieben oder zu Ginyu? Wahrscheinlich zu Ginyu, oder? Oder krieg ich direkt deine Religion-Info? Nee, 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 ich frag halt bloß, weil dann kann ich mir sicher sein, dass zum Beispiel dann bald von, sobald die Religion in den zwei Stadtstädten ist, von Ginyu nix kommt. Wenn der keine hat und ich in eine von seinen Städten meine reinhabe, aber... Ab dem Industrie-Zeitalter geht's wieder, Endgame-Krieg ist offen. Jaja, klar, aber bis dahin. Bis dahin ist jehe, jehe, wir lieben Ternaté, ja. Hallo, Moria-Schrein, Kompos hast du schon getackt, hast du so'n Schiss? Da witzelt man einmal rum, wen anzuschließen und der baut direkt Kompos, bevor der Staatliche macht. Stadtmauer hätt's übrigens auch getan, ne, so. Wenn, schließe ich eh erst mal die Stadt starten um mich rum an. Atheismus? Von RSGE. Ich bin nicht schön, wie ihr alle eine Religion vor mir habt. Vor allem, es gibt nur noch eine. Ja, genau. Ach ja, wenn jemand Ginyu anschließt, schenke ich mir das Rest des Spiels 10% von meinem Gold. Also Gesamteinkommen halt. Die Frage ist, wie viel machst du, ne? Aktuell noch nicht viel, aber bis das halt so weit ist, dass es niemand angeschlossen hat, ist es dann wahrscheinlich eine ganze Menge. Das ist nur wieder auf dem Niveau, ja. Schön. Ginyu, ich glaube, ich werde dieses Spiel was Unverzeihliches tun. Du wirst nicht etwa mit Banzer. Ich will mit dem Banzer anschließen, Ginyu. True? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Denunzierst du mich? Ja. Oh nein. Offiziell denunziert. Was hat True gemacht? Noch nicht. Ich möchte gerne im Banzer Kongo anschließen. Das ist kein Kavalierdelikt, ich weiß, Ginyu. Aber die haben Edelsteine und sind auch Coastal, dann kann ich Frachter laufen lassen. Und wenn ich da mit Kompos reinrenne, sind die Insta tot, Ginyu. Du musst es verstehen, Ginyu. Das ist zu ihrem Besten. Das ist zu meinem Besten, Ginyu. Oh, Adrianopel, da links neben meiner Hauptstadt, hinter der Kette. Kannst du mir vielleicht mal das Steinfeld da verbessern? Wenn mal. Da muss ich sonst mit Bauten auch mal ausprobieren. Was gibst du mir dafür? Das Steinfeld wollte ich mir eigentlich jetzt kaufen, aber dann mache ich es gerade natürlich nicht. Du kannst das nicht verbessern. Sorry. Das hat mich gerade automatisch ausgedehnt. Das war ich nicht. Ja, das ist gut. Ich werfe dir nichts vor. Die Stadtstarten werden mich dieses Game alle so hassen. Ich werde die echt anschließen müssen. Dann hassen sie dich ja noch mehr. Ja, wo ist Baron Dran? Siehst du hier, was ich hier sehe? Baron Dran, nicht schön. Ich bin eingeengelt. Peter ist ein Engel. Ich muss mal gucken, sobald Stadtstarten meine Religion hat, mit wie viel Glauben ich Einfluss kaufen kann. Ja, warte mal hier, Fangfrage in die Runde. Wer von euch hat schon mal Peter gespielt und einen guten Spawn gehabt? Ich. Peter hat keine so Kack-Spawns. Also ich meine so einen richtig guten. Mit Sicherheit irgendwann mal, aber mir fällt es gerade spontan nicht ein. Denkt doch mit der Zift dann eher weniger zusammen, ob es ein richtig guter ist. Also schon so ein bisschen, aber... So, ich verbessere jetzt mein zweites Kakaone, wenn du dann traden willst. Ja, ich muss gerade meine Helfenbeine zu Ende verbessern. Ja, wie gesagt, ich haue gerade den Dschungel runter. Das dauert noch zwei Runden und dann verbessere ich es. Obwohl ich aktuell kein Zufriedeneres Problem habe, weil ich nur zwei Städte habe, woran das liegen könnte. Ich habe auch nur zwei Städte, woran das wohl liegen könnte. Wurden dir Siedler geklaut? Nö, es wurde sehr, sehr hart zuge... Du musst dir vorstellen, überall in meiner Hauptstadt ist ein Stadtstaat. Rechts von meiner Hauptstadt ist ein Stadtstaat. Unter mir ist Tundra mit Schnee. Ja, die Städte... Links von mir ist Info. Wo kann ich Sette denn genau? Nirgendwo. Die Städte, die ich rausplatschen werde, werden auch scheiße sein, aber es sind halt Städte. Wieso hat der sich jetzt bewegt? Was ist... Oh mein Gott, ey. Dieser dumme Bautrupp, ey. Der hat gerade irgendwie einen Dauerbefehl ausgeführt. Ah, den Old Faithful. Warum dann schreibt er mies fürs, äh, expandieren, aber wenn ich ihn isolieren will, sind die Berge praktisch. Das stimmt, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem hier ein paar Stadtstaaten und einen Moria-Schrein anschließen. Was habe ich gesagt? Ich habe es gerade nicht zugehört, tut mir leid. Kannst du das wiederholen? Ja, große Bib haben ist halt schon ganz angenehm, wenn du so eingehen willst. Ah, dieses Spiel, ich habe einen Einwohner, Junge. Ich werde 10? Also, ich bin halt komplett aus dem... Ich bin halt so komplett aus dem Game raus, Alter. Kannst du den anschließen und ich schließe einen Moria-Schrein an, Genu? Aber wir sind Freunde. Aber ich bin mit Moria-Schrein auch befreundet, das passt doch dann. Hast du diesen werten Herren in seinen Ländenschurz gesehen? Der hintergeht niemanden. Ich habe diesen werten Herren in seinen Ländenschurz gesehen. Der hat keine Nahrung auf seinem Korn. Wer da hinten offen ist, will nicht, dass ihm jemand hintergeht, wenn du verstehst. Also macht er es selbst offen. Ja, der hat halt den Arsch offen. Ach, Genu, ich wollte mich kurz nochmal entschuldigen, dass ich eben an die Decke gegangen bin. Du kannst verstehen, dass ich ein bisschen angepisst war. Ich habe das erst gar nicht geschnallt, um ehrlich zu sein. Ich habe das erst gemerkt, als alle gesagt haben, das war ein Siedler. Ich habe da nur gesehen, dass da was in dem scheiß Lager steht. Ja, genau. Und das war halt mein zwei, also der erste, den ich gebaut habe. Du kannst verstehen, dass ich da ein bisschen pissig war, dass du den weggenommen hast, oder? Ja, kann ich jetzt durchaus, nachdem ich so stehe, ja. Deswegen war ich gerade auch erst ein bisschen sorry, gerade habe ich erst ziemlich sorry reagiert. Ist okay. Ja. Passiert einmal. Du schließt die Trottel. Mal. Ich kann es mir nicht erlauben, ich muss jetzt hier gucken. Eigentlich müsste ich jetzt Unabhängigkeit spielen. Ja, dann musst du auf der kleinen auf jeden Fall Leute anschließen. Nein, mit nur Abhängigkeit meine ich erst mal Städte rauskacken. Das Blöde ist, ich hätte sogar Unabhängigkeit spielen müssen, aber das erkennt man immer so viel. Dose von Eichendorf. Ich auch, weil Trudy Petra einbaut. Sorry, die ist gleich fertig, ja. Alles gut. In der schönen Provence liegt ein Tal zwischen waldigen Bergen. Die Trimmer des alten Schlosses Diron und Seen über die Wippeln sind die Einflusskeit. Ja, ich bin verschreckt, Genium. Ich finde Trudy Petra ist ganz rechts. Also hinter einer Bergkette. Ich darf eben keinen Screen von schicken, oder? Nee, das kannst du politisch übrigens nicht so stehen lassen, Info. Nur so. Ja. Moment mal, Ziel Brasilien für meine Stadt entdeckt. Moment, wo habe ich dich entdeckt? Wahrscheinlich über einen Berg. Ah. Vielleicht auch meine Stadtgrenze, die gehen schon teilweise über die Berge rüber. Habe ich ja gesagt. Geil, ich werde eine Tuntra Stadt zetteln müssen. Aber eine richtige Tuntra Stadt. Ja, ich muss Stadt starten anschließend und kann gar nicht mehr zetteln, also beschwer dich nicht. Doch, das tue ich gerade. Ich habe zwei Städte und kann nicht mehr zetteln. Du kannst doch noch zetteln nach oben links, du musst dich nur aufhören zu beschweren. Ach, da. Wo soll ich denn oben links was zetteln? Ja, links unter Terna Tee an dem See. Da hast du sogar Baumwolle. Du hast schon Baumwolle, ist egal, da hast du trotzdem Baumwolle. Kannst du jetzt einen Speer da einfach mal wegsetzen? Nein, der wohnt da. Du kannst ihn nicht aus deinem Hause rausziehen. Ich meine, ich kann ihn da hinstellen, wenn du möchtest. Ja, das ist schon angenehmer. Kommt aber wieder da hin. So sehe ich halt dein Stadtfeld, sorry. Wie lange brauchst du eigentlich für deine hängenden Gärten, bitte? Ich will ja nichts sagen, aber ich bin bei Manufacturing-Goods auf dem letzten Platz. Das ist natürlich belastend. Info-Scores sind natürlich ziemlich krass. Ja. Info-Scores sind immer krass. Ja, aber dafür schließt man den auch genauso leicht an. Außerdem nehmen wir da schon jedenfalls an der Hauptstadt. Das finde ich auch gut. Ja, Info schließt mich vor auf Tu an. Los, komm, das schaffst du. Du willst lieber von Info als von Tu angeschlossen werden? Naja, eigentlich... Das nehme ich als persönliche Beleidigung. Also, nee, ich sehe das eher so... Tu kann halt im Militär umgehen. Wenn du von ihm angeschlossen wirst, ist das halt... Kacke, aber nicht so schlimm. Und Info ist genauso kacke mit Militär wie ich. Von jemandem wie uns wesentlich angeschlossen werden. Ja, natürlich. Nimm halt einen Berg mit, anstatt den Wüstenhügels. Ist in Ordnung. Ja, Berge sind doch... Ja, Sicker. Ich besitze auch schon vier Berge in der Hauptstadt. Ein fünfter schadet nie. Ja. Also, immerhin habe ich ein Observatorium in der Hauptstadt. Da kann ich schon nicht meckern, aber uff. Ey, Alter. Tu hat den perfekten Stadt für mich so. Und ich wohne... Ich schließe dich an. Vielleicht kann ich deinen Effekt dann auch haben. Das wäre ganz cool. Einfach einfach scheiß Trades addieren, ja. So freuen würde ich mich, ja. Ja. Cool. Rio. Rio de Janeiro. Digga, jetzt kommt er da mit seinen Wüstenhügeln, mit drei Produktionen und Co. an. Da hast du auch mit Mina auch drei Produktionen. Und Einnahrung habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn du die hängenden Gärten nicht schon bauen würdest, ich würde die jetzt in neun Runden hinstellen. Hätte ich Bock drauf eigentlich. Ich hätte die vorhin vor allem bauen können. Ich dachte mir, das baut schon längst jemand. Ich hätte die auch bauen können, ja. Das sind die ziemlich in vielen Routen seit dem vergangenen und das ist nichts. Er hat stattdessen Kompost gebaut, ne. Kann ich auch nicht mal laut sagen. Er hat die halt angefangen und dann hat er angefangen, Kompost zu bauen. Nee, das hat einfach nur ewig gedauert bei mir. Du baust die gerade echt so lange? Wie lange baust du die? Naja, er hat... Tut mir leid, aber ich bin raus aus dem Game. Ich habe in der Zeit die fucking Petra gebaut. Er hat, glaube ich, insgesamt weniger Produktion als ich allein in meiner Hauptstadt. Und in meiner Freitstadt habe ich fast so viel. Guck dir mein Gelände an. Du hast auch die besten Wüsten auf deinem Gelände. Denn du hast das beste Gelände von uns allen. Meine Hauptstadt ist halb in der Tundra. Ja, aber momentan hast du das beste Gelände von uns. Ja, gut. Nicht auf Dauer. Das sage ich gar nicht. Das hast wahrscheinlich du. Ich habe fast gar kein Gelände. Ich bin praktisch komplett eingeigelt. Das beste Gelände habe ich, nachdem ich Moria-Schrein anschließen sollte. Sonst habe ich nicht das beste Gelände. Definitiv nicht. Ja. Ach, wunderschön. Wie seit wann spawnen eigentlich Barbaren im Sichtbereich? Das sollte doch nicht so sein. Die sind jetzt diesmal sogar regulär gespawnt. Oder hat jemand eine Ruine mitgenommen? Nee, ich nicht. Weil der ist gerade direkt an meinen Stadtgrenzen gespawnt, das Lager. Ich glaube, Honodulu kann es aufwählen. Ah, das wäre schön. In each mountain in the city's borders, add one save and one times. Ah, wie viel Sides wäre das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Schon mal allein von denen, die ich sehe. Dann hier nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Ah, das wäre so schön. Zehn save. Einfach so zu bekommen. Äh, SGE, du hast einen Salzschott. Ich werde mich nicht... Äh, bei mir ist gerade Ziv gefrashed. Oh, da mache ich einen save, ne, weil es ja... Ist der Turntimer. Ja, lassen wir den Zug noch rausdrücken, weil er das schon gemacht hat, oder wollen wir jetzt diesen Zug neu geladen? Ja, also wenn der jetzt rausdrückt, wenn ich jetzt gesagt habe, ihr seid ja alle fertig, dann lädt der nächste Zug, also überspringt dann keinen, weißt du. Sonst überspringt halt diesen Zug. Oder wenn du dich beeilst, also... Nein, äh... Ziv läuft angeblich noch, ist aber abgeschmiert, also... Überschaffst du es auch mit zu schaffen? Na, komm, ich gehe in die Lobby. Main, Main, Main. Steuerung, Alt, F4. Es waren auch zwei von diesen dummen... Ah, jetzt ist es. Ja, dauert aber irgendwie... Wir haben zwei, wir zwei immer Taskmanager. Ja, ja, ich habe nur zwei von diesen dummen Webengine-Processes gekillt. Jetzt gleich. Vielen Dank für den Followbar und dann live, sehe ich gerade erst. Habe ich die Alerts aus? Müsste ich eigentlich hören. Hast du einfach kein extra, äh... Keine extra Szene für Streaming, wo Alerts dumm sind? Doch, doch, habe ich doch. Aber die habe ich gerade irgendwie nicht gehört, obwohl da steht A Few Seconds A Go, Bound Unfollowed. Molf spielt übrigens gerade Ziv. Wat ein Penner, ey. Gut, dann ist ja super, dass wir gerade in den Lobby aufhören, dann kann ich ja mal kurz auf die Fläche gehen. Ist die noch offen? Ja, ja, schon wieder offen. Sind auch schon wieder Leute drin, deswegen... Geht mal der Blitzmerker unter uns. Und ich muss einfach fucking Peter spielen, ey. Ja, aber Peter mit einer Petra, also... Peter hat eine dicke Petra. Okay, sicherlich. Peter mit der Petra war übrigens das erste, was heute im Chat stand im Stream. Ja, das ist halt, ne? Das ist, äh... Ja, der Peter hat eine dicke Petra. Aber Leute, dick ist die nicht. Ich habe drei Fehler, die darauf ansprechen. Das war auch mir darauf bezogen, dass es ein Frauenname ist. Die Sache ist, ich brauche diese Petra, ansonsten ist mein Gelände absolut von Arsch. Das heißt, du hast Dschungel und Wüste. Ja. Passt ja perfekt zusammen. Hast du noch nie eine Oase gesehen? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt Oasen als Lantyze ins Big Bang. Ja, ich weiß. Meine Hauptstadt liegt in der Wüste. Meine Hauptstadt liegt auf dem schönen Grasland, ne? Ich meine, die Petra habe ich jetzt erstmal richtig solide Ginyu und wenn mal die Knight, und das ist schön. Was ist mit mir? Ich habe euch beiden die Petra weggenommen. Bei mir wäre das jetzt... Die war bei mir ein Geiergei gewesen, aber das stört halt nicht mein Spiel. Das Schlimmste ist, ich habe mir gerade überlegt, ob ich die hängenden Gärten noch baue nach der Petra, weil ich gedacht habe, dass Kerem damit aufgehört hat, weil er so lange gebraucht hat. Er brauchte ja scheinbar echt fertig in so 14 Runden oder so. Wie lange hat er jetzt gebaut da dran? Mindestens 11. Also am Anfang waren es 20 Runden. Boah, was? Du brauchst mit 20 Runden? Also 20 Runden? Na, ich hatte nichts anderes zu tun. Also meine Petra hat am Anfang auch 16 gedauert, ne? Aber das war doch jetzt nach und vorgesehen, weil ich dann in zwei Runden gewachsen bin auf dem Zwei-Produktions-Feld. Also ich könnte das Ding jetzt in... Was waren das? Fünf oder sieben Runden hinstellen? Hier neun. Ich glaube, mit fünf Runden wärst du da sogar schneller, weiß ich gar nicht. Ja, ich muss aber noch schnell staatliche fertig bauen. Warum dann schreibt gerade erst so mies in den Gamen? Ja, wir haben schon ein bisschen Erfahrung hier, einige von uns. Ich verrate hier übrigens nicht, wer. Also dieses Ding ist, normalerweise bin ich ein ganz durchschnittlicher Spieler, aber ich bin halt so aus dem Game raus, weil ich schon so Ewigkeiten wieder nicht gespielt habe, dass ich einfach nichts mehr hinkriege. Ja, ich habe diese Runde halt einen scheiß Sif und einen scheiß Spawn, aber das war ich nur. Ich bin diesen psychischen Druck nicht mehr gewöhnt, neben irgendeinem Ginyu oder im Zufu zu spawnen. Keine Sorge, ich schließe meistens erst ein bisschen später an, wenn es bei mir relativ chillig nebenher geht. Er muss erst Muria anschließen. Ginyu, ich mache das, glaube ich, andersrum. Ginyu schließt immer erst dann. Ja, das ist genau deswegen, ich bin halt so die Anti-Ginyu-Taktik gefahren, direkt Kompos auswählen, dann kann er mir nichts mehr, aber das hat halt jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, ich habe bei dir den Kompon gesehen und habe gesagt, okay, dann boah, ich habe erst mal zwei Wunder. Ist auch eine Reaktion, ne? Der Gegner rüstet auch erst mal Wunder, aber und? Muss sich ja lohnen, ne? Flame, mir geht es ja recht ähnlich. Ich spiele ja immer gegen Leute, die halt leichter zu besiegen sind, also. Das hört sich gerade so an, wie drücke ich das freundlich auf, dass die Scheiße spielen. Du musst das nicht vertuschen, alles gut. Nee, nee, das ist, ich will ja trotzdem dies diplomatisch ausdrücken. Ja, und weil du so eine freundliche Haut hast, hast du auch den Leid. Kommt drauf an, aus welchem Land du der Diplomat bist. Oh, mein Bogenschützer hat sich nicht gelegt. Ja, Russland drückt sich eigentlich immer sehr diplomatisch aus. Er hat irgendwie nur meinen halben Zug geladen. Ja, aber irgendwie auch. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist es. Hey, ich dachte, schau mal, du hast doch zwei Kotten bei dir, Moria Schrein. Wir machen einen Deal. Ich gebe dir Kakao gegen Kotten und dafür schließe ich dich erst mal nicht an. Erst mal für die Hochgurte. Guck mal. Was ist das? Okay, interessant. Die Ruine, die ich eingesammelt hatte, letzten Zug, hat mir jetzt was anderes gegeben. Ja, ja. Hier, Rohan, das ist das Feigenblatt, welches ich dir erreiche. Nimm es. Das Feigenblatt, das finde ich gut. Sehr schön, du hast nämlich dein zweites... RSGE. Ja. Dein Speer steht im zukünftigen Kriegsgebiet. Ich würde weggehen. Ich habe ja gesagt... Hallo, Mantik, Lars. Der geht da auch gleich weg. Der will nur sehen, wie das aussieht. Hier gibt es nichts zu sehen, außer Leid und Schmerzen. Ich will nicht sehen. Und du hast mir den Wheel of the King's Day in der Hauptstadt gegeben. Dann bewegt dein Speer mein Gelände, dann siehst du das ganz, ganz doll. Aber dafür müsste ich erst offene Grenzen machen. Nee, nee. Ohne offene Grenzen. Ach so. Ich vertraue dich. Hm, ja, nehme ich dieses Angebot an, das ist jetzt die Frage. Ja, keine Sorge, du kriegst dafür ein bedrohliches Messer die Runde. Ich muss meinen Speer erst mal fragen, ob er auf SM steht. Im Screenshot ist gerade so die Art of the Dealer aufgeploppt. Ja, SGE baut mal wieder Parthenon. Wie soll mal wieder? Du baust das gefühlt jedes Spiel. Echt? Warum überhaupt Parthenon? Ich baue das gefühlt nie. Baut halt sonst niemand, ne? Ja. Eben, warum nicht? Ist halt auch scheiße, das Wunder. Ja, aber warum dann nicht bauen? Will doch eh keiner haben. Aus der Argumentation heraus macht er. Ich wollte doch eigentlich, ich hab doch auf Karawane geswitcht. Jetzt hat er echt drei Züge in den Bogenschützen gesteckt. Das wollte ich nicht. Ja, ich hab auch was falsch gebaut. Der hat auch meine Einheiten umverteilt. Der hat einfach alles komplett verkackt. Wenn der jetzt nur noch zwei rumdauert, dann kann ich den auch noch fertig bauen, den Bogenschützen. Dann rüst ich halt doch auf. Was hat denn der gemacht? Der hat wirklich so einen Viertelzug. Der hat ja rausgedrückt. Ja, ja. Deswegen ist es eine Einheit von mir gestorben. Gratislava hat eine Stadtmauer gebaut, Mensch. Ich wollte dich doch anschließen. Ich mach das einfach mit Trieböcken. Ich kann die ja alle schon parken und dann erst angreifen. So ist ja nicht. Danke für die Religion. Moria, schreien bitte aufrüsten mit dem Teil. Hast du eine gute? Was ist denn das? Ich war schon vier Züge drüber. Kathedale, nimm doch Gartenhappiness, mein. Wenn ich das einnehme, will ich auch was Schönes haben. Mein Gott, was soll denn das? Da gibt es einen kleinen Tipp. Nimm mich einfach nicht ein. Ja, dann nehme ich halt Bratislava mit dem Banzer ein, wenn du mich in Ruhe lässt. Ist das in Ordnung? Dann können wir danach zusammen Info angreifen. Kriegt das nach einem guten Deal? Finde ich gut. Hilf mir, Bratislava einzunehmen und ich lasse dich in Ruhe. Ach ja, oh, bin ich dumm. Ich habe dir doch auch mein Feigenblatt gereicht. Peace Loving ist ja für feindliche Städte und nicht für eigene. Was für ein Ding. Das, wo du Happiness kriegst. Ich habe nicht gelesen. Ich habe geklickt. Wäre das für eigene, wäre das mega geil. Ja, ich dachte, es wäre für eigene, weil ich nicht gelesen habe. Das ist halt nicht für eigene, weil es sonst mega geil wäre. Nein, weil das Problem ist true. Turntimer. Ich hatte keine Zeit zum Lesen. Ach, der Turntimer. Der setzt doch aus, dass du das Spiel schon einigermaßen gut spielen kannst. Alter. Ginyu hat keine Nahrung auf seinem Kornspeicher. Auch Ginyu auf 1 bei Nahrung. Ja. Aber Info eskaliert richtig mit allem anderen, ne? Naja, also komm. Ich bin nicht bei Zufriedenheit und auch nicht bei Nahrung auf 1. Bei Zufriedenheit ist es auch nicht schwer, das 1 zu sein, wenn du zwei Städte hast. Ja, gut. Ja, gut. Na, sind wir fertig fertig? Da sind sie endlich. Oho. Es hat gedauert. Nee, wait. Erst mal Bomber, das hier. Na, Ginyu, kommst du mal rum? Da kommst du nicht rein. Das ist der einzige Durchgang, den du da gerade siehst. Und ich stelle ihn zu. Gefällt es dir, Ginyu? Hättest du bei der, bei dem, bei der Geografie, du da hast, gerne einen Seilschlag, Drew? Ja. Gott, ey. Da will man ein, da, das, das war einmal anzocken und dann kommen Leute an. Einmal in einem Live-Spiel. Dann hört er das tippen. Ja. Drew tippt schon seit gefühlt fünf Minuten. Recht. Ja. Na gut, du kannst da einen Timer ablesen, wie lange ich das schon tippt. Bei mir haben ein paar Bahnen gerade meine halbe Stadt geplündert, weil ich einfach gar nicht Zeit hatte, dazu zu gucken, was sie machen. Ja, ich musste ja mich gerade, ich musste ja gerade gleichzeitig zocken, weil ja Turntimer ist und nebenbei noch mit Leuten reden, die noch was von mir wollten. Und das war ja nicht nur eine Post, sondern dann kam auch noch eine zweite rein. Und beide kannte ich, also eine gut, eine weiß ich, wie die heißt und die andere wusste ich nicht mal, wie die heißt. Also, keine Ahnung. Mein kleiner Bruder hat gerade Besuch. Aber gut, das ist ja das Schöne, wenn man, äh, wenn man, äh, wenn man Multiplayer aufnimmt, dann haben, ich könnte die anderen ja reden, während man selber still ist. Mal davon abgesehen, dass ich diese Runde echt ganz, sowieso ganz schön still bin. Ja, weil du einen Seilsstart hast. Keine Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Dann verrate doch nicht meine ultimative psychologische Strategie. Würde ich nie tun. Oder wie ich das sagen würde, würde ich nie nie tun. Ja, genau. Ich sehe schon deine doppelte Verneinung. Nini ist toll. Oh, schön. Ich habe Sicht auf einmal. Warum steht ihr denn jetzt bitte alle an meiner Grenze, wo man nicht durchkommt? Jini und Info haben sie jetzt beide gefunden, na, gefällt's euch. Das ist echt kacke, oder, Ginyu? Meine Hauptstadt ist übrigens dahinter irgendwo drin. Das sind die ganzen von meinen beiden Zweitstädten, die du da siehst. Ach, oben ist auch eine Zweitstadt? Ja, das rechts ist eine zweite und das links ist eine zweite. Die ganze ist schon ziemlich lang, findest du nicht? Da sind zwei Städte da drin. Ah, die sind wirklich genau auf vier Felder auseinander. Und die Zweitstadt ist auch auf vier Felder von der Hauptstadt weg. Den Plan habe ich halt nicht. Das Schwu hat es echt scheiße getroffen. Ja, ich ließ auch wirklich Stadt starten an die Runde. Jetzt noch nicht, aber wenn die Staatliche steht und das tut sie in zwei Runden, dann baue ich ein Militär. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich habe die BIP. Ich habe die vor euch natürlich. Ja, habe ich, aber ich habe in der Zeit Philosophie gehardtagged. Äh, True? Natürlich. Bei mir steht die. Ne, Achtung, Reiter. Ja, dann habe ich gerade schmerzlich bemerken müssen. Dann bleibt mein Bautrupp eben noch auf dem Wasser. Der Bautrupp macht nur Urlaub. Innen vor unsere Grenzen küssen sich so wunderschön. Was soll dieser Streitwahl? Ah, ja. Fehlt es nicht nötig. Ach, da ist ein Banser. Ein Banser, ja. Die Banser wird heute angeschlossen, leider, glaube ich. Also wenn du jetzt damit... Nicht, wenn ein Flea das vermeiden kann. Info, wenn du jetzt damit ankommst... Willst du jetzt echt n'n Banser zustellen, damit ich die nicht anschließe? Nicht n'n Banser! Das waren mir doch immer die Liebsten. N' bisschen tut's mir ja leid, Genu. Mhm. Oh. Was ist das denn? So war's mit denen noch im Krieg, weil wir verbündet waren. Ja. Ups. Hätten die jetzt noch die Einheit von dir gekillt. Das wäre lustig gewesen. Warum ist ja eigentlich gestorben? Ja, wenn mal, ich hab gleich noch mal das Kakao, ne? Ich hab das erste halt gehandelt, damit ich Will of the Kingdom in der Hauptstadt kriege, aber das zweite kannst du jetzt gern haben. Das war aber jetzt schon so ne hart-assi-Aktion von dir, Alter. Das ist Rory? Hast du nicht gesehen, dass du nur eine Baumwolle verbessert hattest? Mann, das ist... Ich bin im Schulmodus, es ist 22.30 Uhr, normalerweise schlafe ich schon. Das Wochenende hast du gefälligst aufmerksam zu sein um die Zeit. Ding ist, ich weiß grad nicht, wie viel Interesse ich an dem Kakao habe. Muss ich gleich gucken. Info, geh weg mit deinem... Also ich hab mir das gerne mit deinem Militär, Alter. Ja, gut, okay. Wenn du es so willst, dann fick ich dich halt weg, okay. Wenn du jetzt schon Krieg haben willst, dann kriegst du Krieg. Jetzt schon, wir haben 200 vor Christi, da gab es schon keine gekriegen in der Menschheitsgeschichte. Haben die dein ganzes Salz weggeplündert? Boah, lässt er mich noch nicht mal meine staatliche Hochschule. Boah, Alter. Ja, gut. Tu, was du nicht lassen kannst, dein lieber. Ach, Info, ey, was soll denn das? Ich finanziere Info! Oh ja. Na, wait, ich hab falsche Dings gebaut. Ah, ich hab dir... Warte mal. Hab ich dir grad den Geländefeld geklaut? Nee. Kann gar nicht sein. Du bist doch nicht Putin. Auf Info, was soll denn das? All die Streitwegen kommen. Ah ja. Kill sie! Moria schreien! Kill sie! Ich hab das kritisch. Digga, was hat denn der für ein Militärbekämpfer? Ich hab halt etwas Produktion. Ja, ich halt nicht. Digga, ich brauch drei Räume für den fucking Sperrkämpfer. Was ist denn das? Oh. Ich hab in meiner Hauptstadt... Weißt du, wie viel Produktion ich in meiner Hauptstadt habe? 13. Uff. Ja, weil du mir hier erstens meine ganzen Felder blockierst. Na gut, ich hätte auch nicht mehr damit... Ja, ich meine, Hauptstadt ist einfach nur... Es hat kein richtiges Wachstum. Und richtige Produktion hat es irgendwie auch nicht. Also, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, was ich wieder falsch gemacht habe. Übrigens, hättest du noch irgendwie zwei oder drei Runden länger für die Hängenden gebraucht, hätte ich sie dir weggebaut. Na, schön. Gut zu wissen. Weil ich hab nicht damit gerechnet, dass du die tatsächlich noch fertig bekommst in den nächsten fünf Runden oder so. Ach ja. Ja, tu, da musst du deine Invasionspläne wohl auf Info verschieben. Ne, ich muss erst mal die Stadt starten anschließen. Ich hab auch keine Wahl. Sorry. Ja, ja. Ja, dann kann ich nicht schlafen gehen. Mal gucken. Na komm, verteidige du dich da einfach. Ich verteidige mich auch. Ich verteidige mich auch. Stadtmauer rein und dann ist gut. Ja, Stadtmauer dauert halt zu lange. Wie viel Geld brauchst du? Leute, schmeißt mal zusammen für eine Stadtmauer für Keroeum, sonst hat Info gleich noch neuer Hauptstadt. 300, äh, 369, 1, 30, 130, äh, 131. Das wird dir angezeigt. Das rechnest du gerade. Nein, geh mal weg hier jetzt. An enemy is near. Oh, Grenzen. Schau mal dein Maul. Ne, ich bin nicht mal am Speer an der Grenze gekommen. Das war halt so, Geld wäre halt jetzt schon. Leute, würde dir helfen, Keroeum eine Stadtmauer zu finanzieren? Also, ich mache halt plus 6 pro Runde, aber 125 brauche ich jetzt noch. Ich gebe dir 46. Das kann ich machen. Hast du übrigens meinen Freundschaftsdienst gesehen, RSGE? Meinen Freundschaftsdienst? Ja, ich habe das Lager weggemacht. Ich finde es auch gut, wie man hier zweitelt. Welches Lager? Das, wo die Reiter herkamen, die dein Gelände kaputt gemacht haben. Ach so, vielen Dank. Bitteschön. Ich habe mich schon gewundert, wo die überhaupt herkamen. Ginyu, hast du Geld für die Mauer? Mh, mh. Wenn jeder von uns 40 erübrigen kann, hat er es. Hier hast du 46 von mir. Ja, danke. Mehr habe ich gerade nicht, sorry. Alles gut. Nächste Runde habe ich dann. Wird es eigentlich weniger, wenn man das baut, oder? Was wird weniger? Geld? Nein. Das ist immer gleich viel. Ja, keine Ahnung. Es wäre halt echt cool, wenn Leute da helfen könnten mit. Ich glaube, ich kenne ihn noch nicht mal, also kann ich nicht mal helfen. Hallo. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich frage mich die ganze Zeit, warum meine Rehe so wenig Nahrung haben, bis mir eingefallen ist, dass der Kornspeicher auf die ja nicht triggert. Schon wieder eine andere Kategorie belastet, oder? Äh. Was ist denn hier unten? Memia. Ist das der Angreifer oder der Angegriffene? Ist der Angegriffene, ne? Lila, René, ja, ich glaube, du wurdest angegriffen. Ja, René wurde angegriffen. Wäre cool, wenn ihr dem bei der Stadtmauer helfen könntet. Wie viel fehlt ihr noch? 11 kann ich dir nochmal geben. Ne, ich habe, warte kurz, ich... Sagen wir, wie viel dir fehlt. Und beeil dich. 72. Ja, ich kann ihm noch 11 gegen, hat irgendwer 64 geholt. Also 64 würde irgendwie zusammenzukriegen sein. Kompositbogen, schon 10 Runden, das würde auf jeden Fall was bringen. Ja. Bis dahin ist deine Hauptstadt ziemlich sicher weg. Nein. Bin mir sicher, dass es nicht weg ist bis dahin. Ich kann ja mal ein bisschen auf... Nee, Gold habe ich alles schon rausgefokust. Naja, müssen wir mal gucken, ne? René. Hm? 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 Das bringt mir jetzt so viel, weißt du. Nein, das bringt mir was. Das auch ruhig kommt. Kommt aber nicht mehr. Ja, beeil dich nächste Runde, dann klappt das. Ja, halt, 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 halt. Statt Mauer macht halt schon einen gewaltigen Unterschied. Ne, versuch den gerade mit ein paar Sachen. Ich habe dir dazu was geschrieben, Drew. Genio übrigens, du hattest unten in dem Tundra-Teil da... Ich habe dir was bekommen. Alter, was hat denn der für ein Militär, man? Da bringt auch eine Stadtmauer nix, wenn der hier mit dem... Tundra. Das macht es aber sehr viel langsamer, was er da macht. Wenn du südlich von meinem Abschnitt, da war so ein Landshilfe, ich dachte, da wärst du reingelaufen. Warst du aber anscheinend nicht, deswegen habe ich dir noch... Wie viel Idee ist noch? Du bist frei an deinen Grenzen. René, ist mir nur das Angebot machen. Nee, das war schon ganz am Anfang. Da warst du ganz am Anfang, da habe ich noch nichts mehr geworden. Ja, das war für ein Angebot, Alter. Das ist dir geschickt, das. Da bist du schon reingelaufen, dann war ich so, okay, das hat er wahrscheinlich schon nicht für dein Geistgott. Ich habe ja gerade vor kurzem gesagt, da war noch eine... Und jetzt Stadtmauer kauft. Das habe ich mich gefreut. Vielen Dank, dass du dir übrig gelassen hast. Bitteschön. Dankeschön. Nein, keine Ahnung, wer auch macht. Ja, das wird jetzt lustig, du. Ein 20er Stadt haut aber schon ganz schön rein, wenn die schießt, ne? Ja, ist 46 Produktion, gehen aber die ganzen Einheiten auch ziemlich schnell. Ja, ich will halt bloß, dass du da nicht einfach easy eine Stadt nimmst. Ja, ich bin da so oder so raus aus dem Game, aber ich versuche es halt einfach nur Info ein bisschen noch auf Trab zu halten. Was heißt raus, wenn Gelände vor Ort erst drin sind, dann ist eh wieder alles offen, aber... Ja, wenn seine Hauptstadt weg ist, dann ist er raus. Ja, ist dann raus, ja klar. Nee, Alter, Mia reißt das noch, Alter. Ja, ich bin der Einzige, der, der umso länger erst spielt, immer schlechter wird, habe ich so das Gefühl. Ja, ich spiel's einfach nicht so oft. Ja, so viel haut das jetzt ohne hier. Ach, Mann. Das war mein Scout-Bogenschütze, Mann. Und jetzt kommt Belisarius. Wer kommt? Bin ich das? Nee, oder? So ein Typ, der ein Kreuz auf der Flagge hat. Oder so ein Stern. Okay, cool. Klingt nach einem netten Typen, ey. Can you help mir mit deinem Scout? Ich tue, was ich kann, mein Freund. Komm, mal clean mal kurz den Kick. Gott, nehm die Knackflachwüste, nehm das scheiß Trüffelfeld. Ist aber schön, dass du ihn meinen Freund nennst. Aber Ginius, Wachstum ist jetzt inzwischen schon... Insane, ja. Ja, das ist halt gut, dass ich einen Frachter habe. Na ja, klar, Frachter. Weil ich bin auf 2 mit 78. Ja, ich bin auf 3 mit 76. Ah ja. Ich verrate euch noch was. Ich bin auf 6 mit 44. Das sehen wir. Wenn mal, wie schaffst du das immer noch hinter mir in Nahrung und Goldbrüche? Weil ich eben die erste dritte Stadt gegründet habe, weil ich erst vor... Ich hab immer noch zwei Städte und meine halbe Hauptstadt wird belagert, Alter. Jiga, also mich bitte nicht. Ich hatte ein richtig beschissenes Early-Game. Tritt nicht drauf rum, ich hab jetzt ohnehin schon schlechte Launen heute Abend grad. Du wirst nicht eingenommen, also sei ruhig. Noch nicht. Und ich bin nicht ruhig. Ich bin ruhig. Du hast ein Zitat, ne? Schmiedernbarbaranlager an meiner Sicht gespawnt direkt neben meiner Einheit. Verdammt nochmal. Geh weg mit deinen kacken Einheiten. Die können doch nicht direkt neben deiner Einheit spawnen. Doch, das ist jetzt gerade passiert. Choose Research. Oh, geil, Alter. Let's go. City Service. Alter, ey, ich töte eine Einheit und da kommt gleich die nächste um die Ecke, ey. Ja, ich produziere die Dinge halt schneller, als du sie killen kannst. Ganz einfach. Ja, no shit, Sherlock. Ja, no shit, Sherlock. Warte mal kurz, da muss ich nochmal kurz, ähm, warte mal Civil Service, Guilds und Chivalry tracken. Okay, wenn ich ne Burg habe. Mal ganz hypothetisch. Alter. Die Burg wird schon richtig geil reinhauen, so. Geh weg, geh weg. Verpiss dich. Adapt policy, Alter. Ehre. Vielleicht kriege ich sogar noch ein goldenes Zeit, Alter. Dann kann ich vielleicht sogar mit Info irgendwo mithalten. Du siehst meine Produktion, oder? Naja, nee, 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 irgendwie so ein bisschen. Also ich sehe sie in der, ja, in der Demografie, ja, und du hast... Ja, ich bin auf zwei, ich hab fünf weniger. Ja, ich bin auf, ich bin auf letzten Platz und ich habe weniger. Ich habe 29 wenig, nee, doch, 29 weniger. Ja. Fast, würde ich sagen. Aber hey, da, dann hat Info die hängenden Gärten. Herzlichen Glückwunsch. Okay, cool, dein, dein, dein General da, der steht ja da ziemlich frei rum. Nein, tut er nicht. Hä, ist da eine Info drauf? Da ist eine... Da ist ein Kompositbogen-Schütze drauf, das sieht man bloß oft nicht. Okay, cool, das ist... Ja, ne, nicht, dass da ein Stadtstart auf einmal ankommt und dir den offenen General mit einem Reiter einfach so weg... ...ääh, äh, wegschnappeln. Das soll schon passiert sein. Komm mal fürs ganze Leben, Alter. Das erste Backtape-Game, das waren noch Zeiten. ich muss mach mal, legt das mal legt das mal, das nächste Blacktape-Game bitte mal legt das mal in meine Ferien du denkst du, ich guck da zu ja, tu das ist schön und so, aber wo hast du deine Einheiten, ich seh jetzt nix ich hab grad, ich hab keine Einheiten, ich hab grad mit nem Scout einen seiner Bautrupps geklaut und den in den Stadtstadt zurückgegeben, von dem er den hat okay, ja gut, das ist natürlich toll warte mal, äh, den Bautrupp, ähm sorry Info, aber ich hab dich schon denunziert, ich find nicht gut, was du da machst äh tut mir leid im Multiplayer kann man nicht denunzieren doch, das geht außerdem lenke ich gerade Schüsse, die auf dem Riasch reingegangen wären, auf mich nein tust du halt nicht mal ich blockiere dir eine Runde dein Eisen und hab dir den Bautrupp weggenommen denn im Stadtstadt, den du mir jetzt wieder den Krieg erklären musst find ich in Ordnung ich meine, das war der Scout, der an Moria schreien stand um zu gucken, ob ich's irgendwann einnehmen kann wenn du's jetzt einst, brauch ich den nicht mehr da hat er schon jetzt 45 Einfluss bei irgendeinem Stadtstadt, bei Quebec City hab jetzt zwei Nahrung mehr in der Hauptstadt durch die Aktion also prinzipiell war's mir das wert Info, aber halte, halte die Church of Megaman bitte in Ehren du meinst, ich soll die direkt auslöschen? okay die hat Kathedralen, okay wo ist eigentlich deine Nahkampfeinheit? die kommt noch die greift gerade meinen Speer an da haben wir ja ein bisschen Zeit also ich glaub der Kompo in der Zweitstadt, der könnte tatsächlich fertig werden Ah, geplündert hab ich noch, sehr schön Ach, da ist die Einheit, okay cool ich hab getan, was ich konnte, okay ich hab Info in dem Bautrupp weggenommen und sein Eisen geplündert so, der Bautrupp in der Hauptstadt wird dann mal weggemacht, tschüss ich hoffe, du bist stolz auf mich ja, tu, ich bin sehr stolz auf dich ich hab getan, was ging, okay ja, mit nem Speer hast du schon ziemlich viel erreicht, muss ich sagen so, was wollen wir so ui hallo, tschüss war deine Religion noch umbinden, dass wir irgendwie nein kann man leider nicht schade einmal gebaut ist ne Religion für immer ist dann nicht so, könnte sie ja reformieren Religionen sind wie Diamanten, sie sind für immer das klingt so sehr kittig ich hab zu viel Forever Young gehört in letzter Zeit aber ich bin froh, dass du Info da wenigstens ein bisschen genervt hast und ich hoffe, ich hab Info auch noch ein klein bisschen genervt ja, ne, ich glaub, ich hab nicht, ich hab Info nicht so gesehen ich glaub, nen Bautrupp verlieren nervt schon, oder? ja, aber also, ich hab den Großteil des Geländes schon verbessert ich baue mir jetzt halt einen in zwei Runden oder so und dann passt es wieder das Ding ist, der Typ kriegt jetzt einfach der Typ kriegt halt jetzt einfach so meine Hauptstadt die halt vom Gelände her eigentlich ziemlich in Ordnung ist ich hab mal grad was für euch alle getan, damit das Spiel interessanter wird Ui oh, guck mal, da kommt Baban von unten Info, viel Spaß mit denen ja, ja ne, die Stadt ist ja jetzt eh schon auf Null aber stimmt komm da kriegen wir noch ein Ginyu, wollen wir mal MVCs austauschen du kannst mich nicht scouten und ich hab dich schon so halb gescoutet ich seh von rechts deine Stadt, von links noch nicht wir sind am anderen Ende der Map ja, das stimmt wohl guck dir das an jetzt hat mich aber ziemlich sicher RSGE von äh, entweder True oder RSGE bei Wachstum überholt und RSGE bei Produktion ich bin Zweiter bei Wachstum RSGE hat mich aber auch bei Produktion überholt jetzt hat er wieder zurück geswitcht ja, ich hab, äh, das war gerade Wachstum deswegen war ich grad auf dem Produktions-Zelt, wo er nicht hin sollte schlecht sieht die Stadt nicht aus meine? ne, die ist nicht so schlecht das Gelände da drunter ist halt schlecht wenn du gesehen hast, wo ich noch meine Städte hinstecken konnte ne, du hast mich ja nicht reingelassen Entschuldigung die hätte ich nicht denn da reinlassen sollen auf den Grenzen waren da noch nicht am Mausoleum warst du ich baue grad die Zollstatue in drei Runden ich wusste, dass du's machst genau deswegen hab ich die letzten zehn Sekunden gemacht so, dann kommt er mit seinen waaain, Alter kill seine Melee, dann kommt er nicht rein ja, kann ich ja nicht wenn er die aus der Range hat und die jetzt erst reinzieht pisst dich mit der kacke Melee, Alter Alter, ist viel auf einmal jetzt passiert ja oh, Stonehenge ich baue grad lettet die Zollstatue, Leute, ne also, wenn, wenn Shrew die Zollstatue baut, dann ist ab Fohlen offen so leider das war's dann auch mit mir kann ich schon, kann ich schon ja, ich kann den Info noch ein bisschen ja, nerv ihn noch ein bisschen, wenn du kannst ja, irgendwie so ich hab da Bock drauf, wenn du ihn noch nervst ihr auch, Jannan? naja, also meine meine Zweitstadt hat gefühlt eine Produktion von acht die hat jetzt nix ah, die die Zweitstadt hat eine hat den Combo fertig weißt du, Info, ich freu mich auch über die kleinen Dinge ich werd jetzt demnächst leider mit dem Panzer anschließen es tut mir echt leid ich glaub das ist schwer verzeihlich soll ich erstmal Bratislava anschließen? ein Panzer ist halt besser, da kann ich Frachter laufen lassen so Info, mein liebster Liebling Info, mein liebster Liebling wir sollten wir sollten eine Liste von dummen Zitaten machen das finde ich eigentlich ziemlich gut Mist, ich hab das, ich schließ dich jetzt an vergessen ich, 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 ich hätte mein Soundboard äh, rausholen können ja, das hab ich auch aus, aber das glaub ich auch besser so was, das wird eventlos sein ja, die Katze stimmt mir zu aber True, dich hätte man doch da eh nicht wirklich angreifen können mich kann man nicht angreifen ja eben außer ich expandier mich hier raus ich bin vor Flugzeugen unangreifbar oh nein, True unser, unser Deal hat geendet so, Info ich hab eine, ich, ich, ich hab eine Einheit von dir noch getötet oh, nein oh, nein komm komm bauen wir die Walls auch noch in der Zweitstadt damit du schön dir die Zähne dabei ausbeißen kannst ich glaub ich will der Kakao doppelt, wo jetzt wo der Deal ausglauben ist, hat wer Bock? Dini, hast du was doppelt? nö es ist halt wirklich die Zeus-Statue warum nicht ah, wir waren noch im Krieg? ja oh, Entschuldigung naja war natürlich nie so gemeint, Info, weißt du doch ah, da ist also Tanate Tanate, bestestee bitte mal hey, funktioniert denn das jetzt? was? was? ich hab halt nix gemacht, ich hab einfach nur Krieg erklärt warum hast du mir Krieg erklärt? ich finanziere, äh, Rene, Kriegstreiber Rene, warum hast du mir grad den Krieg erklärt? weil er nur noch einen Klatt hat und dein Knochen blöden wollte ja also, Truel ist halt echt Tag Lead, eine Tag mehr er hat ein Bib gebaut ach ne also ehrlich, wenn du nur einen Tag hinter mir bist, bist du grad Game Lead Info weil du schon eine Hauptstadt weggeklatscht hast they have some early concerns äh, about your war-mongering they dislike war-mongers we made this declaration of friendship and then declared war on them you are at war aber wer hat den großen Röschter weggebaut hatte ich gar nicht mitgekriegt so, 15 Satz war Polynesien, also RSGE ach, schade, den wollte ich grad bauen, der RSGE hab ich natürlich nicht gesehen oh, ganz viel Spaß Info ja, passiert mal mit, ne ja, war in der Drittstadt, ne war nicht so wichtig ich dachte halt, ist nice to have warte, warte mal nee, tu, tu erklär ich nicht den Krieg nett von dir ich hab dir auch geholfen, ne genau oh, jetzt hab ich den Old Faithful auch endlich gefunden genio, lass uns ein ein friedliches an mach mal das ist schön so, mach mal laut ausgefragt wer hat Bock mit mir zusammen Info anzugreifen? ich hätte Bock wollen wir da so zu dritt rein? genio nimmt die Hauptstadt ich nehm von rechts Moriasch rein äh, wie wär jetzt wird ich aber ordentlich gechippt hehehehe ich tipp gern sorry, nein, ich geb dir nicht deine Hauptstadt zurück wie jetzt? ist aber nicht freundlich es geht es geht so also, wie hoch ist denn dein Minenestett, ne? please wait ich liebe es auf englisch zu spielen, da hört das das fühlst du mir verraten Gott, ich bin extrem lange jetzt schon beim großen Propheten ja, du kannst keinen mehr generieren aber in Harz aber Gott steht aber trotzdem nicht ach so, ja, wenn du schon einen hast, ja ich hab hier eine Leute, ich hab ein goldenes Seid, Alter ich auch ich kann dir jetzt deine Stadt lassen, oder wir machen Frieden und wegnehmen, oder wir machen Frieden kein Frieden, hau ihn weiter an los, gib mir Wein, Cotton und Gold, dann können wir Frieden machen wie rejected, was soll'n das? oh, das hab' ich nicht gesehen, Moment ich denunziere Info nochmal einfach dönen, weil ich kann deine eh schon sehen äh was so und wer fliegt dir die ehren? warum sollte ich, äh Ur, Ternate und, äh wenn mal den Krieg erklären, was so warum sollte man mich anschließen? also, mir kann man gerne den Krieg verlieren ich hab' nichts zu verlieren das heißt, ich kann ruhig einmal in meinen Städten mit einem Militär produzieren ja, dann hilf mir doch mal gegen Info ich glaub, du brauchst schon was, krieg ich das für? du kriegst dafür Infos Hauptstadt ich mag den Namen nicht, die kann aber halten schade dann benennen sie um wie, wo kommt der denn her? ich würde sie halt nennen in obwohl, nein, den Spruch kann ich nicht bringen es gibt keine Sprüche, die man nicht bringt doch, 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 gibt es weil das wär wirklich grenzwertig und ich fänd' den auch selber nicht ich fänd' den selber nicht okay, den Spruch ok oh, das sieht ja oh mein Gott, ich hab grad ein Barbarn ich hab ewig Eis gefunden das sieht wunderschön aus Leute, Polynesian ist voll OP damit kann ich erkunden, was ihr noch nicht erkunden könnt also, der der Moriah-Schrein ist auch OP wenn man Berge in seiner Hauptstadt hat oder allgemein in irgendeiner Stadt die haben nen Berg-Bias actually du hast einfach deinen Bias nicht getriggert ja, wahrscheinlich, weil du da drüben alle Berge der gesamten Map hast so gefühlt sorry das ist halt wieder typisch das ist halt wieder typisch SIV, Alter gib mir ne SIV die Religion war Byzans? fuck barbarians? ja guardnappiness? schau mal, du hast doch Peace Lobby du kannst mir die gerne bringen ich nehm mir deine... deswegen hab ich da auch 30% weiter weg verbreiten reingepackt du kannst doch gerne Missionar zu mir in die Hauptstadt schicken ich nehm die gerne an, gib die offene Grenzen erstmal aktuell nicht ich hab aktuell für... eventuell muss ich Missionarier aus meiner eigenen Stelle schicken oder... also wenn die sich zu mir verbreitet hätt ich doch kein Problem mit das glaub ich dir ist ja auch keine Produktions... Glauben Barban in der Hauptstadt oh ich liebe es wo kommt die denn jetzt her von da unten hey Ginyu? hm? bei Nogukus Barban Lara hast du Lust was wegzumachen? oh ja das kann ich wegmachen das ist sehr nett von dir da mögen es die Stadt starten da unten auch also innen vor allem weil du haust mich jetzt weg oder du hast die ganze Zeit irgendeinen scheiß nervigen Spieler der dich konzent angreifen wird egal was er hat hey verstandest du deine scheiß Bogenschütze da? ich werd trotzdem weiter drauf feuern hm aber es ist schon cool ne? ich hab ne Edelsteinmine mit Wald drauf das ist schon echt cool stell dir mal vor das wäre Dschungel gewesen weißt du ich hätte ne verbesserte Edelsteine mit Wissenschaft drauf haben können aber ne es ist Wald ich hab jetzt nächste Runde meine Uni und ich hab kaum noch Dschungel stehen damit kaum noch meine ich ein Feld Uni was ist das? ich kenne nur Bibliothek hm so geht es mir ebenfalls wie wärs wenn wir anschließend den Info der in der Tundra Schnee sitzt der JP Info? ah dieser kleine Schwein der mir meine wertvollste Stadt geklaut hat ah wie können wir gerne tun can you please be a little bit quiet? nope ja ok ich bin so froh ich diese Sprache nicht mehr sprechen muss es ist so eine scheiß Sprache wer hat sich diese Sprache ausgedacht? ähm ähm bonjour ähm je m'appelle René Ansemont ee 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 die 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 Freundin meines Bruders ist französisch lehrerin das ist schon schlimm genug also bitte lass es ähm ich hab's ja recht nicht schön gerade ich hab davon einen informations Du sprichst sehr gut in Francais Ich schalte gleich Discord auf Stumm Ich kann dir das nicht mal übel nehmen du Let's switch to English because everybody knows the people which are in the English Leistungskurs are the best English speaker Your English is not better than your front Ich krieg Ohren bluten Ja Nackenschelle Was wir hier brauchen Aber hey ich stehe 13,5 Punkte in England Und wenn ich Machinery getaggt habe kann ich endlich meine Brazilwoodcams in meinen Dschungel stellen Boah Ey dann wird's echt richtig hart Hat jemand Ja ich weiß Was machen die Dinger eigentlich überhaupt Die sind gar nicht so schlecht Die bringen von Anfang an glaube ich mehr Gold und halt noch Kultur dazu Das ist gar nicht so scheiße Das ist traurige dran Das ist traurige dran So Leute ich mach jetzt einfach mal richtig den Suleyman Ich hab eben schon solide Zollstatue gebaut Jetzt wollte ich noch Terracotta Armee Ohhhh Also jetzt finde ich das auch schon ziemlich dreist Wenn du meine Stadt schon einnimmst Dann solltest du es auch wenigstens nicht zu einer Puppet machen Hast du grad eine Mischung aus Puppe und Puppet gemacht Also ich hab mir eben auch überlegt ob ich ein Machu anfange Ich hab mir schon gedacht das wird nichts mehr Ja der spamt einer Wunder Ja weil den keiner anschließt Den muss man immer easy anschließen dann ist Ruhe Ja das muss Ginyu machen Weil sonst fällst du mir in den Rücken Ginyu Anschluss? Ich doch nicht Nö würdest du nie machen Ich fall dir doch nicht in den Rücken Ich greif dich frontal an Mensch Also den Anstand habe ich Ich würde dann voll von vorne in Moria schreien rein oder einfach gerade durch Oder Info du gibst mir deine Religion Und dann haben wir auch Freunde Kann ich dir nämlich nicht den Krieg erklären und ich hab Pagoden Klingt das nach dem Deal? Einfach mal deine Religion in meiner Hauptstadt Hätte ich auch kein Problem mit Das braucht glaube ich noch etwas bis die rüber wächst Das kannst du gerne probieren Hast du bis zum Industriezeit alter Ruhe Weil ich dann nicht mehr den Krieg erklären kann Ich bin aber gar nicht so weit hinten vom Wachstum Nur 6 Punkte Hm Ich bin gar nicht so weit hinten vom Wachstum Ich bin ganz weit hinten vom Wachstum Sind 6 und Mein Problem ist halt einfach, dass ich nur 3 Städte habe Und hätte gerne langsam mal mehr 86 Deswegen werden jetzt gleich wirklich Bratislava und ein Panzer angeschlossen Das tut mir echt leid um die beiden Oh ne Produktion von 8 alter Richtig geil Wie lang brauchst du dafür in den Kompositbogen schützen? 6 Runden Autsch Ich hab jetzt Ambrust Tag Ja ich auch Armbrüste, was ist das? Das denk ich mir auch grad Ich kenne nur Frauen und küsst du was? Das nimmt sich nichts nach im Sommer In von 5 Runden werde ich mit 2 Kompos zurückkommen 1 GE Das ist für mich grad ne Provokation Ich bin sehr sehr eigen was Speer angeht die mindest die 5 Felder um meine Hauptstadt rumstehen Das ist mir immer ein bisschen zu nah Ui Ja der hat den Speer 4 Felder auf meiner Hauptstadt weg Soll ich dir denn auch Krieg erklären? Du hast den Speer an meinen Grenzen Hab ich das? Wo? Der ist auf Auto-Explorer, keine Ahnung wo der herum läuft Warum stellst du die auf Auto-Explorer? Weil ich zu faul bin, den zum Micron Kannst du gern abknallen wenn du willst Das klingt ja nicht sehr freundlich von euch Leute Das klingt ja nicht sehr freundlich von euch Leute Das klingt ja alles nicht sehr freundlich Ihr sollt euch vielleicht einfach mal ein Beispiel an René nehmen Wenn der angegriffen wird wird einfach angeschlossen, der wehrt sich nicht Ich hab mich gewehrt Ich weiß Versteh bloß nicht, warum du nicht auf den Hügel da neben dem Stein gesettelt hast Warum? Welcher Hügel neben dem Stein? Über deinem Steinfeld von der Hauptstadt Also das gehört jetzt nicht mehr dir da oben Aber da ist ein Hügel, links neben dem Stein Und da hättest du viel Defendable Settel gehabt Dann wärs halt immer noch locker an 1000 Ressourcen gekommen Das wär sogar ein viel besserer Settel gewesen als da wo du bist Tja Da hätte irgendwo die Stadt nicht so locker genommen Ziemlich sicher nicht Das stimmt aber Das geil ist, ich kann an seinem Speer meine Einheiten leveln Ja, das ist nichts passiert Eben, danke Aber ich geh da auch gleich raus, aber ich will noch ein bisschen gucken Tut mir leid, der SGE, aber der war quasi in meinem Gelände Das kann ich nicht tolerieren Also der stand genau zwischen meinen Städten Ich versteh gar nicht, warum ihr so lange für euren Zug seid Also ich hab nur so ne Station Das ist genau der Unterschied Ach nö, find ich jetzt nicht Und Ginius wieder mal der letzte Jetzt fang ich wieder damit an, ne? Vor allem, ich fang gar nicht erst an meine Demographie mit dem ersten zu vergleichen Ich guck mal auf den Durchschnitt und guck wie weit ich davon erstmal weg bin Ach, was soll ich denn sagen? Und es gibt ja nicht mal einen ersten Ich find Ginius Wachstum gerade krass Ja Oh, Info hat es geschafft Armbrust sitzen zu haben, cool Mal gucken, ob sie gegen meine Kompos an- ankommen Declaration of Friendship Also wirklich Gott, ey Hast du dir die jetzt ehrlich gegönnt? Jetzt wurde ich abgelenkt von Menschen, die wieder reinkamen Und hab meinen fucking Propheten zum Verbreiten benutzt Oh Ey, echt F nicht auf F in den Chat Info, jetzt nimm diese Scheiße Ich bin gerade leicht angepisst Ey, echt Äh, RSGE, du musst mit Ur noch Frieden machen Die sind noch mit mir verbündet das ganze Spiel über Das ist doch echt beknackt Dann krieg ich als Zweiter einen Propheten zum Verbessern Und dann kann ich ihn nicht nutzen Mal so ein Das passiert mir jetzt schon zum, was weiß ich, wie fällt mal Ey, echt Film mal gern Das ist schön Das ist schön Ja, das ist was Dann kommen so Leute rein Und fragen nicht irgendeine Scheiße Und dann bist du abgelenkt Und dann drückst du den falschen Button Weil du ja weiß Turntimer läuft Aber dann halt Nicht ganz dabei bist Und dann Ah Echt Na los Info, komm Ich hab jetzt die Tür einfach abgeschlossen Ich schick deine neuen Ambroschützen da rein Ich hab keinen Bock mehr drauf Ich brauch auch keine Angst haben diese Ambroschützen Das Gebiet ist so hart Na gut, dann brauch ich am wenigstens kein Missionar kaufen Yay Das ist doch was bei uns Oh cool Also wenn man schon betonen muss, dass der Ambroschütze sicher ist Dann ist das so Nee, da ist nicht Ja, vielleicht Einer würde vielleicht sterben Cubic City wants Äh Ah Mein Golden Age hat übrigens geendet Cool Warte mal Quebec City Was möchtest du? Dass Irgendwer gebullied wird? Lass weg Demand Tribute von Pua Make peace Okay Dann Ask for Tribute Scheiße Das kann ich nicht machen Dann Pledge to protect Dann Bratislava Ask for Tribute Warum wollen die mir kein Tribut geben? Ich mein, ich bin doch so krass Ja, mega krass Ja, ja Komm, wir machen mal mit allen jetzt hier so Hey, komm, ihr kriegt meine Protection, man Jeder Stadtstadt, den ich bisher getroffen hat, kriegt ein Versprechen, dass ich ihn protecten werde Vor wen auch immer Das Würde ich dir bei mindestens vier Stadtstarten auf der Karte nicht empfehlen, weil die werden wahrscheinlich angeschlossen Manchmal weiß ich nicht, ob du deine Aussagen ernst oder nicht ernst hast Das ist der Plan hinter meinen Aussagen Okay Wäre langweilig, wenn die Leute das mal wissen würden Warte kurz Kann man Also Info, nur mal so, was kriegst du in der Stadt? Also du kriegst eine Granary, eine Library, einen Schrein und Stadtmauern Und das bekomme ich nicht mal alles Ja, aber du Ist doch immerhin etwas Und du kriegst eine Stadt, die auf, sagen wir mal, Great-Person-Fokus gestellt ist Was? Sieht automatisch auf Gold-Fokus, wenn er sie einnimmt, keine Sorge Achso, na gut, okay Ach, Gold-Fokus ist immer der schönste Fokus Aber, was machen wir denn dann bitte bei Great-Person, setzt ihr dann ganz viel bei den Leuten da rein oder was? Ja, da setzt überhaupt mal Spezialisten rein, das ist so der einzige Fokus, in dem man die Spezialisten wirklich nutzt Also wer wollte eigentlich das Erst-G anschließen und wer wollte Info anschließen? Ja So, komm, Education in 19 Runden, alter, geil Da freu ich mich Und im nächsten Spectate-Game, dann spawn ich neben Ginyu und dann haut der mich weg Ah, ich seh's jetzt schon, komm Oder ich hab wieder England in den Inlandsee, alter Das war geil, ne? Das war so... Gino, warum rushst du denn auch noch den Ginyu hinweg? Ach Gott, Ginyu, ich hasse dich Also er, er, er rushed mich halt wirklich noch weg, so Das Spot war jetzt schon so lange frei, ich hab ihn extra gelassen, weißt du das? Warte mal, wenn mal Das mag sein, das ist mir jetzt scheißegal Guck mal Warte mal, wir brauchen nochmal eine Declaration of Friendship Das klingt doch nach Annettmuck Genio, ich hab den so lange nicht gesettet, weil ich eventuell keine Möglichkeiten hatte, weil ich ganz andere Probleme hatte, wenn du in den ersten Runden mal in die Demos geschaut hättest Wenn mal, nimm mal bitte meine Declaration of Friendship an Äh, nein, ich überleg grad welche Meternheiten ich in welcher Stadt produziere Aber meine, meine Freundschaft ist dir ja wohl wichtiger Nein, das will ich nicht Die bedeutet mir nichts Okay Das merk ich mir für das nächste Spiel Mach das Dann werde ich dir keine Declaration of Friendship mehr anbieten Dann wirst du nie in den Genuss kommen, mit mir befreundet zu sein Ja, ist alles gut, ich hab meine eigene Form von Declaration of Friendship, die sind halt aber leider erst eine moderne und bestehen aus Bomben Ah Info weiß, was ich meine Jaja, so ein wahrscheinlich Atom-Urgurt mit einem Geschenk Ich war immer nett zu dir in der ganzen Runde Ja Dass deine Hauptstadt genuket hatte, war ein Zeichen der Freundschaft Peace treaty expires Ja, von wem? Achso, von, äh, wenn mal Ah, ich kann dir wieder den Krieg erklären Cool Mach doch Aber wir wollten doch Freunde sein Alter, nimm das jetzt an Na gut, der kriegt genu halt das Gold Mir doch egal An True kriegst du, krieg auch ein bisschen Aber natürlich Komm Genu Wer bist du eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Charakter? Zekui Kuro Das ist ein Typ in Lenden Shows Cool Das ist, das ist exakt seine Rolle, die der hier spielt Guck mal Eine kleine Stütze vom Von Mai Mia Ähm Geschenktes Gold nehmen wir nicht an, oder? Nee Also ich zumindest nicht, weiß nicht, was ihr so macht Nee, dann mach ich's auch nicht Ich wusste auch nicht, das war ja auch nur ein Spaßangebot Aber hey, komm, OpenBorders geht ja noch, oder? Das ist schön Das ist schön, dass du so kooperativ bist Aber jetzt immer noch ein paar Videos Aber jetzt kannst du dir die Küche auch noch nicht ansehen so info du wirst nun zerstört werden denn mein zweiter komposition schütze ist fertig ausgedrückt wird das spielt keine rolle sind überhaupt beide schließen ja mal auf jetzt ein geschwitterchen die sich streiten danke für den ich hab jetzt akbar hg sophia anfangen zu bauen der mütze wenigstens ich finde es auch schön wie ich einfach keinen fick auf der nahrkampfeinheit gebe ja wer braucht schon nahrkampfeinheiten tun wir doch so nix nee es ist eigentlich der hauptschutz stehen geblieben granary library mint schrein watermill ja die können ja auch nicht abgerissen werden also guck mal meine hauptschutz würde krasser als all deine anderen städte nein aber schön wäre es ja so ein einwohner ist immer noch besser als sieben und genius hat 19 naja plus minus 10 das ist auch nicht der große hat 19 schon echt graf wo es ging überhaupt hatte mal hier bedenkt dass ich zu spielbeginn bei zwei einwohnern mal stagnieren musste überlegen mal wie krass macht da sind also ich weiß was fragt da sind aber ich kann sie nicht eigentlich gerade hat er jemanden blick drauf wo ist erst gehe ich habe den noch gar nicht getroffen was der ist noch weiter links von dir und irgendwelche wunder oder so bei der alhambra doch wunder haben oder sowas ist jetzt ungefähr so der zeitpunkt deswegen frage ich weil du selber bauen willst ich würde es gerne nur mal wissen was er da gerade so treibt schon den general angreifen hatte ich habe noch ein war ja auch ich eine bibliothek ich weiß es nicht you have been defeated ist daraus geflogen ja dann die dj anwes by its many folks but your people do not despair but in order to make the way so jetzt bei mir stand an alle und es ging trotzdem an jemand anderen das wir haben ja auch so was baue ich denn das wird mal sagen ihr macht das dann schon hat hat viel spaß info mit meinen tollen städtchen was nicht kaputt das arme bratislava hat mein einfluss gesenkt jetzt habe ich da nur noch 20 nicht herrn a t das waren mir doch immer die liebsten ich wünsche euch noch ein schönes spiel ich geh schlafen gute nacht nicht bratislava ja sorry ich schließe jetzt bratislava hat da jemand ein problem damit mein scout der da drinnen steht und deine ambush schützen beobachtet den fließe ich auch ab wenn er zu lang guckt okay der wird doch eher ausgedrückt wenn ich es übernehme ja ich habe jetzt die bombe gegen ihre fähigkeiten wenn ich die da will läuft ich glaube ich ein bisschen unter besetzt kann das sein nein da ist die barbaren galerie scheiß drauf armes bratislava mit wie vielen hast du da drauf geschossen 3 oder rein ja ja der andere hat gerade noch irgendwie so ein reiter oder was das war gekillt da waren reiter dieser mautsatz ist schon drin einfach immer das beste in diesem spiel reißt du mal einen hier ab ich fand die gut kann ich die haben schade wenn man peter braucht städte info und wenn du da wieder eine hinsetzt 30 wieder ab ganz einfach dann trau dich irgendwo ich habe nichts anderes als militärs beim ich habe keinen platz mehr für anderes zeug ich habe ich schon ich war auch nur militär und halt ein paar gebäude also das gleiche was du machst aber warum info du bist doch schon fertig da damit sie gehen jetzt noch anschließen aber ganz ehrlich mich nimmst du nicht von da zumindest nicht ich mache grad religion ja ja schau danach ruhig in ruhe das waren drei schlüsse zwei starten schon mega pro gas ne ja so ist immer ganz gut wenn du stadtstaat anschließen willst du eine andere kai weil er schießt die ganze auf meinen einen armbus schützen und der armbus schütze hat jetzt aber ein insta hier will ja schon ankotzen wenn ich eher wäre und ich musste diese stadt da übrigens abreißen weil naja sonst hätte ich glaube ich mit bisserl barbaren probleme gehabt hat so schlimm schau mal in die demografie wo ich das ding angefangen habe abzureißen hatte ich mir das zwölf wie zum fick bin ich jetzt bei produktion auf 1 ich meine ich habe meine werkstätten jetzt draußen aber was macht ihr bitte meine sind noch nicht draußen ich habe nur drei städte und die drei städte sind echt großzügig normalerweise hätte ich nur zwei gesettet wenn ich eine wahl gehabt hätte aber das war wieder kategorie muss hat manchmal einfach eine stadt gründen um eine stadt zu gründen hasse es wenn ich das machen muss kein fan wirklich kein fan wir bedauern dich auch alle ganz deutsche danke aber das schön ist in brates lava steht ein bautrupp den kann ich dann auch gleich haben los zieht ihn raus auch ehrlich hatten banzer da jetzt ernsthaft seine einheit weggezogen der man eben schön gecovert für mich und dann doch nicht mehr was kann das überlebt er nicht da ist der gratis große general den hätte ich vielleicht mal sporn sollen bevor ich schieße wäre eine maßnahme gewesen ich habe mir einfach zwei an meinem nachbar geholt zwei sogar kraft ja ja also der zweite ist kurz vor ende gespawnt ich habe jetzt 28 noch wo kann ich dich noch gebrauchen der pikini vom stadtstaat war gerade richtiger penner einfach weißt du da stand einfach der von banzer davor aber banzer schon kommt scheinbar eine zugreihenfolge vorbereitet ist lava ich hatte gehofft dass das andersrum ist weil er zu gecovert dass meine chariot zustand dass er mit seinem pikini nicht gegen rennen konnte dann geht er von dem banzer auf einmal zur seite mein chariot wird weg im hielis one shot tot belast so ich meine chariots sind eh out of date aber was soll's ich meine info hättest du die terrakotta armee nicht gebaut hätte ich auch ein chariot geklont damit doch hast du dir auch gleichzeitig gebaut ich habe einen zug reingesteckt und dann noch was anderes gemacht weil ich kein happiness mehr hatte also die hat ich hätte die ich glaube ich hätte gekriegt wenn ich konnte das hätte ich glaube ich glaube ich hätte ich gesamt und dann ja wie lange hast du hättest du für das ding gebraucht ja 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 abbrates lava ich freue mich euch gleich in brasilien begrüßen zu dürfen wir machen karneval dass wir hatten noch keinen weil wir nicht zufrieden sind aber wir machen karneval bei uns ich habe jetzt erstmal ein reiter gebaut damit ich überhaupt mal rein rennen kann ja natürlich stell deinen pikini davor geiler typ bratislava will dass ich im banzer kongo polie siehst du genau deswegen gehören die angeschlossen banzer kongo sind die geilsten und bratislava ist einfach nur ein haufen arschlöcher die das nicht wertzuschätzen weiß wie viel muss man die dschungel zwei oder drei was das wäre zwei glaube ich aber jetzt beginnt ganz schön viel wasser auf dieser karte ganz schön viel einfaches nutzloses wasser so etwas nennt sich ozean aber normalerweise sind auf ozean noch so inseln wieso wolltest du inseln wir brauchten ganz schön da können schöne ressourcen draus sein genau da kann man vielleicht so was so was so genanntes wie städte darauf gründen es gehe was macht da der reiter erkunden der reitet mein mein späer wurde er von einer gewissen byzantinischen person ermordet der war genau zwischen meinen illuminati dreieck das weiß ich doch nicht und in dem moment war ich glaube ich sogar gerade chat mäßig nicht ja das ist das bermuda dreieck aber so selbst dran schuld okay gut das verstehe ich dass das muss ich natürlich das kann des lava wer wer ist denn taglied auch gerade zu verteidigst du ja scheiße ich denke mal ich verteidige habe ich gerade renaissance aufgemacht ups mit stahl nehmen astronomie welchen observatoriums hauptstadt habe sonst hätte ich natürlich stahl genommen gegen june sicher das ist jetzt schon der zweite also diese stadt staaten da in der mitte können sich auch nicht entscheiden welche religion sie jetzt wollen die musik ist aus warte mal da ist es im haus reload hat so dass auch schön jetzt oder brades lava etwas grün für meinen geschmack und da ist noch so ein komisches symbol dran was für ein komisches symbol hat die majonette und das widerstand nein da steht eine uni schon drin wie geil ist das denn und library und kolosseum und karawanenhof naja ich rede von dem stadtstaaten zeichen hast du ja das sehe ich nicht am banzer jetzt natürlich die ritter scheiße die werden später angeschlossen jetzt hat gar keinen bock drauf die scheiße jetzt habe ich extra notterdam gebaut was ich noch wieder anschließen kann und dann sowas ach so das haben wir den demos aber ein bisschen geholfen jetzt ich glaube terna t würde ich auch gerne anschließen hier in den old faithful da kann ich die stadt da bläste werden denn wir haben jetzt auch zwei generelle einen durch ehre oder wat ja ja klar ich habe zollstatue gebaut weil ich mir dachte stadt dort anschließend macht mit zwei stadt und ich habe sogar drei observatorien städte merke ich gerade als wäre eine nicht genug ich habe praktisch in meinen drei ursprungs städte überall observatorien wir haben oder kannst haben naja kann haben bauen tue ich sie gerade ich habe ja gerade astronomie aufgemacht wstüge ich gerade aus dem bdk4-2-2 aber ich habe jetzt schon mal in den aufgemacht ein bisschen gekauft und die fadulio ist nicht ganz gut auf dem bdk4-2-2 aber ich kann das drei mal nur deswegen ich bin einfach mal bei dir das auch nicht cuphen ich bin einfach mal bei dir das auch nicht griff aufgemacht ich bin einfach mal mit mir geht's aber jetzt in bautruppen die straße mal fertig von jetzt zu gerade das laber direkt fertig schön ich muss das mal kolossiden bauen und zufrieden hat das nicht so schön ja notodam hilft ja ich mir schon gedacht war ich auch am überlegen aber ich war am bauen noch eine runde ich glaube nein wo dein schwer steht da noch so ganz freundlich müssen jetzt echt auf beiden seiten bei mir stehen ich schaue nur dass du nicht in die falsche richtung läuft ich laufe gleich nach dem banzer willst du dir das wirklich antun mit mir info ich pass nur auf nicht dass du in meine richtung kommst mir ist durchaus klar dass du wahrscheinlich gerade mit einem von meinen linken nachbarn schreibst ehrlich gesagt nein außer norden ist für dich links erhalt sge und ginyu ne eben nicht cool wenn ich mal sinnvolles ich 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 das schöne ist halt wenn du gerade das aber angreifen soll das info kann ich einfach eine fette zitadelle reinstellen ich glaube dann nimmst du die nicht warte mal ich brauche ein banzer gar nicht einnehmen ich kann ihn einfach mit einer zitadelle die edelsteine wettnehmen das war eigentlich mal ein call ich habe zwei generiert ich brauche gar keine zwei ich habe ihre auf den rede schneller vier happiness und vier happiness die sind sogar ein range das brate slava die wirken könnte dann brauche ich ein banzer nicht anpacken vor allem banzer sich jetzt eine burg gebaut hat die pisse die ahnung was du vor hast ja dann würde er jetzt einfach mal die edelsteine weg digitalisiert da hilft doch eine burg dagegen oder nicht bestimmt und ich habe gleich kupfer machte dieses umwandeln das konntest du ja ja deine hauptstadt ist aber auch echt traurig mir hin vor ja info kann ich mal wissen welche produktion oder hauptstadt hast produktion ist ganz gut übrigens einmal ja an welchen welchen freundschaftsdienste getan hat wir haben glaube ich alle freundschaftsdienste getan kann das welchen meinst du um auf deine zufriedenheit das soll damit sein ja dies glaube ich in den letzten zwei drei zügen ziemlich gut nach oben gegangen so um drei vier punkte ja weil ich mit leuten gerade lux ressourcen gar nicht ab denn nicht nur deswegen warum dann weil ich meine ich habe den einen grad oben anzunehmen in allem einstädten hast du keine eigene ich habe keine und deine wort also friedlieben des 1a das nehme ich überall an ja das ist doch kein ding was soll ich gesagt haben kein freundschaftsdienst in dem sinne ich habe das bringt ja und du hast du produktionen bekommen ja ich meine freunde geben und nehmen der einzige denn die mir diese runde wirklich freundschaftsdienste gemacht hat war es schon dafür eine menge ich bin netten du warst heute tatsächlich wirklich hast nennen und ich habe keine religion ich bin den netten irgendwo willst du echt dass ich mit meinem armbusschütz und deine speer abknalle nein ja warum stehen die dann da die stehen nur da weiß dass ich die nach einer weile abknalle weil ich nicht mag wenn leute bei mir reingucken oder halt so den knall ich nicht ja so ist okay so ist völlig in ordnung haben die plus zwei sicht nein gut so ist in ordnung bei den unteren sehe ich noch der muss auch weg ich sehe also wirklich die einzigen feld mein bison das reicht mir info du gehst mir auf den sack info verziehen sie sich verkeuchen sie sich schuh schuh info schuh genau die drei ich habe gerade mein auto scout siedler gefunden äh scout gefunden wieso ist der überhaupt auf auto ey weil ich so faul bin zu mikron der war vorher bei mir unten beim also bei moria schrein wo ist der jetzt der ist gerade ich sehe gerade zufällig deinen deswegen das baut info da haria sophia ha ne das ist keine reine durch die ne wie heißt die scheiße verboten stadt bauter ja ich dachte schmal bauter ne verboten stadt bauter oh hast du einmal die äh ist einmal rumgeschippert noch nicht ganz lol im banzer ne das ist jetzt meine edelsteine seht ihr das ja frechheit gleich mal denunziert ich habe nur minus 50 einfluss das geht noch hängt es von der anzahl der ja ich glaube du verlierst 10 pro feld das kommt gut hin gerade mit vier felder weggenommen die fanden mich sowieso schon so ein bisschen kacke ein general habe ich ja noch genere die sowieso schneller das passt schon rsg würdest du mich gerne mal finden bin ich bei ich bin an der rechten spitze des kontinents ich bin auf dem weg mehr oder weniger sehr schön hast du schon soberanity oder was nö ich bin polynesien nein ich meine sorenity wegen weltkongress oder warum willst du mich finden nö einfach uns wissen wo du bist das wird also in ordnung äh Ja, aber da werde ich traurig, Info. Ja, ja, das sieht nicht gut aus, da sitzt nur einer im Markt. Ich habe doch gesagt, das macht mich nicht glücklich. Willst du das erneuern, Info, oder eher nicht? Ich habe noch, Herr Benes, ich habe Nord-O-Damm jetzt, ich frage dich. Das wäre halt so ein bisschen so eine Versicherung dafür, dass wir uns nicht gegenseitig den Krieg erklären. Oh, wow, die Moai-Statuen bringen ja wirklich nur eine Kultur. Was, die Zollstatuen? Die Moai-Statuen. Ja, ja, die sind echt scheiße. Die bringen einfach nur eine Kultur. Habe ich jetzt echt einen absoluten Dreistigkeits-Move durchgezogen diese Runde und es hat geklappt? Nord-O-Damm und Alhambra und ich habe beides gekriegt? Leute, wolltet ihr die Alhambra die Runde nicht, oder was war euch los? Ich habe die Tech nicht. Wie bei den Hengengärten dachte ich, dass irgendjemand anders, der die Tech schon lange hat, die einfach mal Pound oder Pound? Ich habe das getaggt, nachdem ich Astronomie hatte. Leute, ich habe erste Observationen gecheckt, ich war einfach noch da und dann stand da sechs Runde und ich habe mir gedacht, komm, die bauen das gerade nicht, ich sehe das bei keinem, ich baue es jetzt einfach. Und ich habe es durchgekriegt. Gini, du musst einfach mal ein bisschen mutiger sein, habe ich das Gefühl. So, hey, die Welt ist rund. Alhambra und Notre Dame, ey. Das hat halt schon ein Level von Dreistigkeit erreicht, was ich eigentlich nicht durchziehen sollen dürfte. Äh... Okay, Mois-Statuen wieder weg, die sind völlig sinnbefreit. Es sind viel zu viele von den, äh... Äh... Die beste war halt echt schon die, die ich da mit dem einen Frankreich hatte. Das war ja echt ein kompletter Müll. Habe ich dich, dass du dich noch entdeckt. Hattest du ihn noch gar nicht gefunden? Ne, ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen. Ich würde auch Kakao gegen Salz tauschen, RSG, wenn du Bock hast. Ja, da habe ich mir schon gedacht, dass du ungefähr da sitzt. Ah, das ist ein Fedderspawn, ne? Ist schon ganz okay, aber... Hätte ich auch schon Bock drauf gehabt. Siehst du meinen, wie eingängig ich hier bin? Ich sehe halt nur deine Bergkette, aber ich weiß nicht, was du sonst in der Nähe hast. Ich habe diese Bergkette, das war's. Banzer Kongo findet mich wieder neutral jetzt. Watt? Influence over InfoJB has increased to the point where you are now friends. Watt? Ja, sehe ich ähnlich? Fragezeichen? Ich bin jetzt mit mir selber befreundet. Okay. Ich bin sehr selbstverliebt. Kam gerade in der Nähe. Ah, RSG, da ist dein Horseman, ja. Das ist der Stadt, den ich angeschlossen habe, vor dem du gerade stehst. Okay. Ich bin komplett hinter dieser Bergkette und wäre da nicht rausgekommen, ohne Stadt anzuschließen. So belast du ist das hier. Ich bedauere dich auch sehr. Ja. Ich weiß. Ich heule auch gern rum. Ja. Ich bin echt am überlegen, ob ich der Nathia auch noch anschließe. Haben wir irgendwie die Glacier? Leider nicht für mich. Muss es dann echt doch der Moria schreien werden. Also ein Panzer brauche ich nicht mehr anschließen, deren Luxusressource habe ich mir zitiert. Danke dafür, ein Panzer übrigens, ne? Nette Typen, das will ich eigentlich haben. Okay, so eigentlich, oder? Ja. So, observatoren in der Hauptstadt, nächste Runde. Wie viel Science macht ihr gerade? Ich meine, jetzt gerade 200, nächste Runde dann mehr. Ja gut, ähm. Weniger. 99. Und du fragst, warum ich in meiner Hauptstadt DEF wende. Die Brasil-Woodcamps sind schon ganz nice, dass du ein bisschen Gold kriegst in dem Dschungel. Kannst du da nicht einfach ein stinknormales Ding hinstellen? Ja, aber das Brasil-Woodcamps geht schneller. Das dauert nur vier Runden hinzustellen. Handelsposten dauert irgendwie acht oder neun. Ah. Ui. Die geht doch komplett vorbei, diese Bergkette. Du kommst da nicht durch. Der einzige Eingang ist da unten oder ganz oben bei einem anderen Stadtstart. Schon belast so eigentlich. Hat Bratislava noch ne Granary? Jawoll! Kann ich direkt noch Handelsrund in die Hauptstadt stecken von da. So, will jetzt eigentlich mal irgendwer seine Religion zu mir reindrücken oder eher nicht so? Ich würd mich halt... Die geht doch schon mal in mir langsam rein. In meine Hauptstadt kommt grad meine rein. In meine ja drei Anhänger. Guck mal, wie viele Einwohner ich hab. Ich schick... Ich kauf mir ja wohl kaum jetzt ein Missionar. Entschuldigung. Ich muss mir ja andere Sachen kaufen mit meinem Glauben. Ich verstehe das, aber ich würde dich dafür bezahlen. True, bei allem Respekt nachdem du mir geholfen hast etc. etc. Du bist auf einem extrem guten Weg Spielführer zu sein und dann schieb ich dir keinen Produktionspantheon mit einem Missionar rein. Ich glaub das kannst du verstehen. Ja, das ist meine Antwort halt schade. Ich glaub das kannst du verstehen. Ich find ich hab mich da sehr treffend ausgedrückt. Ah, jetzt hab ich meinen zweiten Scientist generiert. Ich auch. Juhi, juhi, alle leben in Terran AT. Ich hab den Workshop gemacht. Den baue ich grad, ne? Dann kann ich die Eisenmittel dann nachbauen. Ich bau tatsächlich aber auch grad endlich Observatorium. Ich hab zwar nicht so viel Wissenschaft wie du, aber immerhin krieg ich auch ein bisschen was. Hauptjob-Observatorium ist halt mega fett, ne? Ja, halt echt. Dafür hab ich mich halt auch gemoved. Aber das hätte ich gar nicht haben können. Also da hätte ich schon sehr weit moven müssen, damit ich das krieg. So, seid ihr bereit für den Weltkongress? Ich nehm mich auch nicht. Let's go. Gelehrte vor Ort, Jungs. Äh, du weg. Oder wer ist dabei? Gelehrte vor Ort, wenn ein Weltkongress ist? Ich glaub das ist das für mich sogar gar nicht so gut, aber... Ja, also im Grunde... Wenn mal du bist derjenige, der von der Tech etwas zurückhängt und wir anderem sind eigentlich ziemlich gleich auch... Info hast du's vor mir jetzt fertig gekriegt? Echt die same turnt? Also ich hab's letzte Runde. Ah, ich hab's diese Runde gehabt, okay. Du hast vor mir Stimmen, also Info entscheidet praktisch eh alleine, ne? Ja. Wollen wir ihm mal einen reindrücken, damit er keinen Diplo-Sieg macht? Ich schlag einfach mal vor, dass wir seine Hauptluxus-Ressource verbieten. Einfach mal Wein verbieten. Was meint er? Nö. Schade. Wo genau steht er von dem Diplo-Sieg? Ich hatte einfach Lust Wein zu verbieten, Leute. Klar, Wein verbieten, das ist auf jeden Fall der Sinn des Lebens momentan. Das ist der Call jetzt gerade, Leute, ihr wisst wie's ist. Ja, aber echt. Ich muss erst mal ne neue Stadt gründen gleich. Da könnte ich auch noch ne Stadt hinkönnen, das ist so ne richtige Scheiß-Stadt eigentlich. Aber eigentlich könnte man da trotzdem ne Stadt hinkönnen. Gems? Ehrlich? Wer hat Gems? Du? Hab ich? Ja? Oh, jetzt komm ruhig. Wo hab ich Gems? Achso, die da, ja, der unten beim Panzer liegt da weg. Woah. Ich glaub ich hier drauf baut. Aber die Wunder sind ja eigentlich dieses Spiel relativ gut verteilt. Ja, ich war keine Religion und kann deswegen da keine Kultur rauskriegen. Für mich war das ziemlich fett. So. Jetzt so langsam komm ich an den Punkt, wo ich nicht mehr weiß, dass ich verbessern soll. Mehr Städte, mehr alles. Bin ich jetzt grad bei. Ich hab jetzt gerade losgeschickt meinen, äh, meinen Siedler für ne neue Stadt. Okay. Vielleicht mal ne Maßnahme. Okay. Vielleicht mal ne Maßnahme. Warum hab ich eigentlich nur einen Kupfer? Das macht einfach gar keinen Sinn. Ich hab drei Kupfer verbessert. Produktion bin ich grad richtig hinten dran. Hurra für Wachstumsgelände, Leute. Produktion ist eigentlich das einzige, was ich tatsächlich irgendwo hab in der Demo. Es liegt aber auch nur an meiner Religion. Bei mir wird bei der abgerissenen Stadt da unten eine Hagia angezeigt. Direkt daneben. Jaja, bei mir auch. Diesmal klicke ich aber den richtigen Button. Keine Sorge, wenn, Alter, das ist bloß der Typ, der da den Bautrupp eskortiert, der da durchkommt. Wo, was, wie, wo? In Adrianopel, ich will doch meinen Stein verbessern. Du brauchst nichts mitschicken. Ich werde dir da jetzt nichts wegnehmen. Das fände ich jetzt ein bisschen asozial von mir. Fände ich auch, aber ich mach das nur provisorisch. Alles gut. Ich halte mich selber für keinen vertrauenswürdigen Menschen, aber das wäre selbst für mich und da, dass er... Also, ich nehme jede Rögeligung von euch gerne, also wenn wir 10 reindrücken oder so, ich nehme ich heute. Also du hast 36 Druck in der Hauptstadt, da kommt grad was. Und 18 Druck in der Zweitstadt. Die Zweitstadt hat aber schon vier Anhänger von dieser anderen Religion, die jetzt tot ist. Aber meiner trotzdem deutlich mehr Druck. Oh, hallo Panzer Kongo. Ja, aber das würde jetzt das so schön, dass er sich so auf halb-halb hält und ich nichts richtig rein kriege. Ja, aber in der Hauptstadt ist das ziemlich eindeutig, was da rein kommt gerade. Die andere Religion da unten lösche ich gleich. Also meine Religion hat ziemlich viel Druck, auch bei Ginyus Städten. Da weißt du, verbreitet... Warum hat deine Religion auch so viel Druck bei mir? Bei wem? Wer bist du? Ach, weil... Wir haben ziemlich viel Druck von dir. Ja, richtig. Ja, richtig. Und Ginyu hat komplett deine Religion, ne? Ja, richtig. Ich bin halt der Katholik bei uns. Oh, danke. Schön. Ähm... Hast du dich gerade in die Renaissance geklaut, oder was? Nein. Ja. In der Tat habe ich das. Weil das war so etwas später, als es normalerweise sein müsste. Ich habe mich da rein geklaut. Ja. Wir danken dem Herrn für Bratislava, dass wir nun auch endlich haben genug Städte. Danke Bratislava. Mega cool von euch. Info, falls dir aufgefallen ist, ich bin technologisch nicht unbedingt auf dem neuesten Stand. Ja, ja. Hast du, Moria scheint jetzt auch nicht mal annektiert, wa? Das ist schon länger. Oh, die sind von meiner Seite aus voll gut angreifbar, sehe ich gerade. Das wird dir im Endgame nicht gefallen, Info. Nee, der untere Fluss kann halt vielleicht noch etwas nervig sein. Nein, ich kann mich ja dahinter aufstehen zum Schießen. Ich muss ja nur oben reinrennen, Mili. Ja. Der untere Fluss wird eher nervig für dich, wenn ich mich hinter den stelle. Von meiner Seite aus war die aber deutlich angreifbarer. Ja, muss halt über den Fluss, Mili, da warst recht, das stimmt. Die Stadt ist halt allgemein scheiße angreifbar, die hätte ich da niemals gesettelt. Ah, Pisa. The Troop baut gerade Pisa. Pisa. Äh, Ginyu, was meinst du mit, du hast meine Religion verbreitet? Ich habe mir einen Missionar deiner Religion gekauft, die in meine Städte gepackt hat. Wie macht man das? Wenn eine Stadt von ihm deine Religion hat, dann kann er das da ein Missionar... Oh, stimmt. Das meinte ich doch vorhin. Das bringt dir halt wahrscheinlich insgesamt fast sogar mehr als mir. Schon, aber ich habe die Investitionen gemacht und du musstest nichts dafür tun. Das ist halt so der kleine Bonus dabei. Joa, eine Investition von 130 glauben das nicht so viel. Ich würde das auch machen, wenn du eine meiner Städte damit beglücken würdest, ne? Das passiert mit der Zeit. Also fünf Follower warst du jetzt. Mit der Zeit, True. Mit der Zeit. Ich merke schon. Weißt du, meine Hauptstadt wächst so schnell, das wird einfach gar nicht passieren. Das ist natürlich sehr belastet, die Hauptstadt zu schnell wächst. Also, True. Vielleicht meine Ginyu wächst noch schneller, der hat 24 in der Hauptstadt. Also, True. Äh, wie ist denn das? Du beschwerst dich, also... Also, ich bin bei keiner Demo außer bei Land auf 1 und das nur bei Bartos Lava so viele Felder hatte. Und ich dann eine Zelle gestellt habe. Und sonst bist du überall auf 2, so... Wahrscheinlich. Nee. Also, in einer Sache ist er definitiv nicht auf 2. Guck mal bei Produktion, da bin ich auf dem letzten Platz, wie du gleich siehst. Aber bei Produktion sind wir alle denn aneinander, glaube ich. Nein. Ich bin Platz 2 mit 86. Ja, ich bin auch Platz 2 mit... Ich bin selber Platz 2 mit 86. Polynesen ist einfach nur sehr weit oben. Mit seinem Salz da unten. Weil Ginyu da ja nicht aneckt ihren Müll. Vor allem, weil es sich für Ginyu auch voll lohnen würde, weil er nicht irgendwie in Bevölkerung und Erntetrag höher ist als ich. Hä? Bei mir wurde gerade Glauben gelöscht. Ja, das wird einmal, weil du Glauben durch einen Händler kriegst... Ach shit! Sorry Ginyu, sollte nicht an dich gehen. Also, dein erster Prophet wird gelöscht, den du so generierst irgendwo. Den kriegst du praktisch mit Free-Propheten. Irgendein Angebot oder was? Nee, das war nicht an sich, das waren wir anders. Ja, aber ich hatte gerade 200 Schlauben, wollte mir... Ja, ich weiß, ich weiß, das ist der erste Prophet, den du so generiert hättest. Weil du hast ja zwei Free-Propheten gekriegt. Und der wird halt gelöscht als Ausgleich dafür, dass du einen gratis für diesen scheiß Händler kriegst so early. Ich habe das Gefühl, das sind die Hügel, die bei mir sind. Geil, weil ich wollte mir gerade den Inquisitor kaufen und hier den Müll da drüben rausräumen. Ja, das erste Mal, wenn du dann richtig Glauben selber spendest, auch wenn es automatisch oder wenn es selber passiert, wird es einfach gelöscht. Als Ausgleich dafür, dass du so einen Propheten gratis kriegst. Ahhhh. Ui. Jetzt ging es an, den es gehen sollte. Und das kann ich garantieren, Genio, es sind nicht deine Hügel. Okay. Die sind mir zu hügelig. Das ist das Niemandsland, von dem ich spreche, tatsächlich. Ja. Was ist nicht nachvollzieh, bei mir tut mittlerweile so viel Militär rum, aber ich bin bei der Demographie immer noch auf dem letzten Platz. Und der Dennis fragt gerade, ob jemand eine Zusammenfassung für ihn geben kann, was bis jetzt passiert ist, weil er gerade erst eingeschaltet hat. Ich habe reingekirkt. Das ist eine gute Zusammenfassung. Aber das beschreibt ja nur dein Spiel, was haben die anderen gemacht. Ja, richtig. Ich habe das manchmal beschrieben. Nein, also keine Ahnung. Info dachte sich, wir haben Rex nicht in der Runde, also brauchen wir eine gute Vertretung. Deswegen hat er einmal gerade einen Mitspieler angeschlossen. True war eingebunkert, hat sich da ein bisschen expandet, indem er Stadtstaaten friedlich beschwichtigt hat. Genau. Ginyu geht mir auf die Eier, indem er sich mal weiter ausbreitet und RSG hat einen Salzstart und keiner tut ihm was. Ach warum auch? Ich bin keine Gefahr. Du hast einen Salzstart. Das ist doch das Einzige, was ich habe. Auch wenn eine Salzstart kann man nicht gut spielen. War das gut zusammengefasst oder soll ich ins Detail gehen? Ja. Und Ginyu, Leute, da fragt er sich laufen, deswegen hat er schon 24 in der Hauptstadt. Und Info hat halt Schnee in seiner Hauptstadt, deswegen klopft das ein bisschen. Ihn hat es mit dem Anschluss erwischt, das war Kero eben, der war hier der Moria-Schrein. Der Tunnel liegt doch wahr. Ach, Ternate, ich würde euch echt gerne anschließen, weil ihr den neuen Feld voll habt. Jetzt muss ich erstmal Infrastruktur bauen. Und ich glaube, noch eine Annexion macht meine Happiness gerade nicht mit. Irgendwie ist meine Militär-Demo gepapackt. Ja, ja, ich habe irgendwo eine Religion. Nein! Es war ganz kurz drin und dann war es wieder raus. Nein, ist es nicht hier. Nein! Sao Paulo, warum? Ihr hattet's doch ganz kurz. Gesundheit. Okay, jetzt ist ein Lager schon wieder direkt an meiner Grenze gespawnt. Also langsam wird's lächerlich. Fuchtet ihr am IGE rum? Nein, 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 nein. Wahrscheinlich hat Ginyu einfach den Effekt, dass das bei ihm passiert. Weil er ist doch diese Sith, die dann einfach da... Ne, warte, das ist Info, ne? Der dann einfach seinen Händler da hinschieben kann und dann werden die konvertiert. Den hab ich keine Ahnung. Ja. Bloß ich glaube nicht, dass ich von diesem Händler jemals nochmal einen bekommen werde. Pummelt einer am IGE rum, war grad die Frage. Ja, dann würde ich ja Reload dann nicht kommen. Ja. Wenn du bei Bahnlager spawnst, dann ein Reload? Ja. Ja, das ist ja ne Veränderung an der Map. Stimmt, ja. Hast recht. Das war ja letztens irgendwie, dass du Gold und Kultur oder so bekommen hast. Das hat ja... Also hier ist niemand drin, dem ich sowas zutrauen würde. Ja. Hatten sehr schnell die Einsicht, dass Religion doch nicht so geil ist, ja. Ich weiß nicht, Brasilien ist so gegen Religion scheinbar. Ich hatte gar keine Chance. Ja, also der Hauptfeld ist jetzt ein Follower mehr. Ja, immerhin. Ja, wie gesagt, ich drück dir keine Produktionspantheon rein, wenn Produktion dein einziges Problem ist. Ja, ich versteh's ja. Ginyu gibst du mir seine Religion? Wird wahrscheinlich nicht passieren, so wie ich Ginyu kenne. Alter, 36 Druck? Heiliger! Ich hab schon plötzlich in meiner Hauptstadt. In Ur hat diese komische Religion da aus dem Norden 54. Also wenn's dir grad nicht auffällt, ich hab grad Wachstum vermeiden in Sao Paulo, dass die halt dann gleich 5 Anhänger haben und ich mir selbst ein Missionar kaufen kann. Wieso? Hä? Wieso kann ich... Wieso kann ich die Karawane nicht losschicken? What the fuck? Leute, das ist halt fuck Barbarians, die bereiten sich überall aus. Augenscheinlich, alter. Äh, Ginyu, was zum Teufel hast du, wie hast du 54 Einfluss mehr? Alter! Ja, frag mal, wie von einer auf die nächste vier Barbaren in meiner Hauptstadt gesporn sind. Das weiß ich nicht. Und warum eine Karawane in Kuhu Gruppe kein Ziel hat. Ich kann die nirgendwohin schicken, der hat kein legitimes Ziel. Und ich glaub nicht... Und wenn das der Barbaren Weg steht? Nirgendwohin! In keine Richtung! Wo ist überhaupt Kuhu Gruppe? Die seh ich nicht. Ach, Kuhu Gruppe? Haben die... Ja, die sichern die Kornspeicher, ne? Ja, haben sie. Ja, ich hab keine Ahnung. Wenn mal hat Kabul den Krieg erklärt. Nein, das sind Fake News. Ich würde nie mal Stadtstaaten anschließen wollen. Stand da aber gerade. Ja, Fake News. Ginyu, warum hast du mir den Krieg erklärt? Damit du mir die Stadtstaaten nicht mehr wegdrehst. Hey, ich dreh doch gar keine Stadtstaaten. Nee, gar nicht. Ich habe legit niemanden in nem Stadtstaaten sitzen. Hab ich nen Verbündeten mehr? Du hast mir Quebeck zweimal weggedreht in den letzten paar Runden. Ginyu. Mein Mann hat irgendwelche Quests... Wen weggedreht? Ich habe nichts mit Stadtstaaten gemacht, Ginyu. Sicher, dass du da auf die richtigen Spieler geguckt hast? Ja. Ich hab wirklich, ich schwör dir, nichts gemacht. Ich hab gar kein Gold dafür. Ich mach die Runde in die Runde. Ich kann immer noch nur... Was ist das denn? Also die Leute, die die Kuhu Gruppe sehen, ne? Ja. Die können doch bestimmt bestätigen, dass ich irgendein legitimes Ziel für diese Handelsroute haben sollte. Irgendeins. Ja. Wofür hab ich die gebaut? Schickste doch in ne andere Stadt. Aber das ist doch Bullshit. Ich weiß es nicht. Ich hab dir auch keine Stadtstaaten gedreht. Wenn du das bei dir siehst, keine Ahnung warum. Ich hab keinen Stadtstaatverbündeten gehabt, das ganze Spiel nicht. Ich hab die alle angepisst. Ich hab einen eingenommen, Ginyu. Du bist super asynchron, kann das sein? Soll ich mal saven und neu laden? Äh, ich hab zweimal quer weg, weggedreht. Ja, siehst du, Ginyu? Hör auf, die ganze Pimmeln. Ich glaub, er hat einfach nur irgendwie so grünlich gesehen. Ist er zwar selber, aber... Ich schwöre dir, ich hab keinen einzigen Stadtstaatverbündeten gehabt. Ich hab minus 20 bei den meisten hier. Denn der sieht nur, irgendwas ist passiert, was er nicht mag. True. Also ehrlich, Ginyu, jetzt komm. Und wie viel Gold hast du in die bitte schön reingesteckt? Ich mach genug Gold pro Runde. Ich hab Trüffel und Weihrauch und Seide. Aber Frieden darfst du trotzdem machen, Ginyu. Ginyu, ich glaub, ich mach von den Ressourcen hierher etwas mehr. Ich hab vier Wein und vier Baumwolle. Anschließen, das macht Spaß. Alles weg, Schießenturm. Du hast mich jetzt ernsthaft in Zugform hier aber praktisch gesame-turned damit. Sonst hätte ich ihn ja gehabt. Nice. Weißt du, was mich jetzt an kurz, Ginyu? Mhm. Du hast mich auch an diese eine Stadt, wo ich ein bisschen an die Deck gegangen bin, oder? Die Wüstenstadt. Mhm. Hatten wir aus meiner Stadt für eine Lux-Ressource für Baby Love the King Day haben wollen. Gold? Mhm, eventuell. Wobei man halt sagen muss, das würden die nicht haben wollen, wenn es deine Stadt wär. Das stimmt nicht, die wollten eben auch Silk haben und Silk habe ich mit einer meiner Städte. Ja, aber du hättest das ja schon verbessert gehabt, deswegen würden sie mich danach fragen, sondern nur wenn es nicht verbessert ist. Ey, es geht jetzt. Keine Ahnung warum, aber jetzt konnte ich's machen. Ginyu, machst du jetzt Frieden mit mir oder willst du jetzt echt Dauer-War haben, nur weil du denkst, ich hab dir einen Stadt-Staat gedreht, so mystischerweise. Weil das hab ich wirklich nicht. Hab ich das echt falsch gesehen? Das stand doch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen von den einzigen Stadt-Staaten-Verbündeten dieses Games. Ist das grad herrlich. Und Info hat fucking Quattro-Nahm auf. Ist das grad herrlich. Meine Fresse, ey. Tut mir leid. Ja, 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 wieder hot. Peter ist erzürnt. Der Bart bebt schon. Der Bart zittert, Ginyu. Sitzt der grad da so und macht mit seinen Händen diesen? Ja, der macht genau diesen gerade. Ginyu, was soll denn das? Man muss doch mit Herrn AT erleiten, direkt neben mir. Also das einzige, was ich mit Herrn AT machen könnte, was dir nicht gefallen könnte, ist die noch anschließen. Hm. Nee, Bunny, der war nicht free. Das war, äh, der... Der Worker war meiner, der hat da gerade... Stopp mal, True. Tern AT ist auf meiner Seite des Flusses. Komm, bin ich mit deiner Seite des Flusses. Doch, da komm ich mit. Das ist meinsch, dann schließe ich an. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Tern AT, die werden von mir angeschlossen. Aber noch nicht jetzt. Das ist meine Seite des Flusses. Unten am Fluss. Oh, den verbauten Top Coffee Palace, okay. Hat irgendwer von euch Truffles? 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 Troffles? Oh, äh, gut. Ah, das ist völlig wundervoll. Ach, Kabulilein. verweisen die platz hatten ja eigentlich immer selber schuld macbeth habe ich geschrieben meine freunde wer in meine hauptstadt kommt und dreimal macbeth sagt ja das worten katapult hätte ich mir sehr witzig vor macbeth macbeth genu da traue ich mich doch fast gar nicht mehr wenn dann noch ein langschwertkämpfer dazu spawnen würde dann wird es gefährlich die berüchtigten katapult und langschwertkämpfer ja hochgefährlich wissen wir doch alle ich finde das nicht okay denn es schreibt gerade die stadtstaten sind selber schuld wenn die im dünya zu hat noch so rumlaufen die stadtstaten selber schuld dass die eine stadt sieht entschuldigung programmiert die sollen da bleiben wo sie hingehören und das sind ihre komischen inseln außerhalb des kontinents damit sge alle als erstes finden kann oder ja richtig generiert mir kann ich sogar direkt planten weil ich habe ja die bild was hat meiner jetzt geschrieben den government inspector da müsst ihr vorsichtig sein wenn jetzt steuern unterschlag dann kriegen wir euch das ist ja heute nicht so gut gelaufen zunächst um ist mein gerichtsgebäude fertig dann habe ich wieder happiness ich habe nur plus fünf alter was zur hölle machst du hier oben wer lass mal kabul in ruhe kabul sind gross ich habe das eben schon gesagt dass ich die weg mache ich glaube hier stadtstattensieg wird heute nix wenn wir die alleine schuldigung genio als kabul weg muss ich habe keinen platz eine stadt zu gründen ey fuck you entschuldigung denunziere genio genio was soll das jetzt schuldigung freunde wir müssen unsere unsere kabul anischen bros beschützen was soll das jetzt gehen jetzt ernsthaft ich habe keinen bock dass du die weg machst ich will stadtstarten spielen es ist dein problem nicht meins meine crossbows sind jetzt dein problem ja gut aber das hast du selber provoziert du hast die stadt dahin gesettelt damit hast du meinen letzten expansionspunkt weggenommen ich hatte ein schutzversprechen da drauf ja peter gefällt dies peter sitzt da jetzt gerade mit seinen händen und macht den und sagt okay go on euch ist hoffentlich bewusst dass ich heute noch anschließen werde oder der der arme tee die haben ja nichts mehr in der tat doch vier pferde warum kann ich eigentlich nicht bei genio klauen so bradislava was hätten sie denn gern boah ein triborg das klingt nach einer maßnahme oder leute ich bin dafür wir nehmen das info weg ich bin dafür wir voten wenn mal der bock auf wenn mal gehen wir keinen bock auf mich ich hab fünf stimmen stadt starten halt wollten wir rsg oder wer hat jetzt wen gewartet ich kann her ich kann nicht mal voten was doch schuldmann ist bei mir weg dann mach einfach deinen zug dann taucht er auf das hatte ich auch schon okay ich bin dafür wir voten weder mich info noch genio rsg oder wenn mal so durchaus wenn ich so die demos angucke wenn mal nicht wort wenn mal macht ihr damit so und 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 Monument wäre vielleicht ganz praktisch, ne? 10 AT anschließen wäre ganz praktisch, die haben den Old Faithful, dann habe ich gewonnen, wenn ich das mache. Wenn ich 10 AT anschließe, möchte ich aber, dass du da weggehst mit deinem Score, sonst schieße ich den mit ab. Ja. Sobald du Krieger klärst, geht der weg. Ich erkläre nicht den Krieg, ich parke erst 3 Kanonen und schieße dann gleichzeitig mit allen 3. Und dann ist 10 AT in halb tot. Halb? Ich nehme an, die werden bis dahin irgendwie 35 bis 40 haben. Ich habe jetzt gerade erst Stahl getaggt, diese Runde. Und baue gerade Akademien. Natürlich hat mir die Nri eine Tag gestohlen. Danke, Nri. cool von euch, ja? Ich bedanke mich auch für, äh, Economics. Blöde Sau, ey. Was habe ich denn jetzt für eine Kaka-Religion hier drin? Ich habe jetzt die Church of Megumi mit Papstprimalen und Kathedralen. Weißt du, da tut es mir gar nicht mehr leid, dass du den angeschlossen hast. Ich habe schon einen Dings-Inquisitor. Der läuft jetzt gleich rüber und schmeißt den Schrott. Ich glaube, es flippt auch gleich auf, äh, wenn man jetzt gerade geht. Aber ich bin trotzdem nicht begeistert. Das flippt mit meinem Druck. Ja, ich glaube auch. Guck mal, du hast 27 Druck und 4 verloren, das andere hat 5 verloren. Das flippt ziemlich sicher gleich. Und deine Hauptstadt flippt ja auch dann irgendwann. Da werde ich gleich ein Missionar reinstellen, wenn da 15% Produktion reinkommt, dann gute Nacht. Da freue ich mich. Ja. Und da Ginyu rumpimmeln will, kann ich dagegen ja auch nichts machen. Du wolltest vorher schon bei mir rein, das habe ich genau gesehen. Ich wollte mit meiner Armee nicht bei dir rein. Und das meine ich gerade eher nicht. Hast du Kabo jetzt echt weg? Die haben doch voll die Flachwüste. Ich wollte Kabo eigentlich wegmachen, ja, nur Ginyu mischt sich halt ein. Und ich wollte dich mit den Truppen, die da standen, nicht angreifen, das kann ich auch so ehrlich sagen. Die waren nur für Kabul. Scharmes Kabul. Ich labere zwar viel gern Scheiße in diesem Spiel, aber das meine ich ernst. Immerhin auf 1 bei Approval, das ist doch was. Peter, Peter, alle lieben Peter, Leute. Daumen hoch für Peter. 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 Das war so mein Leben, ey! Scheiß Peter! Der ist doch ungefähr so gut wie Frankreich, oder? Ja, fast genauso gut. Der darf auch gern mal einen von euren Spionen abknallen. Da hat er aber kein Bock drauf, schauen wir mal. Wie oft habt ihr bei mir schon geklaut, Leute? Einmalig. Nullmal. Nullmal. Ich hab deine Hauptstadt ewig noch nicht gefunden. Ich hab halt einen bei Ginyu drin sitzen, aber der klaut halt gar nix. Der sieht halt bloß, dass Ginyu grad nen Kirkus baut. Ich glaub, der geht mal... Oh, Leute, es ist Karneval! Leute, Karneval! Party, Party, Karneval! Ihr habt Bock? Habt ihr Bock, Leute? Weg mit dem Schwachsinn da! Außer im True, ja, ich will die einnehmen, einfach weil ich A, brauche ich ne Stadt und B, sind da Fälle und Fälle brauche ich. Na gut, das verstehe ich ja irgendwo. Aber es ist halt echt keine schöne Stadt, ne? Natürlich ist es keine schöne Stadt, aber wo soll ich hier ne Stadt zetteln? Hat ja auch niemand von zetteln geredet. Die Kack-Religion da drüben ist jetzt weg. Ja, nee, die ist nicht weg, die hab ich ja jetzt bei mir. Ja, aber... Die stirbt da aus. Die hat keinen Pressure mehr jetzt, ne? Die stirbt da aus, ja. Ich hab jetzt die heilige Stadt entfernt. Danke Info, du bist der Heiland, den wir gebraucht haben. Weil ich hab nämlich selber keinen Bock auf den Scheiß da. Ey, meine... Meine Religion ist in RSGs Hauptstadt. Also nicht drin, aber ein Follower. Vor allem mit 18 fucking Druck. Und in seiner Zweitstadt hab ich mehr Druck als er von seiner Religion. Was ist denn bitte mit Ginyus Wachstum nicht richtig? Das ist echt hart, ne? Ich bin auf 2 und ich bin deutlich hinten. Ey, RSG, guck mal auf meinen Druck in Samoa. Ja, ich weiß. Du machst da einfach 36 Druck, ich nur 18. Das ist einfach nur krank. Ich mag meine Religion. Ich glaube, wir müssen dringend Ternatei anschließen. Das ist... True, das fände ich sogar sehr schön. Die wollen nämlich grad bei mir hinten rein. Wer Ternatei? Ja. Ich schließ die an, aber ich muss erst Kanonen taggen. Ja, gut, okay, bin ich bald. Freunde! Ja, da bist du gerade dran schuld. Ich möchte das kurz und anstrengungslos machen. Ich hoffe, das verstehst du. Weißt du, was ironisch ist? Wenn du mir kein Kriegerkletz hättest, hätte ich Ternatei gegen True beschützt. Weil die auf meiner Seite des Flusses sind. Ja, wenn True die holt, weißt du, wo als nächstes hingeht, ne? Zu Info. Wahrscheinlich zu Info. Der hat mehr Wunder. Also, einen Panzer brauche ich nicht mehr anschließen. Die habe ich schon mit einer Zettelette angeschlossen. Weißt du... Der kann auch gerne mal zu mir in die Stadt gehen anstatt da runter. Jetzt hat er nämlich... Ja. Hättest du was gesagt, hätte ich dir offene Grenzen gegeben, wenn du zu mir gekommen wärst. Jetzt hast du ein Trition gekriegt. War das mit mir? Guck mal, jetzt hat es nicht gereicht, weil du Trition hattest. Du wolltest was angefangen mit dem Satz, hey, wenn mal. Was ist los? Na, wenn du das ein bisschen besser kommunizieren würdest, hätte man da sich bestimmt einigen können. Aber du musstest mir ja drohen in deiner Nachricht. Wieso drohen? Du hast gesagt, wenn du wenig spielst, schließe ich dich an. Und ich finde, das ist ziemlich... Aber ich habe geschrieben, Zitat, ich spamme jetzt Crossbows. Habe ich auch gemacht. Ich wollte Kabul anschließen. Und dann habe ich gesagt, was man damit machen kann. Dann sagst du, wenn du ein bisschen was springen lässt, gehe ich in eine andere Richtung. Ich habe ich nicht geschrieben. Ich habe gesagt, du hast geschrieben, ja dann gewinnt halt True. Ich lese mich jetzt mal vor, was passiert ist, also. Ähm. Ja, hat nur Schuss. Wollen wir in Anbetracht der Zartsachen unsere Streit? Das kam von Ginyu. Habe ich geschrieben, eigentlich würde ich nächste Runde Crossbows scammen. Meinte Ginyu, oh dann scheiße, dann gewinnt halt True. Dann habe ich darauf geschrieben, das war Byzantinisch. Ich schwöre, ich hätte gerne eine kleine Gegenleistung dafür, dass du mich am Anfang des Spiels zweimal angepisst hast. Den zweiten Teil hast du gerade dazu erfunden. Das stimmt, aber so war das gemein. Das stimmt, aber. Du hast nicht geschrieben, aber du hast es gedacht. Ich hoffe, das wisst ihr. Du hast mich am Anfang des Spiels zweimal angepisst und dafür wollte ich einfach nur wie viel Goldie-Runde. Das hast du aber erfunden. Ja, das stimmt, aber es wäre schon fies, wenn du das geschrieben hättest. Och Mann, ey. Hättest du mir 5 Goldie-Runde so gegeben, dann wäre ich in die andere Richtung marschiert. 500 Goldie-Runde? 5 Goldie-Runde. 5 Goldie-Runde. Ich hab wirklich 500 verstanden. 500 hatte ich. Aber und jetzt ist halt, ja du hast verraten Kriegerkläpp, was soll ich da machen? Info anschließen. Aber du hast doch gesehen, dass ich da ein Schutzversprechen hatte. Es war mir egal, ich brauchte ne Stadt. Und ich hätte entweder deine Städte angreifen können oder Kabul, was ist dir lieber? Ich hab ein Anschlussversprechen auf Fernatiz. Sind das auch? Also True wollte die ganze Zeit, dass ich dich angreife. Dachte ich mir schon, dass True das will. Ich wollte nicht, dass True das will. Ich korrigiere, dass True wollte, dass ich Info angreife. In der Tat. Und da meinte ich, das kann ich mir nicht erlauben und dann meinte er nachricht soll dich anpimmeln. Ja also, wollen wir den Scheiß jetzt hier weitermachen oder wollen wir das mal erwenden? Ne, du hast angefangen. Du hast mir den Krieg erklärt. Ich hab nur nen Befreiungskrieg für Kabul gestartet. Ja viel Spaß. Befreiungskrieg für Kabul ey. Ein Befreiungskrieg, wo davor noch nicht mal was weg war? Die Stadt ist ja weg, die hab ich ja eingenommen. Ach inzwischen. Ein Protektoratskrieg meinetwegen. Ja, ich hab kein Interesse daran, den Krieg weiterzuführen, können wir aber gerne machen. Ich glaub nicht, dass die noch wachsen. Und spame ich halt weiter ein, einen raus. Ach so. Dann kann ich mir vielleicht Skulpen und Generalsnacken, das ist ganz schön gerade sogar. Danke dir. Die haben sich wieder, liebe Leute, ne? Ich stehe auf das Feld rauf. Hä? Das schaffe ich. Mhm. Gegen die Stadt vier Crossbows und nen Schwertkämpfer. Bin ich mal gespannt, was du da drauf stellst, das ist alles überlebt. Einbützer Antena. Mann, ihr habt euch wieder echt lieb. Ja, Genio hat mich angegriffen, was erwartest du? Ich mein, das ist doch jede Runde so. True zieht weg und wenn mal... True zieht gerade bitte weg. Was? Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Naja, da war ich auch stolz. Naja, da war ich auch stolz. Naja, da war ich auch stolz. Nein. Ja, fuck. Ich mach das eigentlich immer. Also falls euch wundert, warum ich bei Produktion auf eins bin, ich hab grad einen geilen Karneval. Ginyu in den letzten Runden hab ich das immer gemacht. Ich kann das nur jetzt einfach mir nicht erlauben, weil ich irgendwelche Städte brauche. Und du bist jetzt grad der, der rumpimmelt, nicht ich. Das kann ich bestätigen. Ginyu pimmelt rum. Genau. Ginyu pimmelt die nächste Runde und Wattfrakefin vier Runden bei RSGE. Ginyu will ja seinen Protrex vor Ratskrieg jetzt hier unbedingt führen. Find der super so. Ich mach das jetzt sogar noch ganz historisch, ich schick ihm ein Friedensangebot und wenn er das ablehnt, wissen wir ganz genau, worauf er aus ist. Ihr seid super, Leute. Brasilien ist stolz auf euch. Ne, aber wenn er das ablehnt, zeigt er ganz direkt, dass du gewinnst, weil dann kann ich nichts gegen dich machen. Was würdest du denn gegen mich bitte machen? Ich fühl nicht mal. Das würde ich nicht unterschreiben. Ah. Ich schließe gleich nur Ternatee an. Die sind auf meiner Seite des Flusses. Meine Leute, ich verstehe, dass Ternatee eine Siegcondition ist. Die haben den Old Faith wohl aber trotzdem. Die ist auf meiner Seite des Flusses. Dennis schreibt gerade, du solltest Ternatee durch einen Befreiungskrieg von der anderen Seite des Flusses dann befreien, wenn ich sie eingenommen habe. Ey Genio, machst mit? Ja klar. Brauchst du auch zu begrenzen. Fucking Ternatee. Ich kann die Raten nutzen, ne? Das geht schneller. Ich hab mal noch keine nach Kabul. Jetzt kann ich auch von RSG eh nicht klauen. Warum kann ich von niemanden von euch klauen, Leute? Weil du Tag Lead bist halt. Ja, das ist doch scheiße. Dann musst du halt nicht Tag Lead sein. Dann musst du halt auf das Start ein Spiel. Und die mögen dich aus irgendwelchen Gründen ja nicht mehr. Ja, komisch, ne? Ne, das war nur deine Schuld. Und ja, was hätte ich denn machen sollen? Was hättet ihr denn an meinem Spawn hier sonst gemacht? Ich hab das gleiche gemacht. Ja, also. Ternatee hat das verdient, ganz ehrlich. Womit? Mit Recht. Mit dem gleichen Recht, mit dem ich Kabul eingenommen habe. In der Tat, du verstehst das. Dieses Recht heißt ganz simpel. Du darfst halt in Civ nie einen großen Anfängerfehler machen. Als Stadt-Stadt spielen. Ein Ternatee sein. Ternatee ist, äh, Brasilianisch heißt Anschluss. Und ich weiß, dass die da Portugiesisch reden. Sao Paulo, so langsam könnt ihr mal die Religion da nehmen, ne? Dein Namen niemals. Die Hauptstadt hat's fast. Alter, die Hauptstadt hat hier... Ist die ausgelöscht worden, die andere? In der Hauptstadt war keine andere. Doch. Ach, ne, Hauptstadt, ne, ich hast recht. Ja, die... Also, äh, True hat leicht Produktionsplan... äh, Religion in seiner Hauptstadt. Schön, danke. Finde ich nett von dir. Ich hab gar nichts für, die ist da rübergewandert. Hättest du sie nicht so krass verbreitet, würdet ihr die nicht rüberschwappen ziehen? Ja. Das war Ginyu. Die, ich glaub nicht, dass meine Städte Druck auf ihn ausüben. Ich hab in meinen Städten nichts rübergeschickt. Ich hab nicht mal einen Missionar an meine Städte geschickt. Also Produktionsreligien, was hast du dann noch drin aus der Produktion? Äh, Druck. Garten Happiness? Garten Happiness, nehm ich auch. Danke. Garten Happiness und ich hab auch Druck drin. Ne, hab ich nicht, oder doch? Du hast du Bret's Father genommen, ne? Ja. Wenn du nicht viel davon hast, die zu verbreiten. Hab ich doch. Ich krieg zufriedenheit davon. Ah, er hat nicht spits fast, er spits further. Deswegen geht das so überall rein. Ja. Hab ich ja zufriedenheit von... Das verlagert sich dann alles. Man kriegt da richtig Druck. Bei mir drückt's auch, keine Sorge. Achja, ich muss meinen Stadtstaaten noch Frieden schließen. So, nächste Runde kann man mal gucken, wer Kohle hat. Was? Was ist das? Was ist Kohle? Ja, weiß ich nicht. Nächste Runde kann ich dir sagen, was man ist. Ekelhaftes schwarzes Zeug ist das, glaub ich. Kann man das essen. Hab ich mal von entfernten Verwandten gehört. Warum ist... Warum ist Fortification etwas teurer? Weil das noch keiner hat. Aber als ob... Hat RSG eh zu Warships durchgetaggt, oder du? Nein, das hat niemand. Fortification ist immer teurer. Ich wollte dich gerade ein bisschen ärgern. Ja. Aber warum ist diese eine Tag so 40 teurer? Also das zweite Tier aus dem Lightman hat auch noch niemand eine Tag. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Kohle, das kennt Dennis als Studenten. Ich schreib da gerade. Ja. Bilasto, ich kann das auch verstehen. Auch eine gute Antwort. Weil es geht. Einigermaßen, ja. Wenn man einen Job hat als Student nebenbei. Ich tag jetzt noch Schulen, dann baue ich Schulen und dann schließe ich Ternaté an. Klingt das nach dem Plan? Ich hab jetzt Manufacturing-Lease, dann tag ich Schulen und dann wird Ternaté angeschlossen. Habt ihr da Bock? Ternaté. Ternaté. Oder ich stecke Fieldgans und schließe Info an. Info, Info. Warum hab ich jetzt auf einmal unzufrieden. Das finde ich nicht so geil. Bis dahin hab ich auch die Produktionsreligion bei mir. Danke dafür übrigens, wenn mal. Bitte sehr. Das war auch absolut mein Plan. Die ganze Zeit schon. Geil, ich hab auch einen Follower in Infos Hauptstadt. Ich hab jetzt fünf Follower in Sao Paulo. Das dauert nicht mehr lange. Äh. True. Hm? Du musst was für mich machen. Ja, was denn? Der Moria-Schrein und mein Baza-Konko glauben nicht an meine Religion. Kannst du das ändern? Wenn ich sie einnehme, kann ich's danach flippen, ja. Okay. Also ein Banzer wird auch passieren, wenn ich halt deine Religion in meinen Städten... Ja, ich fühl mich grad ein bisschen wie der Papst ist alles. Genau, das mach ich dann für dich. Und Moria-Schrein, die nehm ich ein und das flippe ich dann mit dem Inquisitor auf Produktion. Okay? Ja. Ne, Moria-Schrein hat ja eigentlich ziemlich an den Papst geglaubt. Die hatten ja Papst-Primat. Oh. Oh. Ja, das war der falsche Papst. Nur ich bin der richtige Papst. Oh, mega geil. Da ist Kohle. Wenn mal gehst du da bitte von meiner Kohle runter. Welche Kohle? Du siehst die nicht, aber du stehst da drauf. Mit deinem Scout. Du siehst das nicht, aber du stehst im Weg. Ich hab' das Feld grad gekauft, weil da Kohle drauf ist. Ich hab' das Feld grad gekauft, weil da Kohle drauf ist. Lol, wieso hab' ich da jetzt einen Scout? Hast du mir jetzt ernsthaft deinen Scout geschenkt? Danke. Den kann ich sogar gebrauchen, um Infos Grenzen zu scouten. W-was? Wer schenkt den Rehmeinheiten? Wenn man halt mir grad seinen Scout gegeben hat auf meiner Kohle stand. Jetzt hab' ich seinen Scout. Warum machst du sowas? Ich komm mit dem jetzt anfangen. Übrigens, Trüffel doppelt. Was ist immer du? Was ist Trüffel her damit? Was willst du haben? Ihr habt alle nix, also ich nehme einfach Geld. Ich geb dir 15 Gold die Runde. Oh, scheiß mich raus. Dein Ernst? Wenn alle anderen raus sind, geb' ich dir 12. Also so viel Geld hab' ich halt nicht, das ist das Problem. Ne, 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 du nimmst mir das jetzt ab für Wheel of the King das nächste Runde auf die Kriegserklärung. Ne, ne. Mist, Ginyu ist leider nicht dumm. Okay, Ginyu, ich geb' dir Flat 100 Gold. Wow. Mehr hab' ich nicht, okay? Ich hab' 104. Also ich hab' das höhere Gebot. Ich hab' 401. Ich hab' 259. Also RSGE. Ich seh' du, du könntest Zufriedenheit gebrauchen, aber du hast glaub' ich schon Trüffel, oder? Ich glaub' ja. Ja, du hast schon mal von meinen bekommen. Soll ich doof. Oh. Das hab' ich hier. Uh, Wale. Ich hab' irgendwo Wahlherr bekommen. Goil. Walo. Oh, ich merk' gerade, dass ich wegen dem Krieg mit Ginyu deswegen bin ich nicht gewachsen. Ich war' unzufrieden. Wenn mal, ich hab' den angeholt zu der Ecke sein, der wegen der Zufriedenheit. Das passt auch super. Was? Äh, ne, interessiert mich nicht. Okay. Oh, ich werd' gerade nicht so Ginyu reale Gegenleistung geben. Also Ginyu, wie wär's? Ich massier' dir mal so richtig schön die Füße. Mit einer Trüffel. Ohhhh, verdammt. Tja. Also so ein Angebot abzulehnen. Ich hätt' deinen Trüffel sehr, sehr gerne. Ich auch, sag' ich in We Love The Kings. Ich auch. Nein, wo willst du's erneuern? Geht gar nicht. Wie, geht nicht. Warum auch immer. Äh, da, 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 da. Angeblich habe ich nämlich nur einen Baumwolle. Obwohl ich vier verbessert hab' und garantiert nicht so viele verhandelt habe. Ginyu, ich kann ja Zufriedenheit für Trüffel geben. Hm. Nicht so? Kein Mew auf der Kings Day dafür gekriegt? Nee. Schade. Was brauch' ich eigentlich? Hm. Hm. Oh Gott. In jeder Stadt was anderes. Immer das Beste. Hm. Äh. Äh. Ja, das ist ähnlich. So gefühlt wurde ich dieses Spiel schon um ein paar Ressourcen betrogen. Ich hab' eigentlich, also eigentlich sollte ich vier Kupfer haben. Ich hab' aber immer noch drei Milliarden Eisen. Äh, wenn das Eisen schon verbessert ist, flippt's nicht. Dann wird's aber falsch angezeigt. Weil, wie du siehst, hab' ich eigentlich vier Kupfer. Wie viel mehr willst du erst geben? Ich brauch' kein Gold, ich hab' Gold. Okay. Okay. Hast du Fell oder Marble? Marble? Marmor hätte ich nichts gegen. Warte, man braucht 50% der Einwohner für die Religion, ne? Ja. Oder Baumwoller. Dann hast du nächste Runde Produktionsreligion. Wo? Uff. Da hab' ich elf Anhänger. Ja, und 50% der Gesamteinwohner. Ja. Ja. Ach so, ich dachte, ah. Was denn sonst für Einwohner? Der religiösen Einwohner. Ne, ne, ne. Echt das schnell? Das ist ja total demnig, dann ist der erste Anhänger direkt die Religion. Ja. Na ja, Panzon ist ja auch religiös. Alter, was ist jetzt alles ausgelaufen? Unserer Verteidigungspakt. Ach so. Ach so'n Scheiß hatten wir? Ja. Wie zum Teufel hab' ich Tür-Türe da gefunden. Die Türe. Hm. Gut. Die Frage des Weltkongresses stellt sich. Erstmal gegen Weltwunder stimmen. Was ist denn da? Na, willst du nicht? Äh, wundert dich das? Nö. Ich mein' 16 Goit, die Runde fänd' ich schon lecker, aber... Ich könnte halt machen wie früher. Ich handel mit dir außer die anderen geben ja alle jeweils 16 Goit die Runde. Was, 16 Goit die Runde? Siehst du mich grad echt als Game Lead? Ich bin nirgendwo auf 1 in den Demos. Außer auf Tag. Ja. Äh. Gut. Was ist denn jetzt in der Weltkongress? Was machen wir dann da? Hm. Also ganz ehrlich, Ginyu geht's grad bedeutend besser als mir. Wahrscheinlich ja. Ja. Außerdem rennst du grad mit deinen Armbruchschützen in meine Richtung. Das ist... Na ja, die rennen nach... äh, dem zum Stadtstart. Die... Ternate. Ja, richtig. Der ist auf meiner Seite des Flusses. Der ist klar, dass ich den auch flippen werde, wenn du den angreifst, oder? Ich hab ja auch einige... Der ist klar, dass ich den zurückflippen werde und ich hab Kanonen. Das ist Kanonen. Das ist Kanonen. Ja, ich hab Kanonen. Wir haben gehört, Schießpulver verträgt sich nicht gut mit der menschlichen Haut. Ich glaube, die ziehen wir alle wieder in eine andere Richtung. Ja, ja. Nimm doch Columbo ein, die sind doch mehr bei dir. Ja, aber die sind scheiße. Ja, in der Tat. Und mit Uhr war ich halt ewig verbündelt. Das ist so. Ja, dann nimm halt trotzdem Uhr ein. Ja, ich ne Uhr weg. Ja, ich ne Uhr weg. Mit denen bin ich aber verbündelt. Das ist dein Problem, ich meinst. Ja, siehst du, dann wirkst du Info einerein. Das ist doch gut. Weißt du, ihr wollt jetzt nur auf mich gehen, weil ich ich bin. Ich bin überall hinten gerade. Guckt doch mal in die Demos. Ich bin sogar auf dem Wechsel bei euch. Ich schau mal in die Demos. Dann siehst du wohl, dass ich momentan nirgendwo führe, sondern Ginyu. Außer bei Tech, wo du erster bist. Was daran liegt, dass ich eine Observatoriumshauptstadt habe. Aber wenn ihr gleich erst mal ein bisschen geklaut habt relativ... Ja, drei Observatoriumstädte. Ja. Das ist praktisch das einzige, was ich gerade kann, hacken. Oho. Was wollen wir dann machen? Hm. Hm. Das finde ich solide. Das wäre mal witzig irgendwie. Hehehe. Außerdem, wie war das mit Crossbows? Was sage ich immer. Die sind ganz lieb. Die wollen nur kuscheln. Der tut nix, ne? Hm. Der Hund weiß nicht. Ja, genau. Der Chinese tut ja nix. Der will nur abhören. Der will nur abhören. Das ist heute schon geklaut. Hör mal was witziges. Anstatt jetzt einen sechsten Follower von deiner Religion zu haben. Weißt du, was ich gekriegt habe? Einen Anhänger von dieser Aqua-Scheiße von Info. Das ist nicht mal eine Aqua-Scheiße. So eine Scheiße ist das. Und wo überhaupt? In Sao Paulo. Da hätte ich nämlich, wenn jetzt noch ein Follower von, äh, wenn wir als Religion reinkommen, dann hätte ich endlich die Religion drin gehabt. Ey. Aber nee. Info schiebt mir seinen Kack hier rein. Na, also. Der ist jetzt nicht so kacke. Ja, aber er ist richtig drin. Er ist halt nur ein Anhänger. Ich finde es auch nicht okay, dass halt in anderen Städten ich noch nicht mehr als Religion bin. Hättest du lieber... Warte. Wann hast du Uhr geflippt? Ich? Ja. Das ist schon länger her. Das finde ich nicht okay. Da wird Uhr direkt angeschlossen. Nee, nee. Die kriegen mal eine Religion und dann werden sie angeschlossen. Machen wir doch andersrum. Ist doch einfach. Da kannst du einfach ein Inquisitor reinstellen. Ja. Machst du doch da ewig lang rum, oder musst du einen Propheten reinschieben. Propheten ja nicht. Wäre da schon ein Anhänger, hat er da acht? Also das zu flippen kostet sicherlich einen ganzen Missionar sonst. Ja. Minimum. Ich finde es schön, wie ringsum Ternate jetzt sehr viele Einheiten verschiedener Fraktionen stehen. Das sind keine Einheiten. Ist du da auch dran, Ginyu? Von mir ist da nix. Ich lauf mal rein, wo steht ein Ginyu. Da steht ein General. Meiner. Und ein Armbrustschütze. Interner Tee. Und die sind ganz lieb. Sie erkennt meine Meinung zu dem Thema. Himeji? True? Okay. Zwei Runden neben mir? Ich mag Himeji. Und wenn mal entweder wir machen nochmal offene Grenzen oder ich muss mich da durchwohren. Weil ich will auch gern wieder raus. Uh, ich hab Faust geschrieben. Oh. Kannst du mal recht mit der Faust auf den Tisch schauen? Ja. Daaaah Deat ihr wieder alle gummi wir Für den Spruch gibt es mal ein richtiges De-Dö-Dö Das ist was Formelles, aber mir ist das egal Interner Tee Denkt ihr, die machen interner Tee guten Tee? Nee, aber ich glaub die Kanone ist gleich da Interessant, Infobotted Porzellan Schauen interessant Ich finde es mir auch so schade, dass du Stadtstarten nicht abreißen kannst Ich werde halt gerne mal so eine ganze Map ohne Stadtstarten Kann man mal machen Nee, also nicht mit ohne Stadtstarten drauf, sondern da waren viele drauf und dann nicht mehr Du kannst mit IGE auch alle in Zug 0 die Ziedler löschen Ja, will ich ja nicht Ha True, also ich muss sagen, der, der bei dir verteidigt, ist nicht gerade gut Ja, ich weiß Doch gut genug Nein, Mann hat er umgebracht Ich hab schon zweimal geklaut Ich weiß Ach, man kann bei True klauen, aber sagt mir das keiner Das geht schon die ganze Zeit Ja, ich war grad noch zwei Runden, dann klau ich bei IGE Da klau ich ähm Da versuch ich die ganze... Da kann ich auch nicht klauen. Ich darf einfach nur so klauen. Dann schick ich gleich ein Level-3-Spion zu True. Mach mal. Also, mein Spion hat sich jetzt auf Level-3 bei True gelevelt. Nett von ihm, ne? Eher nett von dir, dass du mich lässt. True, möchten sie dazu Stellung beziehen? Ja, also, wir sind eigentlich sehr weltoffen. Wenn wir mussten jetzt um Ternatito rumstehen. Ich muss da lang... Achso. Ich muss nach Uhr. Ach, und, äh, Ginyu, guck mal rechts neben Uhr. Was siehst du da? W-ja? Was siehst du rechts neben Uhr? Sommerzeit ist Anschlusszeit, steht da. Nein. Ich seh deine zwei Einheiten, oder was meinst du? Nein, da sind ganz viele Hügel. Jetzt weißt du, wovon ich eben gesprochen habe. Oh. Die hat nie etwas mit dir zu tun. Das glaub ich dir sogar. Ich verstehe. Ich hab dich das ganze Spiel über sich noch nicht angelogen heute. Standing Army Tags? Ich glaube, Uhr wird gleich von True befriedet. Die wollen Wissenschaft. Aber Tags anzahlen, nicht, äh... Nicht eins pro Runde. Schade. Das vergessen viele immer. Ich denk mal, es ist eins pro Runde. Ja, True, die müssen da erst durch, du meinst. Die beeilen sich. Na, gönn dir. Ich hab da Schutzversprechen drauf, ne? Ich möchte es nur noch mal erwähnen. Das willst du dieses Runde-Pimmel wieder machen. Alter, willst du jetzt Tern-AT anschließen? Nee. Uhr. Ja, Uhr? Tern-AT macht True. Grenzen an meine Grenzen. Tern-AT macht True ja schon. Okay, jetzt ist Uhr nicht mehr mein Problem. Also macht, was ihr wollt. Los, schließ Uhr an. Ich schließ Tern-AT an. Let's go. Juche, juche, ab geht's nach Tern-AT. Obwohl Tern-AT härter wird. Die haben deutlich mehr Verteidigung. Und die haben... Ich hab Vollstadt-Wohn, ich hab Kanonen. Ja, die haben Musketiere. Ja, ich hau die in einer Runde auf Null, übernehme die, dann sind die Einheiten, die es spawnt. Das geht bei mir nicht. Ja, ich hab Kanonen. Ich nicht. Ich weiß nicht mal, was Langschweid-Kämpfer sind. Ich hab Reb rausgefunden, was Fumanismus ist. Info, so langsam muss der da mal weg. Ich will meine Kanonen aufstellen. Ja. Danke. Ansonsten knall ich den halt ab, ne? Das ist klar. Ja, ja. Ich will grad wieder, ich hab den gleichen Fehler gemacht wie letztes Spiel. Meine Städte waren, glaub ich, grad 20 Runden lang auf Award Growth. Boah, Alter. Wie schaffst du das immer? Ja, weil ich eben unzufrieden war und ihn auf Award Growth gestellt hatte. Das mach ich nicht mal, wenn ich unzufrieden bin. Ja. Dann wächst halt einfach nicht ungut. Äh. Info, du musst da aber gleich noch weiter weg, weil wenn mal will, da mit seinem Armut rutschen sicher auch noch durch. Ja. Ja, der kann doch, also wenn der nach, zu Uhr will, kann der doch einfach durch Antioch durch. Alter, der Ternat ist schon mega pissig auf mich. Ich hab schon 160. Ich lauf durch die Tügel durch. Weit. Info, dein Skow steht im Weg. Oh, meine Stadt hat nämlich deine Religion, ja. Ja, 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 schnell den Missionar kaufen. Schnell den Missionar kaufen. Ich hab Kohle. Wow, das hat sich ja gelohnt. Alle Tügel wurden auf einer Kohle-Mine gegründet. Oh mein Gott. Ich hab jetzt 13% Produktion in meiner Hauptstadt. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Da ist ja richtig Weihnachten und Ostern. Das ist nicht schön, ja, es ist nicht schön. Das ist ja Weihnachten und Ostern auf einen Tag, Genio. Für ihn ist es schön. Jetzt bin ich bei Produktion noch direkt auf 2. Bei Info ist noch 40 Punkte vor mir. Hast du gerade ein goldes Zeitalter? Ja. Oh, gut. Ich weiß halt jetzt, warum ich bei so vielen Sachen so weit hinten bin, weil ich jetzt ewig nicht gewachsen bin. Ich baue gerade Schulen und schließe nebenher TNAT an. Ja, schön. Also was ich irgendwie lächerlich finde, dass ich keine Kohle habe. Ich hab Gott sei Dank hier 7 in Bratislava. Wenn ich die nicht angeschlossen, hätte ich auch gerne gehabt. Ich hab 14 Kohle. Will jemand Kohle haben? Ja. Info, ich glaub, du hast da so praktisch gar nichts. Also pro Kohle 5 Gold die Runde. Ich seh das schon bei Info im Schnee da unten. Da werden wahrscheinlich wirklich so 20 Öl sein. Ja. Ne, Info, wenn du Kohle haben willst, mach ich das ernst. Du kriegst pro Kohle 5 Gold die Runde. Das ist mega geil. Er kriegt 5 Gold die Runde und du gibst ihm Kohle? Back by Info. Nein, andersrum. Er gibt mir 5 Gold die Runde und er hat sich dafür Kohle. Beginio hat natürlich Kohle in seiner Hauptstadt. Alter, das ist das dritte Ressourcenfeld in meiner Hauptstadt. Er hat nicht nur Kohle in seiner Hauptstadt, sondern auch in Hatzikuki. Was ist denn Hatzikuki? Beginio, kannst du mir vielleicht mal cooleren Namen ausdenken? Wie die Kindergartenspielgruppe bei dir? Hatzikuki? Willst du denn überhaupt, dass hat sie Kugi oder Kugi? Kugu? Oder die Kugu-Ku-Fer? Oder heute, 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 die Kindergartennamen sind. Wir bräuchten eine Kindergartennammein. Oder etwa nur Kugu. Wer von euch will fucking World's Fair machen? Können wir das mal lassen? Ich bin's gut. Ich hab einen Stadtstaatfreund, wie hab ich denn das gemacht? Also, World's Fair wär ich ein Fan von. Ja, wär ich eigentlich auch dabei. Produktion ist Info grad auf 1, aber ich bin auf 2. Das geht schon. Free Social Policy kriege ich. Aber alter Ginius-Wachstum, da bin ich auf 2 und das ist nicht schön. Also, ich bin weithin. Ich bin auf 4 inzwischen. Und nur 3 mehr als RSGE. So, Salvador, habt ihr auch Bock auf die geile Religion? Bitte. Oh, was will denn das? So, Alter, ich hab jetzt Produktionsreligion, Leute. Oh, tschüss. Achtung, hier kommt ein Zug. Platz machen, bitte. Was war da noch drin? Garden Happiness? Jawollo. Ich hab bescheid, dass ich kaum Städte an Süßwasser hab. Nur eine. Bist du froh, meine Religion zu haben? Ja, Produktion nehm ich immer. Bist du froh, noch die extra Happiness-Gard gekriegt zu haben? Die hat mir nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht bei mir. Wie viele hast du denn schon? Einiges, oder? Äh, Windows nicht viel. 7. Ich meine, es ist auch völlig egal, demjenigen, der relativ weit hinten ist, äh, Happiness reinzudrücken, ne? Deswegen stirbt mich das eher nicht, so. Willst du etwa sagen, dass die Demos aussagen würden, dass ich hinten liege? Quatsch, nee, würde ich nie tun, tut mir leid. Äh, das ist das zweite Spiel hintereinander, dass ich Avoid Growth anhatte. Es tut mir irgendwie leid für dich, aber nur so ein bisschen. Wieso machst du das? Ehrlich, mir tut es nicht leid, ähm, weil es meine eigene Dummheit ist. Das stimmt natürlich. Und zu deiner Frage, wo ich das mache, ganz einfach. Ich spiele im Singleplayer sehr, sehr oft Unabhängigkeit. Ähm, und da ist es halt so, dass ich gerne, wo ich Growth anmache, dann meine Städte ab so einem bestimmten Punkt nicht weiter wachsen, wenn sie nicht mehr sollen. So, Bratislava hat die Religion nicht ganz drin, jetzt leider. Aber das wird schon noch. Komm, Bratislava, ihr schafft das, aber erstmal könnt ihr eine Schule bauen. Was ist denn das für ein Schrott? Ternate heißt das. 200 Glauben gegen 20 Einfluss. Was ist das mit 200 Glauben? Ja, das ist halt darauf ausgelegt, dass du da ordentlich Glauben machst, ne? Wie viele Glauben machst du die Runde? Ja, 28. Das ist halt nicht viel. Ja, aber allgemein, 800 Glauben ist da so viel wert, wie vielleicht 700 Gold. Alter, was ist denn mit Ginyus Wachstum nicht richtig? Das frage ich mich auch. Langsam ist nicht lächerlich. Können wir uns mal alle gegen Ginyu verbünden? Ginyu ist ein sehr schöner Nachbar. Er gibt mir sehr viele lachende Gesichter bei unseren Kindern. Damit will ich keinen Krieg. Das stimmt, wenn du meine Städte holst, kriegst du doppelt zur Zufriedenheit abgezogen. Ich, ja, nicht nur das. Ich hab das eben gehört, dass du mir den Krieg erklärt hast. Ihr seid bitte in der, ach nee, ihr seid in der Industriezeit, Alter, nicht in der Moderne, ne? Ja, ja. Stimmt, da war ja was. War das ein bisschen komisch bewegt. Info, was macht dein Stings da? Was? Was macht dein Scout da? Der guckt nur, was du mit meinem verbündeten Stadtstaat machst. Kuscheln. Oh ja. Außerdem ist er nicht sehr mit dir verbündet. Doch. Gleich nicht mehr. Weil du kannst nicht mit etwas Aufgelöstem verbündet sein. Juri, Juri, Ternaté. Das fände ich auch witzig. Also stell dir mal vor, wenn man bei Random Leader, wenn man da auch Barbaren und Stadtstaat kriegen könnte. Nee, das wäre ja dann komplett unfair. Stadtstaaten gleich Venedig gleich komplett Kacke. Das war nie. So, Ternaté, eine Runde noch, dann erklär ich euch den Krieg. Ich hab tatsächlich richtig viel Spaß daran, diese Runde so weit hinten zu sein. So, nächstes Runde erstmal meine Gartenherbindes nutzen. Freu ich mich auch. Danke. Das war ein paar Leute jetzt 45 Druck. Wie wär's, wenn der sechste Einwohner mal flippt, na? Ja, der soll zu mir flippen. Nee. Ternaté hat auch 72 Druck von der Religion schon drin. Das heißt, wenn ich die einnehme, haben die sicherlich auch die Religion instant. Warum hat Bratislava... Achso, die hat nur keinen Follower von meiner. Info ist immer noch ein goldenes Zeitalter. Ja? Sehr geil, ich bin nur noch sehr knapp hinter dir mit der Produktion. Und ich hab... Ach, ich hab jetzt Karneval. Scheiße. Kacke. Never mind. Info, hör mal auf, so gut zu sein. Vor allem, ich kann ja in deine Hauptstadt schauen. Ginyu, warum hast du mir den Krieg erklärt, wegen Ternaté? Ginyu! Du hast mir den Krieg erklärt! Was? Wieso hab ich dir den Krieg erklärt? Ich schuhe den Schutzdings ab. Hä, warum wurde mir das nicht angezeigt? Ginyu, Frieden. Wollen wir jetzt einfach auch keine Kampfhandlungen erstmal hinstellen? Ich weiß nicht, ob wir direkt Frieden schließen können. Ginyu, der Move war gerade illegal. Ich hab jetzt eine Milieeinheit wegen dir verloren, weil ich nicht mehr last second hast, die ich nicht mehr wegmoven konnte vom Stadtstaat. Wieso? Was war daran illegal? Du hast mich mit dem Stadtstaat in den Krieg gepackt, an dem ich Einheiten platziert hatte. Die sind gestorben und du hast das praktisch zwei Sekunden gemacht, bevor ich noch was reagieren konnte. Das ist nicht illegal, meines Wissens nach. So last second Sachen machen, die dich in irgendwas reinwerfen, ist illegal. Sehr mir neu, dass das nicht geht. Ginyu, können wir bitte Frieden schließen erstmal, Rat? Ja, können wir. Aua. Ich seh halt gerade, wie viel Zufriedenheit du mir reindrückst. Das ist doch genauso wie last second irgendwie mir noch einen Kriegerklärung und drei Shots raushauen, während ich nicht reagieren kann. Innenfalls machen deine Crossmarken gegen mich relativ oft, Leute. Die schauen nur, dass du da keinen Schwachsinn anstellst. Was heißt, definiere Schwachsinn? Meinen Verbündeten angreifen? Kein Schwachsinn. Doch. Sollen die weiter südlich angreifen? So oder so, wenn die was angreifen, was mit mir verbündet ist oder ich selber bin, sterben die. Können auch gerne weiter südlich marschieren, haben sie kein Problem mit. Beginn, ich habe dein Angebot geschickt. Ja, eventuell habe ich diese Runde nicht mehr. Ah, ne, ich habe nur 49 Sekunden, das dürfte gehen. Ich musste ein paar Sachen machen. Alles gut. Zack, dann du gehst. Eh, wo willst du hin? Dahin. Da hin. Tern-AT, was soll denn das? Nimmst du eigentlich Uhr gerade ein oder nicht? Stehen. Uhr geht es noch zu gut, meiner Meinung nach. Was soll ich damit jetzt noch? Danke. Toast. Aber hey, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich kein Diplo-Hit gekriegt für Tern-AT anschließen. Toast. Bis zum nächsten Mal. Witz. Okay. Ach ja, Kanonen und Zollstatus sind zusammen schon ganz geil. Was zum Teufel? Warum hat sich der gerade bewegt? Ich glaube, ein Speer wird jetzt tatsächlich nach langer, langer, langer Fahrt von seiner Erkundung heimkehren. Der kann endlich seine Familie wiedersehen. Da gibt es ja auch so ein Video auf YouTube, so der Scout kommt nach 2000 Jahren zurück, hat die komplette Map aufgedeckt. Und ja, die hatten schon Satelliten. Genau. Genau. Auf riesiger Karte ist das halt wirklich so. Da hast du also die Hälfte erkundet und dann kriegst du eh Satelliten. Joche, Joche, Ternate. Wird angeschlossen sehen. Das war ein Kanonenshot übrigens gerade, ne? Autsch. Das war nicht so schön, wie ich erwartet hätte. Ich habe da drei Kanonen, Ginyu. Wenn die gleich alle schießen, dann geht das schneller weg. Ich habe mit der Überlaufproduktion meine Kanonen in einer Runde noch gebaut. Ich meine, ich habe jetzt auch einen Kürassier da zum Milien. Aber mein armer Krieger, den konnte ich nicht abgewählen, weil ich kein Eisen habe. Aber mein armer Krieger, Ginyu. Was sollte denn das? Ups, ich hatte eigentlich rausgedrückt. Entschuldigung. Ach, Ternate. Oh nein. Na, Ginyu. Was ist denn jetzt passiert? Da hat es die ganzen Stadtstaaten noch im Krieg. Jep. Ah, ich habe jetzt hier ein Steinschloss. Dann kann ich jetzt bessere Einheiten bauen. Also, Ginyu pult jetzt den, sich mit allen Stadtstaaten verbinden und mir dann Krieg erklären. Ich schließe die dann einfach alle an. Also, so, inzwischen sind eigentlich fast alle Stadtstaaten, die ich kenne, bis auf den Banzer Kongo, mit entweder mir oder Ginyu verbunden. Ja, aber Ginyu macht das gerade besser als du. Und er hat noch Bock drauf, Stand in Army-Tags reinzurücken. Also, er will gerade die Diblosig spielen. Nee, wie, ich will was spielen? Einen Diplosig. Diplosig. In drei Stadtstaatenwechsel ist das, glaube ich, gar nicht mehr möglich rechnerisch. Das ist komisch dann, ja. Es ist schon möglich, aber man muss halt erst fünfmal voten oder so. Ja, nee. Diese Formel rechne ich dann, dass Brasilien hier eine gemeinsame Grenze zu wenn mal und mir schließt. Wobei die Grenze erstmal nur gegen wenn mal geht. Ja, aber Info stellt sich ja gerade quer, ist das Problem. Du hilfst ja auch nicht bei TNHT. Du greifst den anderen an oder willst es versuchen. Weil ich gerade, wenn ich Schuhe angreife, habe ich Finanzprobleme. Außerdem habe ich davon gerade nichts, Schuhe anzugreifen. Von Uhr habe ich schon was. Stern-AT ist weg. Wenn ich Uhr einnehmen würde, danach könnte ich gerne was gegen True machen. Aber ich darf True oder nicht einnehmen. Also werde ich auch nichts gegen True machen können. Du fatschst doch eh nur. Tue ich das. Weil ich die letzten Runden ja auch nie etwas gegen True gemacht hätte. Bei mir wäre jetzt dann übrigens, also ich kann nicht mal lange. Weil ich muss mal absprechen, wie es bei euch aussieht. Habt ihr nächsten Samstag Zeit? Joa, ich denke... Freitag oder Samstag? Eins von beiden wäre mega cool. Freitag ginge bei mir aber auch erst ab um sieben. Sollte eigentlich gehen. Samstag kann ich schon ab um fünf. Geht bei mir beides. Ginyu? Kann ich nie sagen. Will ich nicht. Kannst du schon sagen, ob du eins von beiden kannst? Samstag oder? Samstag oder Freitag. Freitag müsste gehen. Dann lass uns Freitag 19 Uhr weitermachen. Ich glaube, wenn wir 19 Uhr anfangen und wieder so bis um eins machen, kriegen wir es fertig. Warum kann ich das immer so spätestens an? Weil ich Freitag arbeiten muss. Ah, okay. Das ist eine gute Begründung. Samstag wäre mir halt... Da konnte ich früher. Aber wenn ihr halt Freitag könnt und nicht Samstag, mach mal Freitag. Ach ja, und Ginyu. Wegen dem Labern-Ding, ich würde True halt wirklich angreifen, nur ich will Feueruhr haben. Punkt. Das ist das Ding. Und ich glaube, nicht jetzt angreifen, während ich gerade eine Armee gegen Kanatee gemacht habe. Die würde einfach auf deine Einheiten schießen, wenn ich die... Genau, und solange ich Uhr nicht habe, werde ich auch True nicht angreifen. Ich bin mit der Tech gerade vor dir. Ich könnte Skirmish zum Verteidigen machen und ich habe die Himeji. Genau, das ist deswegen. Also ihr vergesst, glaube ich, gerade auch, dass ich die große Mauer habe, oder? Ja, deswegen, solange Uhr da steht, werde ich ihn nicht angreifen. Sagen wir, Info Uhr nicht beschützt, kann ich Uhr nicht einnehmen. Äh, du, dir ist aber schon klar, dass Uhr direkt an Infos mit meiner Grenze geht und wir beide keinen Bock haben, dass du dich da breit machst, oder? Ja. Dann greife ich halt auch True nicht an, das ist das Ding. Ja, dann verlierst du halt das Spiel, das ist halt dein Problem. Ja, gut, ihr auch. Wobei du hier derjenige bist, der noch am weitesten hinten ist. Das ist richtig. Weil ich denke mal, wir anderen vier sind eigentlich relativ auf einem Level, halt. Dann spiele ich weiter mit True zusammen, das ganze Spiel schon. Fühlt gut. Oh, habe ich jemanden abgeknallt? Ja, mich. Ja, läuft's. Endlich klappt das Abknallen mal, ne? True, ich glaube, ich kann mir jetzt bei dir... 61%, schade. Ich glaube, ich kann mir jetzt bei dir den kompletten Schiffbaum klauen. Das könntest du machen, wenn ich den getaggt hätte. Oder, also auf jeden Fall, irgendwas kann ich in fünf Runden bei dir klauen. Äh, wahrscheinlich untenrum. Untenrum habe ich getaggt. Ja, ich habe in zwei Runden Dünger, also glaube ich nicht. Ich habe Dünger gerade fertig. Achso. Ja. Also wirst du dir wahrscheinlich Dünger klauen können. Viel Spaß damit. Jo. Aber das Oxfordet man doch. Ach, habe ich gerade vergessen, habe ich gerade nicht gemacht. Suri. Habe ich das falsch gemacht jetzt? Habe ich jetzt verloren? Ja. Fuck. Ich glaube, wir voten dich jetzt einfach alle irrelevant, ne? Okay, danke. Boah, stell dir mal vor, einfach so ein A7-Vote, wenn du mit irgendeinem Nichtspielen willst, alle sagen, der ist irrelevant. Ja, bis jetzt irrelevant. Haben alle gevotet. Ja, einfach nur so eine einfache Mehrheit, ne? Und nicht alle. Ja, oder was weiß ich, so eine Mehrheit bis auf einen und der eine ist, die Person halt selber. Aber wenn die keinen Bock auf den haben, voten die halt alle gegen den. Das wäre schon irgendwie sad, ne? Ups. Stimmt. Ah, Ternat ist schön. Aber Ternat muss ich gleich einen Dablister umbenennen. True irrelevant. Der Einzige, der irrelevant ist, bin wenn überhaupt ich. So, ich habe drei Stimmen dafür. Ich habe mal geteilt gewartet damit. Und dann wird meine multipliziert und dann geteilt. Ach, nee, falsch. Okay, warte. True ist der Einzige, das ganze Spiel über nett zu mir ist. Also, ich habe keinen Grund dazu. So. Da kommt keiner gegen an. Also, hören wir jetzt auf, oder wollt ihr noch ein paar Runden? Also, nach der Runde nochmal. Nach der Runde. Nach der Runde. Nach der Runde 150, dann wäre es eine glatte Dings. Ja, das müssen wir 150 auf 150 selber machen, okay? Okay. Dann kann ich wahrscheinlich bei RSGE den kompletten Schiffsbaum klauen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Uh, ich darf klauen. Aber was ich klauen darf, ey. Weil ich klauen... Bescheid oder gut? Wenn du bei mir klauen darfst, ich habe ziemlich wild getaggt, glaube ich. Ich glaube, da kannst du nichts Gutes klauen gerade. Also, nichts sehr Teures. Also, ich bezweifle, dass man mit mir gute Sachen klauen kann. Gerade so richtig teure Sachen. Ich habe mich nicht in die Moderne getaggt. Ich mache gerade mit Fabriken auf. Hast du Fabriken noch nicht? Ich habe die Tag, aber ich baue sie gerade. Ach so. Ah. Ja gut. Wie viel Science macht ihr so? Zu wenig. Hm. Das ist eine gute Aussage. Knapp unter 500. Ah. Ist doch ganz solide. True macht einfach 314 in seiner Hauptstadt. Also soll ich... Ich könnte halt sagen, wie viel Science ich mache, aber nein. Also ich mache... Ich mache etwas über 600. Ja. Ja. Also, mehr als ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde das einfach gleich mal sagen, wenn wir in den letzten Runden sind. Ich bin auch kurz von... Also, wenn ich gleich sage, wie viel Science ich habe, dann wisst ihr auch, warum ich das ganze Spiel gerade ziemlich asozial spiele. Also, ich weiß nicht, wie weit ihr in Rationalismus seid, aber meine nächste Sozialpolitik ist 17% von Unis. Ja gut. Bin ich auch weit von weg. Ja. Ja. Nee, ich habe auch nicht, nicht viele Politiken. Ich habe halt kaum Übergangspolitiken, weil ich im Mitgame halt nicht wirklich mit der Religion was machen konnte. Deswegen kann ich jetzt schneller was in Rationalismus stecken. Das war gar nicht so verkehrt. Und Produktionsreligion jetzt in allen Städten schmeckt mir sehr gut. Ich bin nämlich nicht mehr im Goldenen Zeitalter, damit immer noch ein, zwei Brot. Das finde ich gut. Aber trotz Dünger kann ich mit Ginges Wachstum absolut nicht mithalten. Also, das ist ja echt... Liegt von mir daran, dass ich auch Dünger habe, oder? Naja. Aber ich meine, ich bin wirklich abgeschlagen. Ich bin auf zwei und weit abgeschlagen, Ginyu. Oh, das finde ich gut. Oh, die Kuikuru haben mir eine Tech gestohlen. Welcher war das? War das Ginyu? Aha. Könnt ihr mal alle aufhören? Ich hatte eine Quest erfüllt. Warum ist mein Spion so scheiße, bitte? Info. Ja. Hast du für sicher gemerkt, weil es direkt zu Zugbeginn getriggert hat, ne? Also, ich glaube jetzt aktuell bei drei Leuten gleichzeitig. Bei mir? Nein. Bei den anderen drei. Ich hau das jetzt mal raus, weil dann verstehen vielleicht auch die Leute, die jetzt hier mal gerade drin sind, oder die Zuschauer, dass ich warum ich so asozial heute spiele. Aber das liegt einfach daran, ich mach 240. Oh. Ja. Ich glaub, ich mach 240 und deswegen spiel ich die ganze Zeit so, wie ich spiele, weil ich einfach jeden anpimmeln muss. Und ich, True der einzige ist, mit dem ich zusammen spielen kann. Ich spiel das ganze Spiel irgendwie True zusammen und das Einzige, was ich überhaupt machen kann aktuell. So. Da verstehe ich auch, warum ich solche Forderungen wie Uhr habe, weil sonst bin ich komplett irrelevant. Weil 240 Tech ist halt nix, vor allem wenn schon Unis und Hochschulen stehen. Äh, nicht Hochschulen, staatliche Schulen. Oh, warte, wollte ich jetzt nicht speichern? Seid ihr alle fertig, dann speichere ich euch am Ende der Runde. Naja, das bringt... Also, wenn du am Ende der Runde speichert, speichert das doch nicht mit, oder? Ich glaub schon, oder? Also, ich bin normaler, wenn das dann halt sinnvoller wäre, wenn wir alle rausdrücken. Ne, wir werden dann noch eine rausdrücken, ja, definitiv. Ja, aber wenn ich am Anfang der Runde speichert, wird Insta eine rausgedrückt behalten, oder nicht? Nein, genau nicht. Wenn du am Anfang der Runde speichert, ist das alles wie im Stand der letzten Runde. Das hab ich sonst immer gemacht und dann wird aber nochmal eine zusätzliche Runde rausgedrückt und dann dürfen wir jetzt wieder was drücken. Ne, das ist nie so gewesen, True. Das ist, glaub ich, so ein Sonderfall, wenn Leute rein und raus schauen und so ein Scheiß, aber nicht eigentlich, wenn du einfach nur ein Spielstand leist. Ist mir auch egal, ob ich jetzt oder nächste Runde, ich hab grad nichts, was irgendwie zeitkritisch wäre bei mir. Also, als jemand, der recht häufig Sachen speichern muss in Spielen, weil ich immer nur ganz kurz mit Leuten spielen kann, weiß ich, dass wir immer zum Ende des Zuges speichern, weil es die beste Variante ist, weil dann alles gespeichert wird, was du im Zug gemacht hast. Zum Ende oder zum Anfang? Du hast grad zum Ende gesagt. Also, nach dem Ende des Zuges, dass der Zug rüberrollt und sofort am Anfang des Zuges ist, bevor irgendwer was macht, speichern. Okay, dann macht man alle jetzt noch nichts und dann speichern ich einfach. Ich mein, wenn's dann für alle rausgedrückt werden sollte, ist ja auch egal. Info, meinst du eigentlich eine 21-Verteidigungsstadt wie Moria schreien, packt sich gegen drei Kanonen und ordentlich Ambusschützen? Ne. Oh. Ich fand ihr Gold, das ist gut zu wissen. Ich mach den zur Chemie aus Wissenschaft, vielen Dank. So, dann würd ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss für heute. Wollt ihr noch ein Feedback für den Anfang der Runde jetzt geben, was bisher passiert ist und so weiter? Nicht? Ich könnte gern Feedback geben, aber ich weiß nicht, ob das entertainend ist. Nein, dann ist es halt Angry Feedback. Zwei Popsiedler haben schon was gebracht? Zwei Popsiedler? Alter. Du siehst meine Stadt, ne? Ich hab ein Nahrungsfeld an meiner Stadt. Ja. Als ich zwei Frachten bin, hatte ich Stagnation, das war kein Witz. Das hatte ich auch. Ich hatte auch zwei Popsiedler. Aber deine Frachter sind wahrscheinlich extrem geil gerade, oder? Ja, ich hab danach ziemlich stark aufgeholt. Ich hab ja auch sehr viel Süßwasser. Ja. Ich frag mich grad auf, du hast doch auch nur eine weitere Stadt am Wasser, oder? Ja, wahrscheinlich. Wie hast du denn so unendlich viel Nahrung? Ich hab zwei Frachter in meiner Hauptstadt laufen und hab nicht so viel. Einfach ne Handvoll Süßwasser, denk ich. Du hast wahrscheinlich mehr Städte in deiner Hauptstadt laufen, ne? Ich hab insgesamt mehr Städte, ne? Das bietet auch mehr Nahrung hoch. Also zu meinem Spawn muss ich sagen, ich meine, Defensible ist das voll geil, aber ich find's mega kacke, wie ich das dann ausspielen muss, dass ich jetzt wirklich zwei Stadtstanden anschließen muss, um Viable zu bleiben. Das find ich halt echt nicht cool, das mach ich nicht gerne. Und ich bin halt einfach nicht Viable, sondern ich spiele einfach mit den Leuten zusammen, die nett zu mir sind, das ist in dem Fall true. Wenn die Sache ist, Ginyu meint, ich bin dann direkt neben dir, ich hab überhaupt gar kein Interesse, dich anzuschließen, das hab ich von deinen Städten außer mehr Unzufriedenheit. Ja. Ich hab auch nie so in der Brüte, dass du mich angreifen willst, im Gegenteil, wir profitieren die ganze Zeit von anderen. Aber Ternaté waren meine Buddies. Ja, Ternaté waren meine Buddies, ich hab keine zweistellige Zufriedenheit mehr, true. Ja, die hab ich jetzt integriert, Ginyu. Guck mal, mit wem du noch verbündet bist, die werden auch integriert. Äh, sehr gerne. Also, wenn Ginyu jetzt hier die ganzen Stadt starten, was das Beste, was wir gegen Ginyu tun könnten, wenn der weiter Nahrungslied und so ein Spaß ist, ist einfach seine Stadt starten killen. Ja, ich darf ja nicht, dann beschwert sich Info, ja. Obwohl, endlich haben wir dann, also, ja. Doch. Keine Sorge, wenn ich Flugzeuge hab, soll ich dafür, dass Info sich nicht mehr beschweren kann. Nur ist der, mit dem ich schon die ganze Zeit verbündet bin. Das stunden nicht. Ich war das ganze Spiel mit dem verbündet und da hast du dich irgendwann mit dem verbündet. Ich bin seit... Ich war seit 40 Runden mit denen verbündet. Ja, und davor war ich die ganze Zeit mit denen verbündet. Aber ganz ehrlich, ich muss bei mir sagen... Ich war 100 Runden mit denen verbündet. Stopp mal. Ich muss für mich sagen in dieser Runde, kack Siv, okayischer Spawn. Ich meine, Defensible ist das geil, aber vom Platz her überhaupt nicht. Aber trotzdem kann man es ganz gut rausspielen, wenn man da wirklich mal sagt, okay, der Stadtstart muss jetzt angeschlossen werden. Ich fand's halt kacke, dass Info Moria schreien so early angeschlossen hat. Das hätte ich sonst gemacht. Ja, rat mal, warum ich das gemacht hab. Info, ganz ehrlich, das defendest du nicht gegen mich, wenn ich da jetzt reingehen würde. Aber ich hab grad nicht genug happiness, um das noch zu machen. Ich hab jetzt schon ordentlich militär. Ich bin die ganze Zeit schon bei Soldaten auf 1. Und Tech Lead bist du auch das ganze Spiel gewesen, seit der großen Bib. Ja. Aber immer nur knapp, immer nur so zwei Text vorne. Ja, teilweise war ich noch gleich auf, aber... In der drei Observatorien... Ich hab meine Städte mit Absicht so nah beieinandergeguckt, dass die alle Observatorien kriegen. Ich hab gewusst, dass die da nicht so gut wachsen. Gerade Sao Paulo kackte richtig ab, hat das vielleicht gesehen, hat erst 12, obwohl es meine zweite war. Die dritte hat inzwischen 17 oder 18. 18. Aber... Ja, das Observatorium da drin ballert halt richtig, ne? Trotzdem. In allen dreien. Gerade das in der Hauptstadt ist gut. Und jetzt die Produktionsreligion noch zu hatten, das hat mir echt einen Schub gegeben. Da bin ich sehr dankbar, wenn mal. Joa, das ist halt ein Nebeneffekt. Aber auf der anderen Seite tatsächlich, äh, sehe ich das einfach für mich so, wenn du die Runde gewinnst und wenn es an diesen Produktionsreligion dann auch teilweise daran liegt, dann finde ich das sogar in gewisser Weise gut, weil du mir das ganze Spiel aber geholfen hast und der Rest mich nur anpimmelt. Ah. Okay. Also du hast halt noch eine Position im Spiel, wenn du mit mir cool spielst, das ist für mich richtig gut. Natürlich ist es für dich gut, für den Rest scheiße. Und wenn ich mit dem Rest gut zusammen spiele und gegen dich spiele, ist es genau andersrum. Aber von dir profitiere ich am meisten, also spiele ich mit dir zusammen und nicht mit den anderen. Ich bin auch ganz ehrlich mit dir, würde ich das ganze Spiel handeln. Ich habe keinen Nachteil davon. Und ich habe auch keinen Nachteil davon. Außer du wahrscheinlich gewinnst, aber ich werde eh nicht der sein, der gewinnt diese Runde. Machen wir eigentlich, ich meine, wir sind doch nicht so weit und noch keiner sieht Uran. Machen wir kleine Nukes, können wir für jetzt, äh, für nicht so auch schon mal festhalten. Natürlich. Sag nicht natürlich, kleine Nukes sind oft weg. Echt? Ja, also man spielt manchmal nur mit großen Nukes. Also nicht ohne Nukes, aber nur mit großen. Finde ich. Die kleinen, die kleinen sind ja schon im Kernspalt und die kriegt man sich nicht. Ja, das hat halt den Grund, dass du entweder Sperrvertrag oder Bunker machen kannst, bevor überhaupt Nukes rauskommen. Ja, genau. Also ich finde kleine Nukes schon schön, weil sonst die großen Nukes haben teilweise gar keine Wirkung. Die Sache ist, die kleinen Nukes haben halt, ähm, diesen Effekt, dass, äh, du manchmal einfach, du bist hinten, du hast neben dir einen Tagli, der irgendwie vier Tags vor dir ist, der hat keinen Uran und schafft es auch nicht irgendwie, sich welches zu organisieren und du kriegst das Nukesting weg. Die können einfach das Spiel einfach entscheiden, weil Bunker so schnell manchmal nicht möglich sind. Also ich persönlich wäre trotzdem für kleinen Nukes. Wir können ja dafür voten. Einfach, weil es eine Möglichkeit ist, dass ihr das Spiel hergibt. Und halt fahrt. Was meinen die anderen? Ich meine, keiner weiß, wer Uran hat bisher, also. Also ich bin für Spun, kleine Nukes. Ich bin da auch dafür, vor allem, weil man dann wahrscheinlich mehr in die Future Era reinspielen kann. Also ich bin dagegen, weil es halt sonst Bunker stehen und dann bringen Nukes irgendwie nur halb sowas. Das ist halt so eine andere Sache. Nukes nehmen immer noch ein Viertel der Pop weg, die Großen. Guck mal, wo du lang tacken musst, jetzt um zu Bunkern zu kommen. Ich weiß das. Ich weiß das. Der Weg wurde doch, glaube ich, gar nicht verändert, nur weil die Nukes wurden. Auch die sind weiter hinten jetzt. Eins weiter hinten. Achso. Ah. Also ich bin, ich bin gegen kleine für große. Du musst halt gern Spaltung auch haben, ob die Nukes brauen. Sonst musstest du nur oben durchtacken, gerade Linie. Also ich bin gegen kleine Nukes, actually. Sag mal, zwei gegen, einen dafür. Was sagen die anderen? Wir sind ungerade Anfall. Das heißt, wir können es, ja gut, jetzt ist wieder 2-2, die entscheidenden Ziel. Egal, das RSGE. Also ich würde auch sagen, kleine weg. Sag mal, ein bisschen länger Zeit, sich aufzubauen. Die weg, okay. Ja, dann ist das überstimmt, ne? Ja. Wow, ever fucking Peter, was soll denn das? Das passt aber auch gut. Meine Ziff ist schon leicht. Meine Kunstspeicher nicht auf Weizen triggern. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber was die sonst kann, das eigentlich ganz nice. Ich meine, ich habe Produktion auf Bananen, also statt Nahrung, das ist ganz nett. Also ich habe, wie wird er sich den extra Hammer aus einer extra Nahrung auf einem Bananenfeld? Gucken wir mal ganz kurz die Kui. Was hattest du noch? Genau, du kannst halt den Dschungel so stehen lassen und trotzdem ein Improvement drauf bauen. Das finde ich auch ganz nice. Jo, das ist ziemlich cool, das stimmt. Ich habe ein Seidenfeld, da steht eine Plantage mit Dschungel drauf. Ich meine, du hast Krieger, die immer 10 EP kriegen, wenn du es hochreichst, was ganz nice ist. Ja, das ist jetzt nicht so groß. Ja und 30% Kampfstärke und fünfteils im Spiel auf der Kini. Ja, okay. Ja, naja. Der Hausgarten ist halt ganz nett. Das ist der Kunstspeicher, ja. Der ist halt situativ mal besser, mal schlechter. Also mit Weizen hast du keinen Bock auf das Team. Ich meine, ich stelle mal vor, die Flat Food, wenn du zwei Produktionen statt zwei Food. Da hättest du gar keinen Bock drauf, glaube ich, early. Ja, dann hätt ich in Kukuyui vermutlich noch eine ganze Weile länger zwei Bevölkerung gehabt. Kann ich mir vorstellen, ja. Also ich meine, die, die du hast, die sind, die sind, würde ich sagen, wenigstens so, so oberes D-Tier, ne? Äh. Während Peter halt wirklich E-Tier ist mit seinem Scheiß Spawn-Bias. Den du aber mehr oder weniger so halb vermieden hast. Ich bin bei Brasilien immer so, so, so auf dem Weg niedriges D-Tier, weil die, die haben zwar einen Kack-Starter, die können schon auch was. Ja, die sind für mich ja auch ein hohes E-Tier, aber immer noch ein E-Tier, weil der Kack-Start einfach Kacke ist. Wobei dein Stort sehr solide war, ne? Ja, aber das war halt, weil ich bin bei jetzt so ein bisschen umgang, weißt du, der Dschungel ist halt neben mir gespawnt, nicht direkt unter mir und das war halt schon sehr schön. Du hast Brasilien in deiner Tierliste damals in den untersten E-Tier gesetzt und inzwischen hast du nur noch Indien darunter gesetzt. Also, Schweden und Niederlande sind bei dir noch höher im E-Tier in der Liste, die du damals verwendest hast. ich glaube, ich würde Brasilien jetzt auch ein bisschen vor Schweden und Niederlande, wobei Schweden hat ja dieses Schenken noch was ganz cooles. Also, ich muss sagen, wenn ich selber ein privates Spiel spiele und sage, ich will mich ein bisschen einschränken, spiele ich am liebsten Brasilien, weil es noch am meisten Spaß macht und am meisten Unique-Sachen hat im Vergleich zu Niederlande oder Schweden, die einfach langweilig sind, finde ich. Bei Schweden finde ich es total cool, deine künstlerischen Persönlichkeit an Stadtstarten zu geben und an Stadtstarten-Game gut zu spielen. Das macht Spaß. Ja, gut, aber das ist dann ja auch wieder mit Regeln so, das kann man dann ja wieder ausnutzen. Ja, die Sache ist, Peter hat halt seine Infanterie gibt goldene Zeit an der Punkt, da kriegst du praktisch gar nichts von. Das Brasilwoodkent gibt mir gerade einen Arsch voll Kultur, weil ich eigentlich einige davon worke. Aber musst du halt erst mal machen. Kannst du viel schneller bauen als einen Handelsposten. Ja, das ist halt schön und deswegen habe ich Akustik auch relativ früh getagged by the way und Tourismus-Output 100% erhöht während goldenen Zeit ist halt so ein bisschen und diese schnellere Art ist Musiker und Writer während goldenen Zeit ist halt so ein bisschen was, aber nicht viel. Aber der doppelte Tourismus wegen goldenen Zeit ist so ein bisschen so ich spiele bestimmt jetzt Kultur-Sieger und ziehe euch alle ab. Aber da kannst du vielleicht schon den Exotisch ein bisschen eher rausdrücken. Ja, das bringt den Exotisch überhaupt. Das gibt einen Hit für Ideologie unterschiedliche. Ah, okay, also bringt das noch absolut nichts für mich. Gut. Also ich habe jetzt fast eine Ideologie. Meine erste Fabrik ist fertig, die zweite in einer Runde oder so und die dritte in vier Runden oder so. Ich gehe mal davon, nimmst du dann Autokratie oder nimmst du eher Freiheit? Ich nehme Ordnung, Mensch. Ordnung? Nein, ich weiß noch nicht. Kommt auf die Situation an. Tendiere gerade zur Freiheit, aber Autokratie wäre auch nicht schlecht. Ich überlege nämlich auch noch. Ich bin auch am Fabriken bauen, aber ich brauche länger, weil meine Städte so wenig Produktion haben. Ordnung wäre mit Monument, Herr Bedenf ist halt ziemlich fett. Ich bin tatsächlich gar nicht böse darum, dass ich hier Polynesien gekickt habe. In einem Spawn war das tatsächlich sogar gar nicht so schlecht. Also ganz ehrlich, wenn ich einen Salzstart habe, da spiele ich die auch Irokesen. Ganz ehrlich. Ja, aber, ne? Also ich meine, wenn du dir anguckst, wo ich in der Demografie stehe, habe ich den jetzt auch nicht so gut rausgespielt. Also ich bin lieber Irokesen mit einem Salzstart als Babylon mit einem Flachwüstenstart. Weil der Spawn macht meistens dann doch mehr aus als die Civ. Ja. Also meine ersten drei Städte gehen auch ganz okay, weil ich habe noch zwei Städte gesiedelt, die jetzt einfach nicht mehr wirklich wachsen wollen. Ich meine, Genio, was hältst du von meinem Gelände, ganz ehrlich? Es ist schon nicht so geil, oder? Ich sehe ja nur das, was quasi die Botschaft aufdeckt. Der Teil ist noch ganz nett und dann musst du sehen, wie gequetscht meine beiden anderen Städte, die ich selber gesettelt habe, sind. Ja, die sehe ich nicht. Genau, da ist eine weiße Wolke bei mir. Die faskadisieren sich nämlich komplett die Felder gegenseitig weg und die eine Stadt wächst deswegen gar nicht. So eng war das da. Das war praktisch Platz für zwei Städte, ich habe aber trotzdem drei gegründet, weil ich so irgendwie keinen Stadtstand anschließen konnte, weißt du? Ohne halt richtig auf irgendwas zu verzichten und jetzt die beiden Städte anzuschließen war einfach ein Muss und kein Schön. Das mache ich auch nicht sehr gerne, weil das Stadtstaatenspiel ist für mich jetzt einfach komplett gestrichen, die hassen mich jetzt alle. Also beziehungsweise noch nicht, weil das war ganz schön nett von dir, dass du mir den Krieg erklärt hast, weil ich könnte jetzt den einen Städte anschließen, ohne einen Hit zu kriegen. Das war eigentlich ganz cool, da habe ich sogar gerne meinen Krieger für geopfert, Genio, danke. Hab ich gesagt, die war eine Besinne, ja. Nee, die hatten doch nur Ambros-Schützen. Vergiss nicht, dass die Stadt selber nur 40% Hits schießt, weil die doch keine Oligarchie haben. Ja, das stimmt. Die Stadt war praktisch noch ein Ambros-Schützen, einen Shot mehr und den Krieger hat, wobei doch, ich habe einen Krieger und einen Ambros-Schützen verloren. Dadurch, dass ich nicht den Krieg erklären durfte. Aber das war es mir halt wert, weil ich dafür keinen Diplohit bei allen Stadtstaaten gekriegt habe, weil das wäre jetzt meine dritte Kriegserklärung gegen Stadtstaaten gewesen, die hat schon wehgetan, ziemlich sicher. Bei der zweiten hat sich nämlich, bei der zweiten hat sich nur der Stadtstaat abgefuckt, den ich jetzt angeschlossen habe. Das fand ich gut. Und ein Panzer, die können mich mal. Die haben keine Luxus-Ressource mehr. Die haben praktisch kein Gelände mehr. Die können mich mal am Arsch lecken. Ich glaube, Übergangspolitik Ehre war auch ziemlich gut bei mir. Die Zeugstatue hat richtig geholfen. Dass man da gerne mal auf Ehre geht, das habe ich auch selten. Ja. Aber wenigstens sehen die Zuschauer dann mal, dass ich nicht immer peitig gehe. Vor allem, wenn ich keine eigene Religion habe, Naja, komm mal so. Oder eigene Religion. Weil ich auch keine Religion habe. Ohne eigene Religion wäre peitig trotzdem nicht schlecht, wenn du halt viel Kultur generierst. Einfach nur, weil du dann halt immer noch Theokratie und Bonusglauben für Scientist später kriegst. Es gibt halt keine eigenen Propheten, ne? Naja. Also das macht Theokratie schon ein dickes Stück schlechter. Ja, aber Theokratie ist halt immer noch 25 Prozent Gold in jeder Stadt. Das stimmt schon. Hm. Ich bin aber sehr froh, dass ich Venmo als Religion habe, weil das ist einfach die Religion vom letzten Platz gerade. Und ich meine, er kriegt jetzt eine Arschvoll Zufriedenheit von mir, aber ich kriege eine Arschvoll Produktion von ihm und ein bisschen Garten. Als die Religion in einer meiner Städte geschwärft ist, habe ich instant einen Missionar gekauft. Ich auch. Bei mir, das muss so ewig lange gedauert, Genio. Aber ganz ehrlich, ich fand es schon sehr dreist, dass ich Notre Dame und die Alhambra gekriegt habe. In Notre Dame hast du mir auch mal wieder gesehen, wie immer. Sorry. Ich habe aber geguckt, ob wir den baut. Wir haben also gleichzeitig angefangen, Genio. Wenn dich das beruhigt. Äh. Hm. Also in der Alhambra habe ich dieses Mal nicht gemacht, weil ich gedacht habe, die bringt mir ja eh nix. Ich spiele ja eh nicht kriegerisch. Und ich habe, ich habe die Tag da bis dahin. Ja, aber die Tatsache, dass du den anderen so ein Bullshit wie Blitz-X kommst, den heißt, ne? Ja, das stimmt. Und ich habe in dem Moment gedacht, das ist für mich jetzt sinnvoller, erst mal Astronomie zu taggen, also Kompost-Astronomie, weil ich Observatorien bauen will und weil ich Häfen bauen will, um meine Städte-Stadtverbindung einzurichten. Wobei man sagen muss, mit den X-Komm, die jetzt so weit hinten sind, ist es gar nicht mehr so stark. Immer noch gut, aber nicht mehr so stark. Ja, wobei Blitz-Infanterien auch schon was machen können, ne? Ja. Also wenn du nah dran bist, also wenn ich jetzt zum Beispiel theoretisch gegen Info gehen würde, der ist ja recht nah an mir dran, sind Blitz-Infanterien schon ziemlich fett. Zumal ich glaube, dass ich da voll Info ankomme bei der Take. Mit meinen ganzen Observatorien. Wer hat eigentlich den Cheatschen rausgekriegt? Das hatte ich gar nicht richtig mitgekriegt. Dann hab ich mir hingebaut, weil ich dachte, okay, du hast Brasilien, das ist eine der wenigen Sachen, die bei dir gut sind, sind Golde Zeit, das Ding darfst du nicht bekommen. Ich hab mir kurz überlegt, ob ich mir den baut, und hab mir gedacht, der ist ja so contestet, die Multiplayer spielen, mach mal nicht, bau mal andere Infrastruktur. Ich hab den gekriegt, ich hab geguckt, ich hab in der Zeit die große Mauer gebaut, ne? Ich hab in der Zeit auch die große Mauer gebaut, ne? Keine Ahnung. Ne, ne, die große Mauer ist ziemlich early. Achso, die große Mauer ist ja, die große Mauer, das stimmt, ja. Ich hab ein Civil Service gemacht und dann große Mauer-Attack, bevor ich auf Theologie gegangen bin. Aber ich fand's schön, dass ich Macho gekriegt hab, den hab ich in der zweiten Stadt mal hingehauen, hab gedacht, Nachru hat ja in der Hauptstadt ein Observatorium, also hat er auch in der Hauptstadt Berge, also könnt ihr den bauen, aber anscheinend hat er das nicht getan. Den hab ich mir auch überlegt, aber ich hab dann auch so, und als ich mir überlegt hat, den zu bauen, war er gerade ein Zug, bevor ich angefangen hätte, weg. Das ist mir schön weggebaut. Und dann hat er, das ist aber das Geilste, fand ich den schiefen Turm. Wo du dann gesagt hast, du machst den schiefen Turm, ich gucke in die Demografie, okay, ich bin erster Platz in Produktion. Hm. Wobei das halt nicht viel zu heißen hat, wenn ich in meinen anderen Städten halt weniger Produktion hab, den Zug vor mir gebaut, fertig. Ja, ich hab extra ein goldenes Zeitalter geplopst und alles auf Produktion gestellt. Ich hatte kein goldenes Zeitalter und nur Einzug langsamer, das war gut. Ja. Hätte, wenn mal seine Religion früher drin gehabt, hätte ich den gekriegt. Aber der Spiel ist noch bei mir gar nicht so wichtig, das war ein Zeitfüller bei mir. Ich hab so gesehen, okay, du brauchst jetzt noch ein paar Runden bis Humanismus, bau den mal schnell, weißt du. Das war so meine Idee. Wäre so ganz nice to have, also der hat mir jetzt nicht wirklich wehgetan. Und der Geldschul, den ich danach gekriegt hat, hat mir actually geholfen, den einen Stadtstatt anzuschließen. Ja, man kann immer aus allem noch positive Sachen rausziehen. Ja. Also ich bin schon selber wäre halt schon geiler gewesen, aber so richtig warten. Ich hab jetzt schon vier Akademien stehen. Ich glaube, ich hab auch vier. Ja, ich hab vier. Aber erst jetzt. Zwei werde ich wahrscheinlich noch hinstellen und danach werde ich dann mal schauen, dass ich aufhebe. Ich muss erst mal gucken, dass ich so nach und nach meine Städte noch so weit kriege, dass ich auch überall Wissenschaftler reinpacken kann. Ja, also bei mir wird's bei Sao Paulo nichts werden. Die haben zwar zwei Leute in der Uni sitzen, aber ich glaube, noch einen kann ich nicht erübrigen in der Stadt. Jetzt mit Dünger so ein bisschen eher noch, aber wahrscheinlich nicht. Die Stadt ist halt ziemlich gekniffen da. Ich weiß gar nicht. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich mich selber groß einzuordnen hab in diesem Spiel. Was ich weiß, ist nicht, dass ich mal ausnahmsweise mehr in den Tag gebaut und geschenkt bekommen habe. Also ich würde sagen, aktuell, wenn man nur in diese Runde reinguckt, ist Ginyu erster, ich zweiter und du dritter und infofierter. Also, dass Ginyu was hingekriegt hat, hab ich auf jeden Fall auch so. Ja? Ginyu's Infrastruktur ist gerade ein bisschen stärker. Also das könnte ich jetzt aufholen, jetzt wo ich Dünger hab und bessere Produktion mit der Religion. Aber momentan führt Ginyu, würde ich sagen. Aber ich bin nicht so weit dahinter und ich hab halt Technik. Halt das Übliche. Einer von euch beiden führt. Aber es ist auch einfach geil, wenn man so sagt, ja, ich helf dann einfach mal nur, äh, so. Der sagt die ganze Zeit, dass er mir hilft. Viel hilft der mir nicht. Der will mal einen Arsch voll Geld oder Arsch voll Luxus und sowas, dann dass er überhaupt mal irgendwas an mich abdrückt. Der tut nur so, weil halt, ich helf true, ich helf true. macht der gar nicht. Ach, du meinst, dass der jetzt extra mit vielen noch Angreifen oder was? Nein, der macht das doch immer so, dass er alle irgendwie so ein bisschen so, und dann weiß keiner, was er wirklich macht. Ich kenne den doch. Also viel gibt's dem hier momentan. Der tradet mit mir keine Luxuries mehr und bei der anderen in der Stadtstadt ist er nur abgezogen und hat sich den nicht genommen, weil er gesehen hat, dass sein Militär komplett zerschrotet von mir worden wäre, wenn er da weitergegangen wäre. Ich glaube, für die ganzen Psychospülchen bin ich einfach zu ehrlich. Ich bin einfach nur still und wenn man dann guckt, was ich mache, dann sieht man das und ansonsten... Ach, ist genau. Still sein ist ja auch eine Aussage. Naja, gut, meine Aussage, still zu sein, ist einfach nur, dass ich mich darauf konzentriere, möglichst viel auf die Reise zu kriegen. Also die Sache ist, ich kann euch ungefähr sagen, was Wendmal gerade macht. Er hält sich gerade neutral und wenn sich irgendwann ein etwas klarerer Spielführer rauskristalliert, weil momentan ist es relativ knapp, würde ich sagen, dann wird er sich mit dem Zweiten gegen den verbünden und das ist was passieren wird. Ich wette, dich hält er auch gerade so ein bisschen unter der Hand und gibt dir nicht viel Zeug, oder Ginyu? Nö, nicht. Also ich gebe ihm ja auch nichts. Also er hat ja nichts, was ich brauche. Ja, siehste. Und wir beide miteinander sowieso nicht, ne? Ich meine, ich konnte ja mal fragen, aber... Ne, du hast mir ja, du wolltest meinen Trüffel und hast mir nichts dafür geboten. Doch, Geld. Ja, 12 Gold. Pro Runde. Ich glaube nicht, dass es lange gedauert hätte, oder? Sei mal ehrlich. Ich hätte das wirklich durchgezogen, Ginyu. Echt? Ja, okay. Ich mache sowas nicht oft. Ich hätte damit We Love the King in der Hauptstrecke erholt, das wäre es mir wert gewesen. Ich hätte von Kakao halt nicht viel gehabt. Ist halt immer so das System, ne? Du brauchst in jeder Stadt was anderes. Aber das, was gerade angeboten wird, ist nicht dabei. Ja, aber von R.S. G.S. Gold habe ich zwei We Love the King in Dates gekriegt, das war schon ganz cool. Ich glaube, am meisten ärgere ich mich darüber, dass mittendrin ich einen Propheten aussehen zum Verbreiten benutzt habe. Also mein erstes Film. Ja, das war der Zweite. Ich war einfach der Zweite, der den hatte. Aber da kamen einfach Leute rein in mein Zimmer, mal wieder. Das ist... Sonst nie. Aber nein, es muss sein, wenn ich Multiplayed Sift mit Turntimer spiele und dann war ich abgelenkt und dann habe ich den falschen Button gedrückt. Gott, habe ich mich geärgert. Aber ganz ehrlich, Leute, es ist sowieso vorbei. Ich habe jetzt den Old Faithful. Ja. Da bläst er. Ja, okay. Aber Ginyu, ich habe meine Ehre gehalten. Panzer steht noch. Die haben zwar keine Gems mehr, aber Panzer steht noch. Das sieht aber auch aus, ey. Da ist so ein Teil noch da. Ich habe mir halt möglichst viele Felder mitgenommen, wenn schon, denn schon, weißt du. Ich glaube, ich muss eigentlich auch mal einen Krieg gegen irgendjemanden anfangen, einfach nur, um ein General zu generieren, weil ich gerne den Old Faithful, den Fuji-San mir klauen würde. Wer hat den Fuji-San? Warum müsstest du den denn klauen? Einfach aus Prinzip. Also ganz ehrlich, ich spiele mit Absicht ein bisschen schlechter, bis Ginyu gamelead ist und dann verschließen wir uns einfach gegen Ginyu zusammen. Klingt das gut? Du weißt, wie gut ich militärisch bin, also ich mache gar nichts. Also einfach ein paar Bomber bauen und mit draufbombern, das geht schon, oder? Ja, ich glaube, Fregatten sind einfacher. Ich glaube, Fregatten sind ein bisschen spät. Also meine Hauptteile hat über 50 Verteidigungen inzwischen. Ich habe auch 14 Kohle und Kreuzer. Oder wie die Dinger heißen. Kreuzer gehen noch, ja. Kohle habe ich genug. Ich habe leider nur 7 Kohle. Ich glaube, wir haben alle außer Infokohle, ne? Mhm. Aber Kreuzer-Tack hatte noch niemanden, das hatte ich schon geguckt. Ich würde ja, ich war schon versucht zu gucken, ob jemand Uran hat und dann ist mir aufgekommen, wir spielen das Spiel noch weiter. Ich sollte das nicht nachgucken. Ja. Ich glaube auch, RSGE wäre ein leckerer Anschluss für Ginyu. Da würde ich auch an deiner Stelle aufpassen. Du hast ja einige gute Wunder. Ja, ich habe auch das gesamte Spiel über immer ein bisschen mehr Militär gebaut, als ich es normalerweise würde, weil ich gesagt habe, den Fehler machst du nicht nochmal. Wenn ich in diesem Spiel eine Sache richtig machen möchte, dann ist es wenigstens ein bisschen mehr Militär gebaut zu haben, dass ich nicht sofort sterbe. Ich habe aber auch echt mit meinem Start wieder so ein bisschen so, ja, Herr True, jetzt musst du wieder irgendeinen Bullshit machen, dass du bei mir bleibst. Da schließ halt mal zwei Stadtstaaten an. Das hat mich überhaupt nicht gefreut. Naja, aber komm, du hast irgendwie auch immer noch irgendeine Idee, wie du dann das noch rausspielen kannst. Ja, was hättest du denn gemacht, wenn du in meiner Ecke da gewesen wärst, komplett mit einer Berghatt und Single Grazo Platz für drei Städte, wenn sie schlecht sind oder zwei für gute und dann sind da tausend Stadtstaaten irgendwo. Was würdest du machen? Die Stadtstaaten anschließend? Also wenn ich ja Polynesian gewesen wäre, dann hätte ich einfach aus Wasser expandiert. Ja, du, wir müssen aber Brasilien in dem hypothetischen Szenario. Ich glaube, ich hätte ähnliche Dinge gemacht wie du, nur alles etwas schlechter und nicht so rechtzeitig und ich hätte wahrscheinlich keine, also wahrscheinlich wäre ich viel zu spät darauf gekommen, Stadtstaaten anzuschließen. Warte mal, wenn mal ist doch Bützans. Ja. Was ist sein Bonusglaubenssatz? Oh, das ist eine gute Frage. Äh, Bützans, Bützans. Haben die den noch? Die Wunderbarbarians. Der hat, äh, ja, Produktion pro Anhänger, dann, friedliebend hat er sich geholt, also, ja, Moscheen hat er, Wanderprediger, Wüstens. Oh, ich kann mir noch mal, Moscheen ist der Zusatz, glaubst du, ich kann mir Moscheen kaufen. Sehr geil. Moscheen hat er, und er hat noch Wüstengeländefelder und er hat Friedensgärten. Ja, ja, klar, das ist ja auch eine Scheißegal, aber ich habe Garten-Happiness, Moscheen und Produktion in meinen Städten. Mega. Ginyu, du auch, ne? Ja, das ist echt krank. Das ist ein bisschen überreligion. die Binyu und ich, die beiden Gameleads praktisch, beide keine Religion und sich beide das Ding erstmal schön reinschieben lassen. Ja, halt echt, das ist einfach so ekelhaft. Ganz ehrlich, eure Kack-Religion will ich nicht. Ich habe ja schön Moscheen, Garten-Happiness und Produktion. Udis, die kriegst du auch nie wieder da raus, weil selbst in meinen Städten über 70, 80 Druck drin ist. Ja, ja, ich auch, ey. Wobei tatsächlich, ich glaube, ich hätte die gleiche Verbesserung genommen, wenn ich, äh, wenn ich den Friedensgärten als Ärzt geklärt hätte. Ich hätte sie halt nur früher gehabt. Du, du glaubst gar nicht, wie schnell bei mir die Augen so aufgeschossen sind, als da stand, du hast jetzt eine Religion und dann der Missionar gekauft war, ne? So, ich die so, ja. Endlich. Ich habe es sogar in der Stadt, die ich eingenommen habe, wie jetzt schon drin. Das ist sehr schön. Bei mir, bei mir ist es, bei mir ist es das Traurige, in meiner Zweitstadt macht die Religion von, wenn man halt auch inzwischen schon mehr Druck als meine eigene Religion. Also die wird ja da auch daraus vertreiben. Ich meine, dann nehme ich die Moschee gerne, aber. Ich habe schlussendlich doch das Wüstenpantheon bekommen. Stimmt, hast recht. Wisst ihr, was ich halt ein bisschen sad finde? Ich glaube, irgendwer von uns muss Info anschließen, weil der wahrscheinlich einen Arsch voll Öl und Uran hat bei seinen wüstischen Rickstrich, äh, Schnee, Tundra da. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das freue ich mich auch schon drauf, das dann zu sehen. Also ich bin ganz ehrlich, ich werde mir wahrscheinlich früher oder später die Moria-Schrein-Hauptstadt holen, ne? Die sieht ganz nice aus und da stehen die hängenden Gärten drin. Und da sind zwei Luxusressourcen drin, die ich beide nicht habe. Und ich glaube, Info ist auch nicht besser als ich im Krieg. Der muss gar nicht, wenn er genauso gut wäre, ich würde ihn trotzdem anschließen, weil ich gerade einfach einen massiven Vortrag über Produktion und Tech über ihn habe. Ich bin vorhin bei Bombern, ich bin vorhin bei Infanterien und ich habe jetzt schon mehr Militär als er. Ich bin noch bei Militär auf eins. Mir wird tatsächlich Ginyuckert als eins angezeigt, aber das heißt ja nichts. Vor allem, weil der jetzt ein paar Runden rausgedrückt hat. Peter hat die bestimmt verkauft. Ja, stimmt. Jetzt hat er, ich weiß nicht, wir sind inzwischen bei Runde 161, ja, nochmal zehn Runden mehr. Ja, mach das mal nicht, nicht, dass euch noch irgendwie Öl oder so ein Scheiß aufgedeckt wird. Lass das mal bleiben. Ey, der kann gar nicht, weil wenn du nämlich die rauslaufen lässt, der gar keine Tags erforscht. Ja, lass trotzdem mal gut sein, nicht, dass dann irgendwelche Sachen passieren, irgendwas zu bewählen. Wenn er keine Tags entdeckt, dann, okay. Ja, nicht nur Tags, auch wenn irgendwie die KI irgendwas mit euch macht oder so, dass ihr was sehen könnt, was ihr vorher nicht gesehen habt. Ja, gut. Dann gehe ich mal zurück zum Hauptmittel zumindest. Deswegen bin ich ja schon längst rausgegangen. Ja, ich bin auch rausgegangen. Naja, ich habe halt gedacht, scheiß drauf, solange ich nichts forsche, dann reveal ich nichts, solange ich nichts revealer, ist es egal. Ja, aber was, wenn eine KI zum Beispiel eine Einheit irgendwo hinzieht, dass ihr seht, was wieder... Naja, dann ist es alles, das kann ja alles... Ich habe nicht gehabt, dann hättest du... Ich meine, irgendwo steht jetzt das Klochen hier ja. Ich weiß gar nicht, was du sagst, weil der SG lauter redet als du. Sorry. Nee, ich wollte... Ich habe nur gesagt, schon mal vor drei Züge, nachdem wir alle rausgegangen sind, hat jemand ein Wunder fertig. Dann weißt du fürs nächste Mal, dass der daran gebaut hat. Ja, das weiß ich auch, wenn ich einen Spion drin habe und die andere Sache ist, die KI kann es trotzdem genauso gut ingeniert zum Beispiel haben. Du hast aber garantiert nicht bei jedem einen Spion sitzen. Und nicht jeder. Die KI könnte sich einen Ingenieur gekauft haben und das Wunder einfach mit hin ingeniert haben. Wer hat eigentlich den großen Leuchtturm gebaut? Ich. Ah. Den hatte ich in der Drittstadt angefangen. Den hatte ich in der Drittstadt angefangen. Der hat irgendwie noch sechs Runden oder so gebraucht. Ich bin Polinaise und ich bin Coastal mit meiner Hauptstadt. Ich muss den bauen. Koloss hatte Ginyu, ne? Ja. Den habe ich mir auch überlegt. Aber in der Drittstadt, die hatte nicht so viel Produktion, deswegen habe ich es gelassen. Der Frachter ist übrigens zu meinem besten Freund der SG-E gefahren. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, ich habe das mitbekommen, dass da ein Frachter zu mir gefahren ist. Nein, der Frachter vom Koloss konnte ich gar nicht in meine Städte fliegen. Und der wurde dann von der Barbare geplündert. Er hat es kein Bosch, den zu löschen und dann eine Karawane und so, und du hast einfach gesagt, er nehme ich erst mal Geld, ja. Das war ein Schatz von Gold und zwei Wissenschaftler. Ich fand das okay. Ja, schon. Ich fand es halt witzig, dass das Ding am Ende geplündert wurde von einem Barbaren-Schiff. Mhm. Ich glaube, inzwischen hat er auch wahrscheinlich lieber die Nahrung laufen, oder? Mhm. Aber du machst auch einen Nahrungs-Output, obwohl du nicht mal Nahrung von deinen Kornspechern auf diese Ressourcen kriegst. Das ist unglaublich. Ich bin, glaube ich, 20, 30 Punkte hinter dir, aber wenn ich die neue Stadt auf den Vordermann bringe, dann wird das vielleicht wieder. Ich muss auch noch mal eine neue Stadt bauen, aber das habe ich mir schon schon nicht zufrieden. Aber das ist echt große Städte jetzt, ne? Aber ich glaube, bei Produktion bin ich jetzt schon auch 20, 30 Punkte vorne, und deswegen nimmt sich das wahrscheinlich insgesamt nicht so viel. Weil ich war vorher auf 2, wo Info noch 10 Punkte vor mir war, und jetzt bin ich halt irgendwie noch mal 10 Punkte über dem, was Info gerade hatte, und der hatte eine goldene Seite und ich habe gerade keins mehr. Ich baue halt gerade auch noch Fabriken und Kloffmills, die sind noch nicht fertig. Ich habe halt relativ viele Minen mit Chemie. Deswegen wäre Ordnung halt auch eine Überlegung wert. Aber ganz ehrlich, mit Future Era hätte ich auch, glaube ich, echt gerne einen New Deal. Aber ich habe halt keine Propheten geplandet, also vielleicht auch nicht. Das wird für Info und RSG noch ein großer Vorteil sein, dass sie halt mit Faith viel mehr machen können, als wir beide. Ich habe auch nur einen Propheten geplandet. Ich habe ja einen zum Spreaden benutzt. Also ich bin da ehrlich, ich mache da so gerade 25 oder so die Runde, viel ist das nicht. Ich habe ja eine peinliche Stelle nicht setzen können, weil ich ja einen zum Spreaden benutze. Ja, das ist ärgerlich. Aber gegen die du machst wahrscheinlich auch nicht mehr als 25, oder? Selbst mit Wüstenpantheon nicht. Machst du 32. Ja, ja, genau. Das ist einfach dieses Wüstenpantheon mehr und es ist einfach ähnlich wie ich. Also einen großen Unterschied macht das auch nicht. Vielleicht ein Scientist mehr oder so. Und wenn ich so viel weniger Wissenschaft mache wie du, dann... Ja, ich gleich, dass alles mit meinen Observatorien aus. Die sind mega fett gerade. Vor allem das Hauptstadt-Ding. Wobei, ich habe mir jetzt das Watfrakev reingestellt. Das hilft auch. Ich hätte was auch bei mir gerne reingestellt, aber als ich damit hätte anfangen können, da war ich so ein bisschen geschlafen. Ich hätte das sogar vor dir haben können. Ich habe aber geschlafen. Ich hätte das haben können. Ich hatte es gehofft, dass ich das noch kriege. Ja, ich habe in dem Moment gedacht, oh, Sixtinische wäre gerade nice und habe dann nicht realisiert, dass ich gerade in dem Moment hätte Watfrakev bauen können. Ich habe ein Spiel unten und ich habe dann geguckt. Ich habe praktisch Sixtinische angefangen. Einzug später hatte ich Humanismus und dann habe ich nicht realisiert, oh, ich kann jetzt Watfrakev bauen und dann wurde irgendwie laut gesagt, dass du noch vier Runden brauchst. Dann habe ich geguckt, bei mir jetzt fünf gedauert. Das war schon ärgerlich. Ja, Info hat das gesagt. Das fand ich dann nicht so nett. Dann dachte ich so, ich will das jetzt still und heimlich kurz durchziehen. Nee, ist klar, dass das bei Kernwundern immer passiert, dass das irgendwie laut revealed, oder? Naja, bisher ist es nicht passiert. Ich habe eine Menge Wunder entspannt nebenbei bauen können. Ja, weil die ersten Spionen alle bei mir so hassen. Nö, in meiner Stadt und in meiner Hauptstadt. Hast du auch die Fände, weil du ziemlich gleich warst eine Zeit lang? Ja, ich war zwei Tags hinten und ich dachte, du wirst dann vielleicht zu mir. Ich hatte sogar bei dir, aber ich konnte nicht klauen, Genio. Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Ich habe mir jetzt von Info so tolle Sachen wie Stahl geklaut. Steinschloss. Das tagge ich gerade selber. Das habe ich schon. Ich habe ja schon Dünger. Ich tagge gerade Romantik in Elektrizität, in Radio, ne? An Dünger hänge ich. An Dünger will ich nämlich jetzt auch als nächstes ran. Wobei ich ja überlege, ob ich überhaupt in Radio rein tagge oder ob ich nur bis Elektrizität gehe für das Wasserkraftwerk und dann einfach nochmal bis Plastik tagge dann und Radio als letztes nehmen wir für Plastik. Weil Radio kann ich mir sicherlich bei irgendeinem der Fabrik nicht so schnell bauen kann, wie ich gut klauen. Ich habe ja auch gehofft, dass irgendwer von euch, ich habe bei RSG und bei Ginyu versucht zu klauen, irgendwer von euch die Schiffstecks mitnimmt, aber nö. Deswegen weiß ich auch, dass mich niemand fregatiert, weil einfach keiner von euch da Bock drauf hatte. Na, ich habe mal geguckt und dann erhauptet ihr, das ist nicht Coastal genug. Also da war ich so, nö, kein Bock. Ich habe halt eine Coastal-Stadt und das würde mir nicht mal sehr wehtun, weil wenn die fällt, nimmt einfach die andere Stadt, die daneben ist, die ganzen Geländefelder mit. Ja, eben. Deswegen, das ist so, nö. Trotzdem finde ich die Science weg. Ja, na sicher, aber ich meine, es wäre für mich jetzt kein großes Drama und da müsstet ihr ziemlich viele Ressourcen kommen mit, um einmal um die ganze Map zu fahren, weil ihr am anderen Ende des Kontinents seid. Ich glaube, da schließt ihr euch mit Schiffen eher noch gegenseitig an, weil ihr echt viele Wunder an euren Hauptstädten habt. Anstatt bei mir irgendwie meine Drittstadt wegzunehmen, wo nichts drin steht. Ich habe nicht viele. Drei, drei Stück? Zwei, drei Stück? Info hat richtig viele gebaut, ne? Info hat auch ziemlich viele Kernwunder. Info spammt halt wieder Wunder. Da macht das immer so ein bisschen viel. Ich meine, ich habe auch einige, aber ich hatte halt praktisch keinen Platz mehr zum Setteln und konnte einfach Wunder bauen, weil ich war so praktisch so in Dreistadt-Venedig eine ganze Zeit lang, bis ich Stadtstarten angeklatscht habe. Aber das wollte ich halt, wie gesagt, kurz und schmerzlos machen, damit ich halt nicht viele Ressourcen da reinstecken muss. Da habe ich immer gewartet, bis ich gerade eine neue Tech hatte. Einmal Armbeschütze und einmal Kanonen. Einfach nebengeparkt und direkt geschossen. Eine Zollstatue noch gebaut. Die hat auch so geholfen diesmal, das ist unglaublich. Es tut mir auch echt leid, dass ich da zwei Stadtstarten angeschlossen habe, aber ich hatte keine andere Wahl. Hatte ich wirklich nicht. Zwei entweder Stadtstarten anschließen oder den Info machen und mit drei Städten verlieren. Das ist schon der Info, oder? Drei Städte haben dann verlieren, weil du nur drei Städte hast. Wie viele Städte hat er im Moment eigentlich? Was sagst du? Viele Städte hat er im Moment eigentlich. Vier, aber nur, weil er eine Hauptstadt gekillt hat. Ja. Sonst hat er immer noch drei. Das ist auch nicht wenig, dass es eine vierte baut. Weißt du, Tradition, vier Städte, passt doch eigentlich unglaublich gut. Ich meine, ja, man sollte dann später mehr machen, aber... Nein, der wird demnächst wieder weniger haben, weil ich schließe ihn definitiv noch an, wenn er so weiterspielt. Ich habe inzwischen, glaube ich, fünf und ich weiß schon, wo ich meine sechste gründen will, aber ich habe auch nicht die Zufriedenheit dafür. Also ganz ehrlich, spätestens wenn ich Artillerie-Tag habe, ist Info-Gang hat ein Problem. Aber das tag ich so früh nicht, weil ich große Mauer habe und das eigentlich gerade ganz angenehm ist. Wobei ich nicht wüsste, wer mich anschließen sollte. Meine direkten Landnachbarn sind Info und wenn mal und ganz ehrlich, nee. Ich meine, habt ihr gesehen, wo ihr bei mir reinlaufen müsst, um meine Kernstätte einzugreifen? Ja. Das sieht wunderschön aus. Also wenn, dann Bratislava. Und das ist auch nicht so schön mit der großen Mauer. Und Himeji. Himeji wollte ich auch unbedingt haben. Ich habe überlegt, ob ich es baue, aber meh. Das hat mir vier Runden gedauert in der Hauptschule. Ich habe mir gedacht, das mache ich. Habe ich während dem Karneval gebaut, das Ding. Ich bin auch mal überlegen, ob ich es rote Vora noch baue. Die Tag habe ich ja auch schon. Rote Vora oder Faso, gäbe ich eins von beiden, hätte ich glaube ich gerne noch. Oder es Brandenburger, da würde ich euch ziemlich anpissen, weil ihr keine EP-Bunder mehr bauen könnt dann. Brandenburger war echt fett bei mir. Vor allem mit der scheiß Alhambra noch. Ja, da kann ich mit Freiheit auch Blitzsachen machen. Hm. Das war nämlich die Überlegung für Autoratie, aber wie gingen wir schon gesagt, XCOM sind jetzt halt viel später, deswegen. Ich glaube die Sache ist auch, wenn man mich mit Schiffen angreift, wenn ich da ein Flugzeug habe, das würde nicht wirklich funktionieren bei dieser einen Stadt, die da ist. Und würde auch, selbst wenn es klappt, nicht wirklich viel bringen. Ich glaube, das wird wirklich über Land entschieden hier bei uns, lustigerweise. Das finde ich jetzt Freiheit. Das finde ich jetzt, ich bin überlegen, Freiheit zu nehmen, aber wenn ich nicht Freiheit nehmen kann, dann, was nehme ich denn da an? Autoratie. Wie schnell hast du die Ideologie? Also ich würde sagen, ich habe die in spätestens vier Runden, habe ich meine. Eben. Du bist also schneller als ich. Und ich würde höchstwahrscheinlich Freiheit nehmen, denke ich. Hm. Und ich sehe, wenn ich Freiheit habe, Ginyo auf Autoratie, weil er eine Coastal-Hauptstadt hat, weil er sich dann definitiv die Proha reinkarkt. Und weil er bestimmt früher oder später bei mir gerne anschließen möchte. Der Wichser. Ich würde nie der Kriegerische Handlung gegen dich zu nehmen, Drew. Würdest du nie, nie tun, ne? Nee. Ich habe mich heute auch zweimal verklickt, ich würde eigentlich auf Wettenmal klicken. Echt jetzt? Nein. Schade. Du hast aber mit unserem Defensive-Pakt auch ihm den Krieg erklärt. Das habe ich nicht gemerkt, dass ihr, das wurde mir gar nicht angezeigt. Das wird auch nicht angezeigt im Multiplayer. Oh, ey. Das ist... Er hat mir das zusammen mit offenen Grenzen angeboten, weil ich das so lustig fand. Wahrscheinlich, weil er Angst hat, dass du ihm den Krieg erklärst und dass ich dem dann auch im Krieg bin. Und ich habe mir einfach nur gedacht, ganz ehrlich, wenn er erklärt, gehen du mir den Krieg, vor allem, weil er die ganzen Stadtstaaten hat und es hat echt geklappt. Das war so dumm einfach. Vor allem, weil du mir an dem Punkt schon mal den Krieg erklärt hattest, weil du dachtest, ich habe die Uhr weggeflippt. Oder Quebec City war das? Ich weiß es gar nicht. Quebec, ja. Ich habe diese Runde noch gar nicht im Stadtstaaten gemacht. Ich mache absolut kein Geld, um mir die zu kaufen. Und ich... Die haben... Ich habe einen Malus, weil ich schon zwei Stück angeschlossen habe. Aber doppelten Abbau hast du noch nicht, oder? Was sagst du? Das ist doppelt so schnell Abbau, die... Das weiß ich gar nicht. Ich glaube noch nicht. Na, vermutlich bei ein paar, ne? Nicht bei allen. Ja. Also minus 20 Base Influence hatte ich bei dem, den ich jetzt angeschlossen hatte. Der soll sich auch mal nicht so anstellen. Ich habe da den All Faithful jetzt so gut ist. Das Traurige ist, ich glaube, wenn ich Freiheit aufmache, werde ich wahrscheinlich gar nicht Nahrung und große Persönlichkeiten mitnehmen können, weil ich glaube, ich als allererstes erst mal Kapitalismus mitnehmen muss, weil ich ein bisschen Happiness brauche. Der letzte Anschluss hat ein bisschen wehgetan. Ich meine, das Gerichtsgebäude würde mich wahrscheinlich wieder auf zwei, drei Punkte bringen, aber ich glaube, ich hätte gern schon ein bisschen Happiness. Ich meine, das Tier 2 Ding ist sowieso geil dann, Einfach von den Spezialisten richtig 50 Prozent unzufriedenheit runter. Hm. Aber man merkt halt schon so ein bisschen, wenn man keine Religions-Happiness kriegt oder halt nur so ganz wenig. Und keine Startstaten hat. Ja. Ich habe versucht, einen zu gucken, 61 Prozent, direkt abgeknallt. Das war auch normal. Das ist der zweite Happiness-Startstatt, den du hast, Ginyu. Den habe ich versucht zu gucken mit 61 Prozent, wurde abgeknallt. Welches Level hatte dein Spion? 2. 2, okay. Weil ich leider bis jetzt nur einen einzigen Spion abgeknallt habe. Wie es eben so ist, ne? Aber keine Sorge, ich baue das Game einfach die große Firewall, dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Das klingt jetzt dumm, aber die ist echt gut jetzt. Ja, mit Future Era. Ja. Dann ist die ja auch gut. Es tut mir halt irgendwie leid für Kero eben. Weißt du, der hat schon eine geile Sif und dann hat er gar keine Berge, hat einen Flatlessettel und wird direkt angeschlossen. Aber ganz ehrlich, der hat einfach auf dem Hügel das gedacht, dann wäre das nicht passiert. Was warst du mal mit Flame? Der hat mir irgendwie so ein bisschen leid getan. Weißt du, da kriegt er schon ein richtig gutes Sift, hat dann keine Berge und ein Flatlessettel wird instant angeschlossen einfach. Wobei das hätte einfach verhindern können, wenn er auf diesen Hügel da gestartet hätte. Das wäre ein besserer Settel gewesen und der hätte es einfach komplett vermeiden können. Ich meine, der hatte da diesen Hügel. Ich bin froh, dass ich meinen Start irgendwie rausspielen konnte. Ich bin froh, dass du mich nicht angegriffen hast. Trotz deines schlechten Starts. Ne, ich bin ja, ich bin ja nicht mal an der Küste gestartet. Ich bin ja im Inland gewesen, bin an der Küste dann gelaufen. Die Option hätte ich auch gehabt, aber ich habe einfach gedacht, Observatoriums Hauptstadt, ne, schon geil. Ich glaube, das schlägt auch jede Küste. Und ich konnte mich relativ gut ausbreiten, weil wenn mal irgendwie nichts hinbekommen hat in Sachen Ausbreitung und dann war da dieser Siedler im Barbarencamp. Und ich habe mich jetzt auch nicht getraut, zu weiter deiner Richtung zu Settel. Ich habe gedacht, okay, ich lasse dich da in die Stadt gründen. Ich gründe da jetzt nicht noch eine eigene Idee. Also, wenn du da gesagt hast, wo meine südliche Stadt ist, die hätte ich dir aber sowas von weg gepumpt. Das meine ich. Also, ich habe überlegt, ob ich da jetzt nach nördlich von meiner Ausstattung noch mal siedle und dann habe ich gewählt, zu siedeln. Okay, ich lasse das mal. Ich gehe lieber nach rechts. Ich meine, wie dicht hockt ihr da aufeinander? Es geht tatsächlich. Gar nicht mal so dicht, ja. Also, ich glaube, unsere Fünferradien stoßen aneinander. Vielleicht auch unsere Vierer. Also, meine Felder stoßen jetzt auf jeden Fall schon an Genius Felder seiner was weiß ich wie viel Stadt, die ja da haben. Ich habe verloren meine Hauptfälle, aber das ist jetzt nie das Allerschlimmste. Ja, deswegen, das passt. Es geht. Aber deswegen habe ich mich da fern gehalten. Habe ich meine Städte lieber nach rechts gegründet, das sind sowieso für mich bessere Spots. Halt zwei Observatoriumstädte. Hilft. Gute Nacht. Gute Nacht.